Dieses Spiel benutzt eine Autospeicherfunktion. Aha. Wir machen das mal neu. Musik können wir leiser lassen. Okay. Grafik ist auf episch. Gamma-Korrektur haben wir ein bisschen heller für euch. Keine Ahnung. Fangen wir es einfach mal an. Dardalic Entertainment. Ja, cool. Ist der My Ginger noch da? Ah, Freierfunde etwa. Ja, okay. Immer wenn sowas da steht, glaube ich, das ist total abgekupfert von irgendwas. Oder angelehnt zumindest. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was zum... Mist. Stabilisieren. Los! Okay. 2048 ist auch nicht mehr so weit weg. Ja, bitte. Ja. Ja. Im Zentralklinikum. Können Sie die Augen öffnen? Ich kann nichts sehen. Machen Sie sich keine Sorgen. Das kommt gleich wieder. Eine Drohne hat sie gefunden. Am Rand der M75. Hm. Wir fangen mit einem Sehtest an und anschließend stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Ich erzeuge jetzt ein leuchtendes Objekt im Raum. Sehen Sie es? Versuchen Sie Ihren Blick darauf zu fokussieren. Gut. Noch einmal. Sehr gut. Ihre Sicht wird sich bald wieder normalisieren. Stop. Äh... Sounds. Sprache darf doch hoch. Darf dann wohl doch hoch. Master Volume Stückchen runter. Die Reine. Wir machen jetzt ein paar Tests. Kognition, Emotion, Gedächtnis. Hm. Es dauert nicht lange. Wissen Sie welches Datum wir heute haben? 11. Januar 48. Samstag den 11. Januar 2048. Sehr gut. Das stimmt. Ich spreche jetzt einen kurzen Text und stelle dann eine Frage dazu. Oh je. Sind Sie so weit? Meine Augen sind blau, mein Haar ist braun, mein Haus ist weiß. Welche drei Farben habe ich genannt? Blau, weiß und braun? Sehr gut. Das stimmt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Was passiert ist? Meine Familie. Wo ist meine Familie? Sie erinnern sich an nichts? Autounfall. Da war ein Tunnel. Das wird schon. Körperlich sind Sie gesund. Sie haben großes Glück gehabt, Richard. Okay. Ich schalte jetzt einen Teil Ihres AR-Systems wieder zu. Moment, wir gucken noch mal. Irgendwie ist man es noch unbefriedigt mit der Lautstärke. Master Volume drauf rauf. SFX kann ein bisschen runter. Oh. Tut weh, hm? Ihre Augen und Ihr Gehirn müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Können Sie aufstehen? Kommen Sie bitte mit zu dem Tisch dort. Uh. Hallo. Cognition Test. Okay. Nehmen Sie den Würfel von der linken Tischhälfte. Beleuchten Sie ihn gelb und stellen Sie ihn auf die rechte Tischhälfte. Wie gelb beleuchtet. Was? Ich leichten Druck auf die Seiten. Äh, was? Hat er gesagt gelb? Okay. Ich erfack. Okay, die Steuerung ist... Oh. Aha. Gut. Oh, die Steuerung ist... Oh, wow. Sehr gewö... 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 ...dürftig. Hab ich denn... Warte mal. Oh Gott, oh Gott. Hilfe. Was ist das? Encephalo-Scan? Letzte gescannte Person. Nolan Richards. Scambericht abgeschlossen. Moin. Okay. Wer ist das? Äh, mein Sohn. Das ist mein Sohn? Ganz recht. Wie heißt er? Oh Gott, ich weiß es nicht. Ach, Jason. Denken Sie genau nach. John? Sind Sie sicher? Nein. Er heißt James. Oh, fuck. Wo ist James? Ist er hier? Sie haben schon nach Ihrer Familie gefragt. Eben gerade. Wissen Sie das noch? Wo ist er? Ja. Es ist nur ein Test, Richard. James ist ein guter Junge. Ich liebe ihn. Natürlich lieben Sie ihn. Sie sind sein Vater. Haben Sie beide einen guten Draht? Richard? Er ist ein guter Junge. Erkennen Sie diese Person? Meine Frau! Das ist... Olli. Ja? Meine Frau. Ist das... Tracy? Ausgezeichnet. Erzählen Sie mir etwas von ihr. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Eine Erinnerung. Eine Situation. Irgendwas. Ich weiß noch, dass wir in einem Cabin Car gefahren sind. Es war Nacht. Wir haben gescherzt. Und ich habe Tracys Hand genommen. Sprechen Sie weiter. Die Bordelektronik war gestört. Es ist kälter geworden. Die Scheiben sind geschlagen. Ich habe ihr gesagt, wir sind gleich da. Okay. Und wissen Sie, wie lange das her ist? Was meinen Sie? Diese Geschichte. Wie lange ist die her? Ich weiß nicht. Wie ist es hiermit? Erkennen Sie das Gebäude? Arbeite ich dort? Ja. Ich meine ja. Komm her. Ja. Ja. Ich arbeite dort. Ausgezeichnet, Richard. Bitte, bitte. Was genau machen Sie da? Ich bin Spezialist für... Alles. Für... Warten Sie. Ich schreibe über Technologie. Sehr gut. Und wie würden Sie Ihren Standpunkt nennen? Haben Sie einen? Ich bin Journalist. Mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ach so? Das kam ja schnell. Das ist ein Standardsatz, oder? Den sagen Sie immer. Kann ich wieder arbeiten, Doktor? Das müssen wir abwarten. Sicher wird es die ersten Tage nicht leicht. Sie haben ein amnestisches Syndrom. Erinnerungslücken, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen. Aber wenn Sie zu Hause sind, finden Sie sich bald wieder zurecht. Sie werden sehen. Okay, Richard. Alles soweit in Ordnung. Mir ist schlecht. Das ist normal. Das verschwindet. Ihr Gedächtnis wird auch zurückkommen. Vermutlich schon in den nächsten paar Stunden. Vielleicht nicht vollständig. Aber warten wir es erst mal ab. Na dann. Alles Gute für Sie. Ich... Kann also gehen. Aber ja. Sie haben Neurostabilisatoren bekommen. Eine Depot-Dosis. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich jederzeit. Okay. Aber ich... Ich weiß nicht mehr wo. Ach so. Natürlich. Sie wohnen am West Plaza, Mr. Nolan. Das Cabin-Car führt Sie hin. Der Medic-Bot am Eingang wird Sie nach unten begleiten. Hm. Verrückter Scheiß. Also ich habe das jetzt so verstanden, als wäre es eine Teil-Amnesie. Also ich kann mich an viele Dinge erinnern, aber manche halt auch nicht. Ich kann ja auch nichts anfangen hier, ne? Ich kann ja nicht mal eine klatschen. Na gut. Dann... Guck mal sogar hier. Notausgangsschilder. Die Deutschen. Weiß gar nicht. Sind die international? Notausgangsschilder? Hallo. Ist der Robot? Guten Tag, Sir. Bitte folgen Sie mir. Ich begleite Sie hinaus. So, machen wir das. Erinnert mich irgendwie alles an Nairobot. Irgendwie. Sie hören den Newsflash von The Voice, ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Nairobi. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Und das, wo die Welt sowieso schon unter der Knappheit leidet, das beschwört immer mehr Stress herauf. Sie haben ihr Ziel erreicht. West Plaza, Berlin. Ihr Konto wird mit 25 Credits belastet. Was? 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 Sie haben Frankreich ge Song je auf. Was? Sie haben Ihnen jetzt Appliereien? Ja! Wie wahrscheinlich. Wie Meu Schopen umlernen. Das ist noch ein Weg. Wie verfolgt ein Sch我在 Gewalt, um ich nicht verank sortieren. Weil, wenn ich in der Garten wie die Schuhe rausleben kann... ich wahrscheinlich很有akin Potion defence Sinn, ich habe das wenn ich vor allem Auf sowas hätte ich schon Bock. Aber vielleicht will ich mir auch in die Hose kacken. Ich weiß es nicht. Entschuldigen. Ich habe mich gestern abgeschaltet. Was zum Teufel? Ist alles in Ordnung, Sir? Kann ich Ihnen etwas bringen? Tracy? Sie haben neue Cloud-Messages. Jetzt nicht. Wie jetzt nicht? Lydia. Okay. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Dann lass uns wenigstens darüber reden. Du kannst doch nicht einfach... Naja, melde dich bitte. Ich kriege sonst kein Auge zu. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Jetzt nicht. Okay. Dann untersuchen wir mal den Kollegen hier. Da war er. Registriert auf mich. Aha. Sektor 2 in Berlin. Nun gut. Äh, klar, Chef. Was ist hier los? Untersuchen. Potenzielle Gefahrenquelle. Bitte beseitigen. Aufheben. Warum? Und wieso ist das überhaupt kaputt? Fenster. Untersuchen. Sichtfeld Sektor 02 Berlin Central. Gefährdungsstufe 1. Der registrierte Bewohner. Nolan Richard. ID 12044. Hat diese Fensterfront mit Sicherheitsglas ausstatten lassen. Hinausschauen. Erinnert mich irgendwie so ein bisschen am Blade Runner. Die ganze Atmosphäre. Da draußen. Und cool. Ich mag das ja. So Science-Fiction-Settings. Das ist ja genau meins. So, Bettuntersuchung. Ich glaube, äh... Ja. Okay. Aber die Steuerung ist... Tracy. Was macht dieser Bot hier? Ich hab dir doch gesagt, wenn sie möchten, kann ich die Frage beantworten. Du hältst die Klappe. Das ist genau wie, äh... Bei iRobot. Er kann das nicht leiden. Family Photos. Nolan Richard. Tracy Nolan. Richard Nolan. James Nolan. Herman Dawson. Peter Nolan. Sie haben eine wunderbare Familie, Sir. Du sollst die Klappe halten. Sie sollten gut auf die beiden Acht geben. Okay. Tracy. Ich will, dass dieses Ding hier verschwindet. Wenn ich etwas sagen darf, Sir. Sir. Möchten Sie nicht wissen, wo Ihre Familie ist? Okay. Wo ist Tracy? Miss Tracy ist nicht im Haus. Ach. Das sehe ich. Sie lässt ausrichten, dass sie über das Wochenende zu ihren Eltern gefahren ist. Hä? So. Lässt sie ausrichten. Na schön. Soll sie am besten gleich dableiben. Okay. Ähm. Ich wollte gerade sagen, von wegen, er liegt im Krankenhaus und sie fährt zu ihren Eltern. Das scheint nicht gut zu sein. Sohn. Was ist mit James? Sie hat ihn natürlich mitgenommen. Aber ja. Richtig, Sir. Die beiden kommen morgen zurück. Soll ich Ihnen einen Status dazu... Du sollst gar nichts. Hat Tracy mich denn mal in der Klinik besucht? Weiß sie überhaupt, dass ich einen Unfall hatte? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Kannst du nicht oder willst du nicht? Ich verstehe nicht ganz. Ich sag's ja. Zu nichts zu gebrauchen. Hat Tracy gesagt, warum sie zu ihren Eltern will? Wie meinen Sie das, Sir? Ob sie einen Grund genannt hat? Sie hat mir nur den Auftrag erteilt, nach Ihnen zu sehen. Simon. Welcher Trottel hat dir überhaupt einen Namen gegeben? Ah. Lydia ist noch wach? Nicht so lange dieser Bot hier rumspioniert. Nolland Tracy. Genetische Defekte. Nix, 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 nix. Ist gesund. Ein Mars-Scan. Okay. Dieser Mars-Blödsinn. Kann sie nicht einmal auf mich hören? Kann ich... Ja, Sir? Schalte dich ab. Weißt du was? Am besten du schaltest dich bis morgen ab. Wie sie wünschen. Richard. Mein Gott, ich hab mir solche Sorgen gemacht. Ja, moin. Wo hast du gesteckt? Ich... Ich war im Krankenhaus. Was? Wieso das denn? Bist du krank? Warum hast du mir nicht Bescheid gesagt? Hatte einen Unfall. Ich hatte einen Unfall, glaube ich. An der M75. Irgendwas mit der Bordelektronik. Oh Gott. Bist du verletzt? Mein Kopf hat wohl was abgekriegt. Sonst ist alles heil geblieben. Du hättest umkommen können. Und ich hätt's nicht mal erfahren. Das geht doch so nicht weiter. Ich weiß. Du musst mit ihr sprechen. Lydia, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Außerdem ist Tracy gar nicht da. Aha. Wo ist sie denn? Zu ihren Eltern gefahren. James hat sie auch mitgenommen. Sie hat einen Bot gekauft. Kannst du dir das vorstellen? Ausgerechnet ich habe jetzt einen Bot. Oh. Warum lachst du? Sie schenkt dir einen Bot? Das ist echt böse. Was macht sie denn bei ihren Eltern? Was weiß ich? Ist sie weg, weil ihr euch gestritten habt? Gestritten? Vor einer Woche? Du hast dich doch stundenlang darüber beklagt. Keine Ahnung. Die letzten paar Tage sind ein einziger Nebel. Meinst du, sie will sich trennen? Hm. Was ist los? Hast du etwa Angst? Angst? Nein, wieso? Und warum sagst du nichts? Weil ich nachdenken muss. Schön. Dazu brauchst du mich ja nicht. Süße. Nein, schon gut. Ich habe eh noch einen Kunden. Um die Zeit? Es ist Mittag in New York, Richard. Ich sage doch, ich mache keine Nachtschichten mehr. Zu viele Verrückte. Erhol dich erst mal. Und vergiss nicht, wenn du mal wen zum Reden brauchst. Du hast jetzt einen Bot. Ist das unsere Affäre? Ich weiß es nicht. Aber die Vermutung liegt recht nah. SAO Underworld? Warum müssen die Leute heute mal alles abkürzen? Als wenn man wirklich jede Serie kennt. Sau. Bitte eröffnen Sie die Tür, erst wenn das Fahrzeug steht. Halt mich fest! Oh Gott! Anime? Oder was ist das? Todart Online? Kobalt Blau. Aquamarine. Oder ein blasses Türkis. Oder ein Spektrum. Ist das möglich? Was immer Sie sich wünschen, Doktor. Was immer Sie sich vorstellen können. Das ist Drey. Ich muss los. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Wer ist Amy? Wie immer, Mrs. Newman. Amy Newman. Da ist ja unser Patient. Jetzt haben Sie knapp Ihre Frau verpasst. Also Witcher habe ich schon einiges gesehen. Ähm... Gut. Schon weniger verwirrt als gestern, Mr. Newman? Mhm. Von außen betrachtet sind Sie ein Kunstwerk. Der Puls schwankt noch ein wenig. Das ist die Injektion. Erinnern Sie sich inzwischen an den Unfall? An den... Nein? Doch, doch. Das Cabin Car... Kommt alles wieder. Keine Sorge. Haben Sie Fragen? Und denken Sie daran, Sie können mich jederzeit anrufen. Was mit meinem Sohn? Was ist mit John? Ihr Sohn muss noch eine Zeit lang zur Beobachtung kommen. Aber machen Sie sich keine Gedanken. Was mit meiner Frau? Und Amy? Der geht's bestens. Sie war ja nicht im Auto. Ah, richtig. Dachten Sie, sie wäre im Auto gewesen? Nein. Vielleicht... Ich bin ein bisschen mit Anna. Respekt, da sind schon acht Folgen draußen. Oder sechs oder acht Folgen. Nein, nein, keine Sorge. Ich mache mir nur Notizen. Erinnerungslogie sind ein bekanntes Posttrauma-Phänomen. Wir schieben das Erlebnis in irgendeine dunkle Ecke und irgendwann spinnen wir Verschwörungstheorien. Und ja, Sie waren allein im Auto. Ein einsamer Astronaut. Zu dem Unfall. Die Elektronik hat plötzlich verrückt gespielt. Ich... Sie hatten großes Glück, mein Freund. Das Fahrzeug ist ein Wrack. Sie fliegen nicht gerne, hm? Ich meine, wer fährt noch Cabin Car? Es muss die Elektronik gewesen sein. Keine vorschnellen Schlüsse, Jumen. Überlassen Sie das den Fachleuten. Ziehen Sie am besten gar keine Schlüsse in Ihrer Verfassung. Ruhen Sie sich einfach aus. Keine weiteren Fragen? Das ist gut. Wenn Sie wollen, können Sie schon aufstehen. Kein Sport, viel Wasser und falls es Probleme gibt, Sie haben einen Kontakt. Machen Sie sich keine Gedanken. Minerva leitet Sie sicher durch den Tag. Und asiatische Filme. Oh, und bitte bringen Sie Ihren Sohn so bald wie möglich in die Klinik. Ihre Frau hatte leider Termine. Wir erwarten ihn täglich morgens um 10. Willkommen zurück, Adam. Die Welt. Die Welt. Er hatte auch einen Umfang mit dem Cabin Car. Ja gut, das stimmt. Fresse halten. Ich wollte mich verarschen. Halt doch mal die Klappe. Wo ist das jetzt? Das müssen wir uns nochmal angucken. Also die Asiaten machen ja mittlerweile echt auch qualitativ hochwertige Sachen. Was möchtest du heute tun, Adam? Also irgendwas labert mich hier voll. Das kann ich schon überhaupt nicht leiden. Halt die Klappe! Ein Kreis. Ein Kreis? Das wird sehr schön, John. Pertuo mobile. Ambiente unter Wasser. Äh, unter Wasser. Aha. Nice! Okay, was haben wir denn hier für schicke Bilder? Wir gucken uns erstmal alles an hier. Wohnungstür wollen wir noch nicht raus. Hochzeit untersuchen. Widmung von Jodie und Peter Newman. Wir freuen uns für euch. Denkt immer dran. In der Weite der Welt geht nichts verloren. Widmung von Amy. Eines Tages wird die Welt gehören, John. Aha. Johns Geburtstag. Widmung von Amy. Erinnerst du dich an diesen Tag? Beförderung. Widmung von Fred Harris. Du hast es dir verdient, Adam. The Present. Okay. Und der Tag am Meer. Schönerer Tag am Leuchtturm. Ah ja. Weiterer schöner Tag am Leuchtturm. Fast Food Food Assembler. Versuch mal. Wähl dir dein Frühstücksmenü, Adam. Würde ich glatt machen, aber... Darf ich ja nicht. Ich darf nichts essen. Ah, da ist John. Sofa. Untersuchen. Letztlich hin und her. Ein bisschen Musik. Ich kann es auch lassen. Wer ist denn Henry? Henry ist John. Lieblingsbein, Freund und Lehrer. Henry wird essen Montag. Vier Jahre alt. Vergiss nicht, ihm zu gratulieren. Okay. Nichts mehr. Was haben wir hier? Ach, du magisches Klavier. Denk mich nach. Überlasse dich einfach dem Fluss. Kann doch gar nicht spielen. Shift. Toll. Sehr schön. Wir haben gespielt. Magisches Klavier. Mhm. Ja, guck uns der Herr war zusammen an. Kann man auch keine Lautstärke einstellen oder was? Hallo John. Mein John ist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Sorge dafür, dass er immer glücklich und zufrieden ist. Johns nächster Termin bei Dr. Skiles ist um 10 Uhr vormittags. Du bist wach? John, Gott sei Dank. Hallo Adam. Hast du gut geschlafen? Danke, Henry. Ich sehe ein bisschen doppelt, aber das wird wieder. Und du, John? Bist du okay? Ich habe Hunger. Okay. Ich auch. Suchen wir uns was zu essen. Ja, das glaube ich dir sogar. Was meinst du? Nichts. Noch nichts für. Sieht aber nicht aus wie nichts. Es ist ein Kreis. Sieht auch nicht aus wie ein Kreis. Er ist noch nicht fertig. Wann kommt Amy wieder? Weiß nicht. Sie arbeitet. Am Sonntag wird doch das Projekt enthüllt. Aber sie hat dir eine Nachricht geschrieben. Hä? Was willst du essen? Das gleiche wie immer. Ähm. Hilf mir, Henry. Cornflakes oder Müsli? Cornflakes, Adam. Mit heißer Schokolade. Äh. Warten Sie mal. Wo ist denn diese Nachricht? Diese ominöse? Henry reagiert selbstverständlich, solange du es nicht mehr erlaubst. Okay? Cloud Hub. Ähm. Ist es Amys privater Hab? Benutzt du deinen eigenen Arbeitsplatz? Äh, hä. Nee. Staffelei. Ein Entwurf an Amy. Begonnen am Samstagmorgen. Was denkst du, Adam? No comment. Wo hast du denn die Nachricht hinterlassen? Was ist hier für gekrakel? Wer hat neue Bilder gemalt? Schön. Cloud Hub. Ja, okay. Dürfen wir nicht benutzen. Ist klar. Luther. Hallo, Luther. Ich bin Luther. Ich passe auf. John auf, wenn er schläft. Und das ist alles, was ich wissen muss. Okay. Ja, wo ist diese Nachricht? Zehn Jahre ausgerechnet. Präsent. Okay. Cloud Hub. Vergiss nicht, Adam. Dein Leben besteht nicht nur aus Arbeit. Ja, Leute. Polo-Pinnwand. Tagesplaner. Heute krankgeschrieben. John täglich. Recreation Center. Okay. Unfall verspricht schnelle Aufklärung. Was zu dem Kevin-Kar-Unfall gefüttert hat sich am Samstag. Das bleibt ein Riesel. Doch die K-Kompany verspricht rasche Aufklärung. Alle Hover-Kar- und Kevin-Kar-Systeme wurden auf Softwarefehler überprüft. Alles sieht gut aus. So die Sprecherin. Hibiko. Watanabe. Aber wir suchen weiter. Ah ja. Hm. Okay. Pass mal dazu. Uh, Entschuldigung. Jotis. Er stellt am Montag. Hi, Adam. Tut mir leid. Ich weiß, ich sollte wirklich zu Hause sein. Das Projekt ist eine Hydra. Bitte bring John in die Klinik. Eine Nanny. Als ob ich nicht allein zurechtkomme. Nee, anscheinend nicht. Dein Unfall macht ihm ganz schön zu schaffen. Ich liebe dich, Amy. Ich habe eine Nanny für ihn bestellt. Ist das okay? Sie wird dir ab morgen helfen. Okay. Food Assembler. Frühstück drucken. Cornflakes. Frühstück. Ja, die ist cool. Was Loftartiges. Getränk kommt gleich. Genau. Getränk machen wir auch noch. Das war heiße Schokolade, glaube ich. Ähm. Wo macht man das Getränk? Kakao. Da. Man druckt auch Flüssigkeiten in der Zukunft. Bitteschön. Mein Sohn. Wie sagt man? Danke, Food Assembler. Arschloch. Okay. Was spiele ich jetzt? Im Moment spiele ich... Ich... Ich muss nachgucken. Mit Titeln vergessen. Äh, State of Mind. Da ich ja nicht wusste, wann du wieder auftauchst, habe ich was anderes angefangen. Du hast nämlich nicht mitgekriegt, dass ich was anderes angefangen hatte. Esstisch. Versuchen. Mein Stammplatz hinsetzen. Schön. Ja. Beschwer dich nicht bei mir. Aber mir geht's gut. Amy macht sich eben Sorgen. Sie ist ja nicht mal hier. Ja, ist okay. Alles gut. Kannst du dich dann ja nochmal melden, wenn du bockst? Vision Center. Ähm, reden. Reden. John, wir müssen los. Komm. Henry fehlt noch. Deine Quale ist doch hier. Ich finde seine Fernbedienung nicht. Äh. Wir suchen nochmal. Ich hatte sie vorhin schon gefunden. Und zwar da. Nehmen. So, Abmarsch, Kollege. Schnürschuh. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Dieses Kind. Weiß er doch. Hallo. Da sitzt sie in der Ecke Harvey. Guck mal. Jetzt komm. Da hinten sitzt Harvey. Von Harvys neue Augen. Haha. Cool. Ich mag sowas. Wohnungstür. Von Infinity Plaza. John, nicht rödeln. Ähm, okay, das war ja. Adam, machst du dir viele Gedanken? Dann vergiss nicht. Was zählt bist du? Du. Aber wer bist du? Was willst du? Was ist deine Aufgabe? Die Antworten sind alle hier. Hier in deiner Stadt. Schau dich um. Und genieß den Tag. Minerva. Ja, moin. Okay. Ulf, wird der Franz hat ein Update gekriegt. Gut. Mal. 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 Baut. Mal. Mal. Tun. Mal. Doom. Mal. Was war das denn? Erdbeben? Sieht mega aus. Okay. Wann hat es denn das Update bekommen? Alles in Ordnung? Ist nur ein Geohazard. Ja. Hattest du Angst? Ein bisschen. Vielleicht ein bisschen. Sie werden häufiger. Das glaube ich nicht. Und stärker. Okay, ähm... Genau, das Ding. Möglicherweise schädlich. Bitte wende ich an deinen Mitarbeiter. Was ist das? Keine Ahnung. Schon mal irgendwo gesehen? Nein. Was hat der Mann damit gemacht? Ich weiß nicht. Das ist sowas wie ein... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Du solltest das zurückgeben. Erstmal reden wir mit Dr. Sykes. So. Kollege, Abmarsch. Benutzen. Erst geht's zum Onkel Doc. Wir haben einen Termin. Den wollen wir nicht verpassen. Hallo, Schatzi. Wunderschön. Guck, guck. Da fährt wohl jemand nicht mehr ins Kino. So. So. Alles gut? Weiß nicht, wo wir hin müssen, Kollege. Aber wir laufen einfach mal. Nicht so schnell. Wir haben Zeit. Komm, wir laufen noch ein bisschen durch den Park. Ach, Junge. Genießen Sie den sonnigen Tag. Weiß ja nicht mehr, wie viel Uhr wir haben. Dr. Sykes mal gut. Das hat ja nicht lange gedauert. Was gibt's denn? Verzeihung. Ich weiß gar nicht, warum ich angerufen habe. Ach so. Naja. Das wird wieder. Verlassen Sie sich auf uns. Okay. Reden. Willst du mal, Henry, steuern? Ach klar, warum nicht? Ja, gib mal her. Ach, was? Okay, man kann mit ihm hier so eine... Ah, alles klar. Henry! Hey, bleib zu Hause. Quadratwurzel aus 2401. Sehr gut, John. Hast du toll gemacht, John. Da noch was zu reden? Willst du mal, Henry, steuern? Nö, jetzt nicht. Jetzt nicht. Wir kommen zu spät. Ach, da hinten müssen wir hin. Okay. Oder? Äh, komisch. Fische gucken. Fische. Fische untersuchen. Sie haben ein gutes Leben und du kannst das auch. Fische füttern. Sieh mal die Fische. Kann ich sie füttern? Nimm den Snack. Aber behalte noch was für dich. Die schwimmen immer dasselbe Muster. Immer im Kreis. Das wirkt nur so. Ich wäre auch gern ein Fisch. Nur so zur Abwechslung. Irgendwann ist das möglich. Irgendwann vielleicht. Ganz sicher. Okay, das waren die Fische. Was ist das jetzt hier? Ein Hovercar. Was ist das denn? Versuchen. Wir wünschen eine gute Fahrt. Benutzen. Johns Untersuchung beginnt bald. Okay. Dann. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Oma kennt einen neuen Satz, der gut beschreiben kann. Wie er gut, der dich kennt. Er von dem Game Who is Michael. Ja, ohne Scheiß. Wie heißt das? Ich kenne deinen Damenrhythmus. Ah. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Ja, aber vielen Dank auch. So. Hallo Mona. Mona wird, äh, fragen Sie im Klinik und Mona ist immer für dich da, rund um die Uhr. Das ist schön. Willkommen zurück, Mr. Newman. Was können wir für Sie tun? Tut mir leid, ich weiß, wir sind spät dran. Überhaupt kein Problem, Sir. Ich bringe meinen Sohn, John. Dr. Sykes möchte... Vielen Dank, Sir. Sie können John in vier Stunden wieder abholen. Genießen Sie den sonnigen Tag. Man könnte jetzt auch sagen, Swizzy, mit mir muss es ihr gut gehen, aber ich kenne mich ja selber und mag mich manchmal nicht. Also von daher... So, beide hatten einen Cabin-Car-Unfall. Durch vermeintliche Systemfehler. So lange geschlafen? Alter. Wieso hast du mich nicht geweckt? Tracy und James kommen bestimmt bald zurück. Sie hatten mich gebeten, sie nicht zu stören. Jetzt hilf mir wenigstens hier Ordnung zu machen. Sie haben neue Cloud-Messages. Jetzt nicht. Wieso denn nicht? Was ist mit dem Cleaner? Schon wieder kaputt? Soll ich die Scherben? Dafür ist der Cleaner da. Wo ist das verfluchte Ding? Nunke. Er steht hier in einem Eck. Einigungsbot. Untersuchen. Warnung, dieses Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Toll. Was ist denn jetzt mit dem Cleaner? Lass mal sehen. Da steckt was in den Scherben. Alles klar, Schatzi. Dann mach das mal. Oh Gott. Wo kommt diese Karte denn jetzt her? Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Warum hat sie die überhaupt noch? Wo bleiben sie denn? Sie müssten doch längst zurück sein. Wo ist der Cleaner hin? Ach, jetzt fährt er deiner Gegend rum. Wie spät ist es jetzt? 20.30 Uhr. Verdammt. Wo steckt sie? Vielleicht könnten sie ihre Eltern anrufen. Jennifer ist online. Wer ist denn Jennifer? Und? Hey Jenny. Richard. Gott sei Dank. Steve hat mir erzählt, dass du im Krankenhaus warst. Ist alles in Ordnung? Ja, dann mach das auch mal, Herr Will. Geht so. Mein Unfall. Ich muss mich noch ein bisschen sammeln. Hör mal Jenny. Ist Tracy bei dir? Äh, nein. Wieso? Sie hat gesagt, sie fährt mit James zu ihren Eltern. Sie wollte eigentlich längst zurück sein. Aha. Also hier ist sie nicht. Ich habe seit Tagen nichts von ihr gehört. Hast du mal versucht, bei ihren Eltern anzurufen? Ja, mein Gott. Ich wollte erst mal mit dir reden, bevor ich mich mit Herman rumschlage. Du weißt ja, wie er ist. Hat Tracy irgendwas zu dir gesagt in den letzten Wochen? Hat sie, ich meine, hat sie dir irgendwas erzählt, das ich wissen sollte? Nein. Komm schon, Jenny. Ich weiß, ihr seid Freundinnen. Aber ich mach mir Sorgen. Naja, sie hat natürlich gesagt, dass es nicht so toll läuft zwischen euch. Aha. Aber das sagt sie schon lange. Und das weißt du ja sicher auch selbst. Ah. Will sie sich von mir trennen? Hat sie das gesagt? Hat sie? Mein Gott, Jennifer. Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. Sie glaubt, dass du eine Affäre hast. Sie will sich also von mir trennen. Ich weiß es nicht, Richard. Hast du denn eine Affäre? Nein. Kann ich irgendwas für dich tun? Ich muss Schluss machen, Jenny. Grüße an Steve. Bis später. Hm, Tracys Eltern. Richard. Na, Abend, Herman. Du, es passt gerade ganz schlecht. Ich weiß. Es passt ja immer schlecht. Ich wollte nur wissen, ob Tracy noch bei euch ist. Tracy? Nein. Okay. Wann ist sie losgefahren? Sie war nicht hier, Richard. Heute nicht. Wie ganze Wochen nicht. Aber, wieso hat sie denn erzählt? Weißt du, Richard, vielleicht hat sie endlich den Absprung geschafft. Da würdest du dich aber freuen. Naja. Wenn du mich fragst, hätte sie schon viel früher gehen sollen. Sie verdient was Besseres als dich. Sie war also nicht bei euch. Vielleicht ist dir was passiert. Ist dir das egal? Richard. Ich kenne meine Tochter. Der geht's gut. Und wenn sie dich endlich los ist, geht's ihr noch viel besser. Na gut. Schönen Abend noch. Ich rufe jetzt Maddy Central an. Mal, ehrliche Menschen, die muss man auch handeln können, ne? Maddy Central, Sie sprechen mit Bot 34521. Eine Personensuche. Verstanden. Nennen Sie bitte Namen, Vornamen und Alter der Person, nach der Sie suchen. Nolan Tracy, Alter 39. Nolan James, Alter 7. Verstanden. Bitte warten Sie. Ihre Suchanfrage hat keine Treffer ergeben. Die gesuchten Personen befinden sich nicht in stationärer Behandlung. Das ist schon mal gut. Wie weit reichen die Informationen zurück? Sie benötigen Security Level 2 für eine weiter zurückreichende Anfrage. Okay, danke. Ich danke Ihnen, Sir. Hast du das gehört? Sie ist nicht bei Ihren Eltern. Im Krankenhaus ist sie auch nicht. Kannst du mir das erklären? Wo steckt sie? Wo ist mein Sohn? Dazu habe ich keine Informationen. Ihr verdammten Dinger speichert doch sonst auch alles. Ich habe gespeichert, dass Ihre Frau zu Ihren Schwiegereltern fahren wollte. Da ist sie aber nicht. Hat Tracy irgendwen getroffen? War jemand hier, als sie gegangen ist? Ein Mann war da. Ein Mann? Wer? Wie hieß er? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Ich will dein Memory-Modul sehen. Mein Memory-Modul darf nur von autorisiertem Servicepersonal der Kurtz Labs eingesehen werden. Wird kein Blödsinn. Öffne den Slot. Es tut mir leid, Sir, aber diesen Eingriff darf ich nicht selbst vornehmen. Gut, dann mache ich das. So werden Sie das nicht aufbekommen, Sir. Sie brauchen den Kalibrierungsschlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Ah, ich sehe ihn schon. Okay. Wollte aber nochmal eben kurz... Müsste noch Nachrichten da haben, glaube ich. Blum schreiben. Möchten wissen? Ja, ich habe noch eine offene Nachricht eben. Mache ich gleich. Ironisch. Bot zertrümmer, wenn ich bin. Ernst. Diese Woche ist ein Bot in mein Leben getreten. Fazit. Im Grunde finde ich es hilfreich, ein Bot um mich zu haben. Seine Anwesenheit macht mir klar, was ich nicht will. Okay. Veröffentlichen. Zack. Ah, ne, ich muss noch warten. Komm, ne. Es ist Ihr stolzer Besitzer eines intelligenten Roboters. Jawohl. So, Frank. Also. Halten Sie Abstand zu den Wänden. Bläh. Ja, Message Bock. Ne, hier ist nichts mehr. Cool. Äh, weg. Wer ist das alter Scan-Fotograf mit dem getroffen? Holographic Scanning. Birds. War das genau. Die Mars-Kolonie. Ah. Äh. Ja, ich weiß. Ich muss Memory-Modul noch. Wer hat das doch da liegen sehen. Genau. Ah, wir haben ja Zeit. Ah, Scherbenschach. Äh, Scherbenschach. Okay. Birds Entertainment Labs. Der Nutzer Nolan James führt in diesem Moment die Rangliste an. Okay? Interagieren. James hat mich im Schach geschlagen. Er ist ein kluger Junge. Und wirklich liebenswert. Was weißt du schon davon? Ich spiele Schach auf sehr hohem Niveau, Sir. Die Base-5-Serie. Du hast doch gar keine Ahnung, was liebenswert ist. Ich mag ihren Sohn sehr. Und er mag mich. Du bist ein Haufen Schrott, sonst nichts. Ich sag ja iRobot. Was ist denn hier für eine komische? Ach, das ist die Weltkarte. Geopolitische Informationen wurden für diese Karte deaktiviert. Eine aktuelle Karte mit der derzeitigen Ausdehung der Vereinigten Staaten des Westens finden Sie auf unitedstatesoptimist.org. Okay. Ach, dieser Roboter, der ist ja ewig hinter mir herstiefel. Ne? Das nervt mich voll. Ich gebe den Schüssel her. Das muss er sein. Ja, das ist er auch. Ist mir egal. Und Assembler. Ich reagiere. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein Essen assembliere? Das schaffe ich gerade noch selbst. Natürlich, Sir. Ich möchte Ihnen nur Arbeit abnehmen. Dafür bin ich da. Trotzdem schlimm. Nein? Es geht also. Zur Assemblierung dieses Produkts fehlen folgende Rohstoffe. Bienenhonig, Weizen, Palmöl. Na. Bin ich ein Pleitegeier oder was ist das? Auch jetzt nicht irgendwie die Möglichkeit, an den Schrank zu gehen und irgendwie was nachzufüllen? Zeichnung wurde angefängigt von Nolan James. Ihr Sohn lässt Sie grüßen. Er hat Ihnen ein Bild gemalt. Ich habe ihm ein bisschen geholfen. Tatsächlich. Tatsächlich. Wie ist er groß, aber wer weiß? Deine wichtigste Aufgabe in dieser Stadt? Ein guter Vater zu sein. John will lernen und wachsen. Du kannst ihm dabei helfen. Jeden Tag. Mr. Newman. Ihr Sohn ist sofort da. Danke. Hallöchen, Doktor. Alles in Ordnung? Mhm. Bist du fertig hier? Für heute. Morgen Vormittag sehen wir ihn wieder. Selbe Zeit, selber Ort. Sie müssen nichts tun. Unser Klinik-Service wird ihn abholen. Gibt es da Schwierigkeiten, Newman? Noch ein Termin? Muss ich mir Sorgen machen? Absolut unnötig. Die Klinik ist verpflichtet, Patienten unter zwölf Jahren nach einem belastenden Ereignis noch mindestens eine Woche zu begleiten. In Johns Fall könnten es auch ein paar Tage mehr werden. Also? Wir sehen uns morgen, John. Komm, ab nach Hause. Oh, gut. Dann ab nach Hause. Und? Was bespricht Dr. Sykes mit dir? Gar nichts. Er stellt Fragen. Was für Fragen? Patientengeheimnis. Okay. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Okay. Ich wollte mal ausprobieren. Amy ist online. Hallo, Amy. Adam, wo seid ihr? Kommt ihr nach Hause? Sind gleich da. Perfekt. Dann bis gleich. Stuart. Adam, ich wollte schon stapelweise Arbeit auf dich abladen. Aber Fred behauptet, du musst dich schonen. Was soll ich sagen? Ohne dich klingen meine Independence-Arien eben nur halb so schön. Ich habe einfach nicht dein Talent. Oder ich bin zu klug für diesen Blödsinn. Vermutlich ersteres. Ja. Ja. Jedenfalls kursiert hier jetzt die neuste Newman-Verschwörungstheorie. Warum liegt ein junger Mann für Tage ohne jeden Kratzer im Bett? Was wird da vertuscht, Adam? Lass mich raten. Das kommt von Lehman. Von wem sonst? Ja. Und was ist deine Theorie? Hast du einen Zwillingsbruder? Äh, nein. Dann ist meine Theorie falsch. Obwohl deine Antwort kam ein bisschen zögerlich. Morgen kommst du wieder. Gewaschen und rasiert. Verstanden? Verstanden. Ausgezeichnet. Wir sehen uns in der Gegenwart, Mr. Newman. Das ist jetzt wahrscheinlich dann übersetzt aus dem Englischen. The Present. Das ist sein Arbeitsplatz. Heißt die Firma The Present. Gegenwart. Na gut. Ich weiß, aber die kann ich doch nur am Holo, am Computer, kann ich die doch nur angucken. Meine ich. Machen wir mal. Meinst du nicht, ich sollte Bescheid wissen? Wer stellt Fragen? Ganz normale Fragen. Wie's mir geht. Was ich denke. Ach, Moment. Das war das. Ich sehe gerade die Unfallbilder. Unfassbar das alles. Ist der Kontakt von World Union Lawyers angekommen? Du musst unbedingt Klage einreichen. Dir steht Schmerzensgeld zu. Wir denken ganz fest an dich. Erhol dich gut. Tante Joan. Ach, ist die Tante Joan lieb. So, wir gehen dann mal raus. Jetzt können wir nochmal den Anleitersohn anzurufen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Auch noch beenden. Es ist Montag und Sie sehen The Present. Ihr Leben ist unser Beruf. Alles, was Ihnen wichtig ist, Mr. Adam Newman. Willkommen bei The Present. Am Sonntag ist es soweit. Ein Meilenstein unserer Zeit. Schmuck-Assembler. Warum hast du denn eine Freude? Ich habe meine Freude. Wem möchtest du ein Geschenk machen, Adam? Meiner Frau. Amy Newman. Diese Halskette würde Amy gefallen. Was denkst du? Ja. Doch, ja. Wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass Sie das... Sicher? Sicher. Hast du nochmal nachgedacht? Es ist eine wirklich schöne Kette, Adam. Ach komm, wir nehmen Sie mit. Was soll's? Ich nehme Sie. Vergiss. Eine Cocktailbar. Old Fashioned, wie üblich, Sir? Oder kann ich Sie zu einem Sunrise überreden? Ihr hattet mal diesen schrecklichen Cocktail. Wir haben Batida, City to Sunrise, Daikiri, Gin, Mai Tai, Old Fashioned, Sour und Vesper. Nein, er hatte einen ganz speziellen Namen. Sind Sie mit der Auswahl unzufrieden? Nein, nein. Es ist nur... Sir? Nein, wahrscheinlich verwechsle ich das. Guten Abend, Knieblond. So, gut. Da gibt es keinen Cocktail, weil die haben nicht den, den wir haben wollen. Oder da, ne? An den wir uns nicht erinnern können. Ja, the present. Das war Governor Kane zum Stand vom Project Independence. Es folgt... So, wir gehen rein. Ab nach Hause. Donuts bei Raumtemperatur mit Schokokrümeln. Ah, 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 ah. John? Adam? Mhm. Mom? Stimme kam jetzt von überall her. Ein Kreis. Na ja. Hm. Okay, das ist nicht so optimal für die Finger. Adam, Gott sei Dank. Geht es dir besser? Aha. Hallo, Frauchen. Amy liebt dich. Das ist schön. Du hast ein bisschen mehr Farbe. Danke, ich... Ja, ja, ich fühle mich besser. Kann ich spielen gehen? Klingt total überzeugend. Kann er? Ja, kann er, natürlich. Aber nicht rumtoben. Du hast sicher tausend Fragen. Eigentlich... Eigentlich nicht. Richtig. Warum solltest du? Tut mir leid, mir schwirrt der Kopf. Ich muss das hier fertig machen. Lässt Governor Kane euch jetzt Überstunden machen? Keine Rücksicht auf die Schwachen. Immer noch das Projekt? Ja, aber es wird gut, Adam. Du wirst sehen. Unfall. Dieser Unfall. Ich kann mich immer noch nicht richtig erinnern. Jo, danke, Knie. Vielleicht besser so, oder nicht? Posttraumatische Effekte. Bisschen was zu knaubeln. Naschen und so ist immer nicht schlecht. Weil Open End und so, da muss man doch noch zu stürmen lesen. Also... Bin ich so ein schlechter Vater? Nein, ich würde sagen, du... Ich meine, du bist kein Totalausfall. Oh Gott. Ist ein Winnie so schlimm? John hatte nie Probleme, damit allein zu bleiben. John ist sieben. Du willst wieder arbeiten? Ich bin kaum zu Hause. Ich glaube, sie wird gut für ihn sein. Ja. Sie wird ihn stabilisieren. Okay? Okay. Okay. Ich muss weiterarbeiten. Leg dich schlafen. Hier. Das... habe ich... Für mich? Nein. Oh, die ist ja... Ist die aus dem Schmuck-Assembler unten auf der Straße? Ja, naja, ich... Ich dachte mir... Nein, die ist... Das ist wirklich süß. Mehr an der Linien. Ja. Sie hat... Ja. Danke, Adam. Du bist ein Schatz. Sieht scheiße aus, aber ich sage es dir nicht. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wie es den ganzen Abend... Demos, etc. Ja, leider, es gibt... Es gibt keine... Er hat es aus dem Müll. Es gibt leider keine... Nur Games. Also, das heißt ja Games und Demos. Leider gibt es nicht nur Gaming. Weil ich heute verschiedenste Spiele spiele halt. Eins hatten wir schon ausprobiert. Und ansonsten... Spontan jetzt erstmal das. Und als nächstes kommt Cry of Fear. Dann irgendwann... Wenn unser Swiss Master... Aus Müll. Das muss Liebe sein. Genau. Memory Lane. Hast du dich wieder mit Grandpa unterhalten? Amy sagt, ich darf das. Das ist nur ein Programm, weißt du? Das ist nicht wirklich Grandpa. Ich weiß. Ein Haufen Gedanken, die er vielleicht mal hatte. Mehr nicht. Ich höre seine Stimme gern. Grandpa ist lustig. Ja. Manchmal war er das. Du kannst auch mit uns reden, weißt du? Ich weiß. Mit Amy und mir. Ich weiß. Ihr seid langweilig. Lasst mich in Ruhe. Ist wirklich alles in Ordnung? Warum? Schon gut. Spiel weiter. Und dann... Gute Nacht, John. Nacht. Spiel weiter. Gute Nacht. Es ist noch hell. Da ist Harvey. Guck. Ach, dieses Spiel ist übrigens auch von Daedalic Entertainment. Deswegen halt Harvey, deine Ecke. Find ich geil. Würde ich gerne einen packen, mitnehmen. Schade. Sollte ich mir jetzt die Bilder nochmal angucken? Sie hat das andere? Nein, sind es nicht. Äh, ja. Ich versuche nochmal den Anwalt. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Ja, wer nicht. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Meinst du, das können wir eine halbe Stunde machen? Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Warum sagt die, wir werden verbunden, wenn dann doch nichts passiert. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Ein bisschen sinnfrei. Hi, Freddy. Schönen guten, oder Frienes. Ich muss ja Frienes sagen. Naja, macht schon Sinn, aber wie lange? Ja, Sinn und Unsinn. So, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Bett. Ich kann auch ins Bett gehen, genau. Ich sollte ja schlafen, hat es ja gesagt, ne? Oh, Rollkragen ist in der Zukunft auch wieder total in. Wie ich jetzt esse. Also das ist ja beneidenswert, ne? So in so Filmen oder... Die Leute schlafen immer direkt ein, ich schaff das nie. Nie. Hinlegen, Penn. Nö. Ist komplett fertig, okay. Wie geht es Ihnen heute Morgen, Sir? Gut. Großartig. Soll ich Ihnen ein... Du hast ja gestern wieder... Hi, Steve. Richard? Du machst ja Sachen. Wie geht's dir? Ich lebe noch. Medi-Central hat uns verständigt. Wir haben uns echt Sorgen gemacht. Sicher habt ihr das? Im Ernst. Frank sagt, du sollst dich ruhig noch schonen. Ich bin okay. Ich komme gleich, muss mal mit dir reden. Persönlich. Okay. Jenny hat schon sowas angedeutet. Es kommt immer alles auf einmal, was? Also dann, bis gleich. Bis gleich. Du warst ja gestern im Chat anwesend, aber wirklich da warst du nicht, ne? Äh, Pinnwand sollte ich mir jetzt angucken, ja? Suchen Sie etwas. Kann ich Ihnen helfen? Du kannst mir helfen, indem du den Mund hältst. Ja, dann ist gut. Wenn da jetzt alles wieder im Griff ist, dann ist ja alles... Puh. Mit Fieber und so ist nicht zu spaßen. Wo ist James? Mann im Apartment? Der Tracy besucht. Genau. Ja. Hier muss ich mir angewöhnen, Q zu drücken, zum Verlassen. Was konnte ich denn mit dem Scheißmodul? Oder mache ich das jetzt, wenn ich da losmarschiere, mit dem Modul? Alter, du nervst. Der rennt die ganze Zeit in der Meer. Naja, aber der hat ja geraftet. Das ist halt doof, wenn du da bist, aber ich kann dich nicht ansprechen und du bist, äh, ja. Bist als Mod nicht zur Verfügung, auch wenn du im Chat bist. Das ist dann halt ein bisschen doof. Ach so, der hat mitgespielt, der Freddy. Ach so, okay. Ja, sonst sag einfach mal im Vorfeld Bescheid, Digga. Eine Nachricht, dann ist alles gut. Ich quatsch dich in meinem Stream zu und da kommt nix. Hm. Ist irgendwie ein bisschen doof. Fahrrad untersuchen. Dieses muskelbetriebene Transportmittel wurde am 20.05.46 erworben. Ich bin Eigentümer. Hat es zuletzt benutzt, niemals. Fühlt dich auf. Oh, dieser Rob. Geh weg! Oh, du nervst, Kollege. Weißt du was? Ich kann ihn nur untersuchen, verdammt. Sind Sie sicher, dass Sie schon wieder arbeiten können, Sir? Das geht dich gar nicht an. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag. Nö, ich verfolge dich doch nicht beim Opa. Ich weiß doch nicht, ob du da jeden Abend bist. An jedem Freitag. Wohin soll ich das wissen? Ich bin ja meistens freitags bei meiner Freundin und da ist Stream gucken immer schlecht. Da ging schon der Raid weg. Warte, der Raid weg, was? Ach so, ja gut. Der hätte es ja noch mal kurz bescheiden. Oh, ist ja egal. Was macht er denn hier mit den Kamerafahrten? Was geht denn? Bitte. Sag mal, bist du nicht? Nein, bin ich nicht. Was finden wir denn da gerade? Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden, Kriminalität effektiver zu kämpfen. Dieser Gegenstand entspricht nicht den Registrierungs- und Sicherheitsrichtlinien der United States of the West. Der Besitz in der Wetterverwaltung ist untersagt. Der Gegenstand ist meldepflichtig. Der Gegenstand dauert nur zwei Minuten. La la la. Breakpoint? Können wir dir das geben? Eigentum der Regierung. Bitte halten Sie sich an die Fortschritte der Brecher hier, die beschädigen uns. Echt? Lass dich scannen. Dann hat wenigstens einer von uns eine Chance. Da spürst du gar nichts. Wie beim Radiologen. Dann machen wir das. Also insgesamt, ich weiß noch nicht, wie das da alles zusammenhängt. Ist noch alles ein bisschen sehr stückhaft, äh, bruchstückhaft. Aber ich mag das Setting. Ich finde das voll gut. Wenn einer von euch das Spiel kennt, The Moment of Silence. Das ist auch, oder Moment of Silence. Das ist auch sehr geil. Kann ich euch nur empfehlen. Guten Morgen. Morgen. Richard, ich komme später nochmal auf Sie zu. Warum? Aha. Wer ist er? Das ist Mr. Davis, Sir. Davis? Nie gehört. Ist er neu? Mr. Lloyd wird sie einander vorstellen. Oh je. Sie werden erwartet bei Mr. Lloyd. Herr Gott, was ist denn so dringend? Ich gehe jetzt erstmal zu Steve. Da ist Richard. Hey. Alles klar? Hey. Hey. Robotics ist ein weiterer Bombenanschlag verübt worden. Die Behörden vermuten einen Attentat der radikalen Technologiegegnergruppe Breakpoint. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb wie... Okay, jetzt kein grünes Dreieck. Kaffeetasse leer. Ich kann diesen Printer-Fraß nicht mehr sehen. Verdammtes Embargo. Am Buffet? Oh, die Mitarbeiter kriegen ein Buffet gestellt. Okay. Äh. Nutrition Labs. Also bitte, nicht mehr als vier Tassen Koffeinhaltigen Kaffee am Tag, ja? Das ist nicht gut für den Blutdruck. Guck mal, Sushi! Handels Embargos der Eastern Union. Können manche Speisen nur noch assembliert werden. Kann ja auch zu Hause essen. Ein Sprecher des Dienstes. Jetzt habe ich hier einen Kaffee gemacht und dann? Kaffeetasse gefüllt. Äh. Da habe ich eine gefüllte Kaffeetasse mit, ja? Kann sie aber nicht benutzen. Das ist interessant. Und drehe ich den jetzt mit sich rum? Einfach mal so in der Jackentasche oder was? Das ist ein Geheimdienstes hinter den Attacken. Nach den Tätern wird mit Hochdruck gefahndet. Hä? Rollcarp? Nee, da will ich noch nicht hin. Also ich glaube, in der Zukunft sollte man tatsächlich eine Fensterreinigung oder Gebäudereinigungsfirma besitzen. Obwohl, das macht dann wahrscheinlich jeder und sind die Preise im Keller, das ist auch scheiße. Ach, da ist doch einer. Guck mal hier. Nochmal dieser Troy. Wer wollte noch erst woanders hin? Wer ist denn der? Warum latschen wir immer an, ja? Mr. Nolan? Ja? Ich wollte mich kurz vorstellen. Jetzt nicht bitte. Ich habe zu tun. Aber ich... Bis später, okay? Na gut. Selbstreinige Fenster wären auch super. Mit Lotus-Effekt. Ich habe schon gesehen, wie sie mit der Weihnachtsmüze... Ich war jetzt gerade am überlegen, warum. Ich habe das bei anderen Streammann auch schon gesehen. Oder überhaupt. Dass die Weihnachtsmüze drauf gesetzt hätten. Aber ich weiß nicht, warum. Und warum bei Freddy wieder nicht? Hast du vielleicht das Emote freigeschaltet bekommen? Oder geschenkt? Oder irgendwie sowas? Ich kann da nicht... Ist denn der Affe? Ich gehe jetzt erstmal an meinen Work-Up. Mal gucken, was da los ist. Untersuchen. Darf ich auch nichts machen. Frank Lloyd, Troy Davis. Was? Da sind noch andere an meinem Arbeitsplatz. Warum? Ja, sag mal, wo ist der denn? Richard. Lass dich mal anschauen. Echt jetzt? Tag, Steve. Kaffee anbieten. Ah, danke. Alter. Gut, ne? Du siehst gut aus. Du solltest öfter ins Krankenhaus gehen. Ja, sicher. Du erholst dich aber noch eine Weile, oder? Ich muss arbeiten, Steve. Ach, Unsinn. Wir haben doch jetzt Troy. Mach Pause. Denk an deine Gesundheit. Und dann ersetzt er mich, oder? Und ich konnte ein Emote ändern. Auch immer die Chatpunkte. Was soll das heißen, ihr habt Troy? Bezahlt der dann auch meine Miete? Tja, das fragst du ihn am besten selbst. Unterstützung für das Team. Mehr hat er uns auch noch nicht gesagt. Aha. Carrie, würdest du Steve und mich kurz allein lassen? Ja, sicher. Was... Was ist denn los? Augenblick. Carrie. Hör mal, Steve. Ich muss mit dir reden. Es ist wegen Tracy. Ihr trennt euch doch nicht etwa. Wie kommst du denn darauf? Hey, das war nur... Das war nur was? Wie kommst du darauf? Hat Tracy was zu dir gesagt? Na ja... Jennifer hat mal was angedeutet. Dass ihr Ärger habt. So. Und warum erzählst du mir nichts davon? Na ja... Sowas kommt ja schon mal vor. Man denkt doch nicht immer gleich ans Schlimmste. Tracy ist weg. Wie... Weg. Sie hat gesagt, sie wollte mit James zu ihren Eltern. Sonntag wollte sie zurück sein. Sonntag war gestern. Hm. Hast du schon... Ich hab überall angerufen. Bei ihren Eltern ist sie nicht. Im Krankenhaus auch nicht. Sie kommt bestimmt zurück. Ich glaube, sie hat einen anderen Mann. Aber sie hat sogar einen Bot gekauft. Sie hat einen Bot angeschafft. So ein Base-5-Ding. Ein Base-5? Wozu hat sie den denn gekauft? Um mich zu nerven wahrscheinlich. Der Bot hat einen Memory-Chip. Und weiter? Ich will ihn auslesen. Der Bot hat aufgezeichnet, wer bei mir im Apartment war. Sie will gehen? Meinetwegen. Aber James bleibt bei mir. Oh, das klingt nach Krieg. Verstehe. Hm. Soweit ich weiß, sind diese Chips verschlüsselt. Deshalb komme ich zu dir. Zeig mal her. Okay. Das ist eine Level-2-Verschlüsselung. Das kriege ich hin. Dauert aber ein bisschen. Eine Stunde auf jeden Fall. Ich muss sowieso zu Frank. Mach dir nicht so viele Sorgen. Das klärt sich schon auf. Wir haben jetzt 22. Richard? Ich wäre soweit. Was haben wir? Komische Uhrzeit. Was ist das jetzt? Na, sagen wir einfach, es ist 23 nach 4. Stunde brauche. Oder eines gegnerischen Geheimdienstes hinter den Attacken. Kann ich den nochmal anwatscheln? Nee. Das geht mir voll auf den Kriegs. Hallo. Richard, mein Lieber, komm rein. Sag mal, was machst du denn für Sachen? Tja, keine Ahnung. Ein Unfall eben. Und du kannst dich an nichts erinnern? An den Unfall nicht. Was sagen die Ärzte? Die sagen, ich bin bald wieder voll da. Gut. Sehr gut. Ihr werdet mich noch ein bisschen aushalten müssen. Tja, genau. Hör mal, Richard, du musst dich jetzt nicht gleich wieder total aufreiben. Denk an deine Gesundheit. Du hast Familie. Ja. Geht's gut. Du redest, als ob ich todkrank wäre, Frank. Mir geht's gut. Du solltest kürzer treten. Wirklich. Mach dir um uns keine Sorgen. Wir kommen zurecht. Ihr kommt zurecht? Wie meinst du denn das? Gibt es was, das ich wissen sollte? Augenblick mal. Mr. Lloyd, ich hatte jetzt Zeit. Gleich, Troy. Ich spreche hier gerade mit einem alten Freund. Entschuldige. Vielleicht mache ich einfach mal das Ding zu. So, jetzt sind wir ungestört. So, jetzt kriegst er. Jop, vor allem. Hör zu, Richard. Ich wollte schon länger mit dir darüber reden. Wir haben neue Direktiven bekommen aus der Geschäftsleitung. Aha. Ja, sie betreffen auch deine Arbeit. Bin ich gefeuert? Das ist nicht dein Ernst, Frank. Nein, gefeuert doch nicht. Wir organisieren nur die Zusammenarbeit neu. Wir würden dich gern als freien Autor einsetzen. Du bekommst einen Rahmenvertrag, ein Jahr erst mal und dann sehen wir weiter. Ihr schmeißt mich raus. Ich glaub's ja nicht. Schau mal. Du hast viel für The Voice getan und wir möchten dich auf jeden Fall halten, aber... Aber was? Aber deine Kolumne. Es gibt durchaus auch kritische Stimmen dazu. Ja, du... Könnte ich wenigstens meinen Arbeitsplatz im Newsroom behalten? Richard, wir kennen uns schon lange, aber du musst verstehen... Alles klar. Natürlich bist du immer willkommen. Du kannst auch die Cloud-Services weiter benutzen. Okay. Und wenn du irgendwas brauchst... Dann komm ich zu dir. Hey, wir sind Profis, oder? Du weißt so gut wie ich, dass es schon mal so laufen kann. Oh, ist das Scheiße. Okay, Frank. Du hast bestimmt noch zu tun. Eiskalt abserviert. Also, es wird in der Zukunft auch nicht besser. Chefredaktiv. Habe ich dich jetzt verprügeln? Nein. Verdammt. Habe ich jetzt bestimmt auch nicht... Nein. Die alte Haut ab. Der Job geht flöten. Läuft. Bei ihm. Richtig gut. Die Mars-Kolonie Red One. Ja. Hm. Hey. Was ist dir denn über die Leber gelaufen? Ist was passiert? Hat Frank dich auf irgendeinen Mist angesetzt? Nein. Was dann? Was ist los? Ich bin gefeuert. Was? Rausgeschmissen. Ja. Wieso das denn? Das musst du Frank fragen. Irgendein Schwachsinn. Direktive der Geschäftsleitung. Ich bekomme einen Projektvertrag. Auf ein Jahr befristet. Das gibt's doch nicht. Du musst dir einen Anwalt nehmen. Ach, hör bloß auf. Und... Musst du jetzt deinen Arbeitsplatz räumen? Jo. Dein neuer Kollege Troy sitzt da ab morgen. Frank lässt mich aber hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich darf auch das Netzwerk benutzen. Großzügig, was? Wie bist du mit dem Memory-Chip vorangekommen? Ach so. Ja. Ich bin fertig. Ich brauche eine Stunde. Es ist fünf Minuten später. Na und? Was ist drauf? Zeig mal her. Okay. Na schön. Sieh es dir an. Ach, Mosaik wechseln. Ach so. Nein. Muss einer der anderen Räume sein. Flucht. Okay. Das sieht besser aus. Sohnemann war auch da. Das ist es noch nicht. So. Fast geschafft. Mit Koffern. Ach was. Ach so muss ich. Ich muss das komplett zusammenführen. Alles klar. Okay. Ich hab's. Da. Da ist er. Siehst du ihn? Was macht dieser Armrichter in meinem Apartment? Wie es aussieht, hilft der Tracy beim Zusammenpacken. Boah. Ist das hart. Ich bringe ihn um, Steve. Oh, das ist aber hart. Ich bringe ihn um. Wer ist das? Richard. Du weißt doch gar nicht, wie er zu Tracy steht. Er könnte einfach ein Umzugshelfer sein. Klar, im Umzug. Es ist doch ganz klar, was da läuft. Tracy ist mit die Sam. Die Sam. Na. Und James. James hat sie gleich mitgenommen. Ich muss wissen, wer das ist. Ich muss meinen Jungen zurückholen. Du musst mir helfen, Steve. Ihn identifizieren? Na gut. Wir können's ja mal probieren. Mach eine Bildvergleichssuche. Schick es durch die Archivdatenbank. Okay. Und ihm eine Affäre unterschlagen. Gar nichts? Er muss doch irgendwelche Spuren in der Cloud hinterlassen haben. Vielleicht ist er ein Hacker. Was ist mit seinen Bewegungen? Die kann ich nicht prüfen. Vielleicht doch. Es gefällt mir nicht, aber... Movescan. Wir checken sein Bewegungsprofil. Und finden raus, wer er ist. Richard, Movescan ist eine Polizeidatenbank. Damit finden wir ihn. Hast du nicht selbst dazu? Hast du einen Riesenartikel? Ich weiß, Steve. Aber hier geht's um meinen Jungen. Wir brauchen nur einen Zugang. Das ist illegal. Außerdem, wo willst du denn... Das lass meine Sorge sein. Zwielichtiges Volk gibt's unten ja genug. Okay. Okay, Steve. Danke erstmal. Ich muss los. Ich meld mich. Das ist ja eine Nummer. So, ich wollte... Warte mal. Wo ist denn die Uschi gewesen, mit der wir vorhin hätten quatschen? Wie heute bekannt wurde, haben Cyberkriminelle bereits im vergangenen Monat den Kommunikationsdienst The Cloud gehackt. Ein Sprecher des Dienstes teilte mit, dass die Einbringenden in der Lage sein... Okay, hier gibt's nichts mehr für uns zu holen. Dann düsen wir mal raus hier. Oh, bei dem läuft's ja richtig... Nach den Tätern haben wir mit Hochdruck gefahndet. Das ist nicht gut. Also, da hätte ich auch gar keinen Bock drauf. Oh wow, ist hier schon drei Bots? Helfen Sie unseren Behörden, Kriminalität effektiver zu bekämpfen. Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger... Hallo, Dealer. Scheuer, Jackie. Geolocation ist missing. Arbeitslos. Die Jungs sind hinten, wenn du was brauchst. Ach nein. Da bist du ja wieder, Mann. Brauchst doch was, hm? Ich hab's gewusst. Wo ist der Typ, der eben noch dabei war? Euer Freund? Chase. Hey, nicht jetzt, Mann. Chase redet gerade mit Dr. Roboarm. Roboarm? Vor einer Stunde ungefähr. Und du bist ganz sicher? Okay. Verstehe. Der ist gerade beschäftigt. Aber du kannst auch bei mir kaufen. Du sagtest, ihr habt illegale Passwörter. Ich brauche eins für MoveScan. Für eine Recherche. MoveScan? Bekommst du von uns. Für 800. Verschlüsselt natürlich. Na sowas. Da ist er ja wieder. Hör zu. Ich rufe dich später zurück. Okay. Sonst noch was? Hm. Ich habe gerade von dir gesprochen. So? Mit wem denn? Vielleicht sagst du mir mal deinen Namen. Wozu? Ich weiß gern, mit wem ich Geschäfte mache. Aha. Na schön. Richard. Hm. Und weiter? Richard? Nolan. Richard Nolan. Ich bin Journalist. Natürlich. Richard Nolan. Ja, genau. Hast du ein Problem damit? Nein, aber du hast jetzt eins. Schnapp den euch. Hey, hey. Moment mal. Ganz ruhig, ja? Jetzt pass mal auf, Bulle. Wenn du das nächste Mal in Kauf fingierst, solltest du dir einen anderen Namen aussuchen. Ich bin kein Bulle. Richard Nolan ist tot. Hä? Was? Wer sagt das? Jay sagt das. Er lässt dich grüßen. Und wünscht dir einen schönen Krankenhausaufenthalt. Macht ihn fertig. Okay, ich habe gedacht, ich dürfte mich jetzt wenigstens verteidigen, aber... Nö. Ach, jetzt sind wir wieder bei dem anderen. Ach, er träumt bestimmt vom Unfall. Oder... vom Unfallort. Dieses Fahrzeug ist Eigentum der Cabin Car Incorporated. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Cabin Car Incorporated haftet nicht für Sach- oder Personenschäden. Ach, nee. Ach, nee. Was zum Teufel? Hab dich. Find Charlie. Find Charlie. Okay. Okay. Finde Charlie. Sonderbare Nacht. Sonderbare Nacht. Diese Melodie. Amy? Von allen Fragen der Welt gibt es eine, die du dir täglich stellen solltest, John. Was ist das? Glück entsteht in deinem Gehirn. Möglicherweise schädlich bitte, wenn du dich entweder bist. Das ist ein ziemliches Gehirn. Ich verliere den Verstand. Ich verliere wirklich den Verstand. Oder... Oder... Das ist irgendein alberner Test. Was? Ähm... Sohnemann ist im Bett. Ja, ist doch schön. Was machst du denn? So. Alter. Aber zu das Krankenhaus hat es anscheinend doch nicht gereicht. Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Helfen Sie unseren Behörden. Ob wir den Chip da noch haben? Die haben mich immerhin nicht getötet. Das wäre auch komisch, wenn dieses Spiel dann schon beendet wäre. Mindestens. Weißt du, wer damit gemeint sein könnte? Irgendein Hacker wahrscheinlich. Irgendwas war mit seinem Arm. Ein Hacker? Jay? Irgendwas mit seinem Arm? Augmentiert? Ah, da gäbe es doch diesen, äh, diesen Anarcho. Warte mal. Ich ziehe dir mal ein bisschen Material zu den Stichworten aus dem Archiv. Vielleicht findest du ihn da. Terroristen aus dem Umfeld des Doomsday-Clubs. Diese Breakpoint-Hacker vermutlich. Hm. Ach Gott, jetzt muss ich... Ach du Scheibenhonig, okay. Oh Gott, wie soll das denn... Also. 29.11.47. Jay. Jay Kusowski. Gesuchter Terrorist. Untergetaucht. Untergetaucht. Okay, aber wo? Noch mehr Bots. Wundervoll. Sechste Version von den Bots. Hallo? Jack McHale. Augmentierte Arme. Hacker. Wow. Wie ist denn das alles zu sortieren? Ah, okay. Ich verstehe. Alles klar. Okay. Jeff Kusowski. Augmentierter Arm. Das hier. Das führt weiter. Ich verstehe. Ich verstehe. Hmm. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. Okay. Jack McHale. Okay. Soviel zu Jack. Meine Ahnung, wie man das zusammenlegen soll. Ah, Ahnung. Oh, meine Güte. Seh dir das an. Jack Kosowski. Breakpoint. Das ist ein Forscher, das ist eine Pläne von der Große. Nein. Nein. Guten Abend, Captain Slow. Grüße dich. Hardware-Hacker. Das passt alles nicht zusammen. Alter Schwede, boah, was? Geh mal weg hier. Machen wir erstmal alles weg. Okay. Das sieht besser aus. Das hat eine Pläne voll fest. Vielleichtломull Flex. Aber gut. Ja, mehr Ahnung. Das stimmt. Oder mich launchiert. collaborators sind früffhkit. Alles nicht gut. pumpfhkit. Total 종at. Kur points pénis. Nein, ich drück mal den falschen Knopf, entschuldige Hüfte. Nation. Sieh dir das hier an. Wen meinst du denn jetzt? Ach, den Käpt'n, okay. Na, Alter. Irgendwas muss sich übersehen. Ja, ich glaub auch. Irgendwas muss sich übersehen. Das hier. Das führt weiter. Das, das sieht interessant aus. Jeff Kusowski. Robotics-Forscher. Augmentierung am rechten Unterarm. Gilt als Maschinenstürmer. Breakpoint. Untergetaucht. Verbindungen zur anarchistischen Szene Berlins. Doomsday. Das ist dieser Anarcho-Club. Da könnte ich es versuchen. Okay, Steve. Danke. Wegen der Move-Scan-Abfrage melde ich mich. Du willst zum Doomsday? Bist du verrückt? Da ist jede Woche eine Razzia. Ich will wissen, warum ich angeblich tot bin. Was soll denn das, Richard? Das ist nur Junkie-Geschwätz. Du lebst doch. Kümmere dich lieber um Tracy und James. Und um deine Gesundheit. Ich weiß nicht, Steve. Ich hab ein ungutes Gefühl. Warum glaubt ihr, dass ich tot bin? Vielleicht weiß er auch was über Tracy und James. Okay. Das ist ja wie eine Verschwörung. Okay. Da kann ich nicht dran arbeiten. Kann ich mit ihm da hinten nochmal? Der ist nicht da. Kann ich an seinen Arbeitsplatz? Wahrscheinlich nicht. Guck mal. World of Warships. Der Spaten ist auch nicht mehr da. Hm. Bing, bong. Die Kaffee-Taste ist und bleibt leer. Dass die Kolonie innerhalb weniger Tage autark werden könnte. Hat er seine Kaffee-Taste dann noch stehen? Nee, schade. Kann ich nicht nehmen, sonst hätte ich mir jetzt eine volle Tasse Kaffee geklaut. Aber ich darf ja nicht. Die Kaffee-Taste zu bekämpfen helfen sie unseren behörden das leben künftiger generationen zu verbessern dieses fahrzeug ist eigentum sagt ja west plaza tower hatte ich da auch noch irgendwas obdachloser ok alex felix anders ok bots haben ihnen den job weggenommen wo haben sie gearbeitet die bots bauen sich jetzt selbst ist ein bisschen komplexer aber mehr passt er nicht aufs schild sorry ich habe nur diesen regel meine sembler streckt danke man sie sind ein heiliger sonst kommt man ja auch glaube ich nirgends hin unsere zukunft als mars kolonist ist alles zugestellt hier rechts helfen sie unseren behörden krankheiten zu besiegen helfen sie unseren behörden kriminalität er ist alles zug okay dann kann ich nur zurück nach hause kiosk kiosk haben sie kinder helfen sie unseren behörden das leben künftiger generationen zu verbessern diese seiten sie sich nehmen gar nicht mehr nichts geht schon man ich ruf mir die center nah es geht schon nee ab nach hause was macht ein journalist schon wieder zurück sah sie ganz so aus hatten sie einen erfolgreichen tag bis absolut was macht uns als journalist so wichtig dass man unseren tod gegen giert upgrade möglich vom spielzeug diese analogen spielzeuge sind veraltet digitales spielzeug ist über den cloud haben verfügbar immer noch keine nachrichten von den beiden sermen das tut mir leid vielleicht sollten wir versuchen wir sollten gar nichts kann ich noch nicht mal abschalten absolut das gefühl dass der mich ausspioniert wie es heute bekannt wurde haben cyberkriminelle bereits im vergangenen monat den kommunikationsdienst die cloud gehackt ein sprecher des dienstes teilte mit dass die eindringlinge in der lage seien dieses produktes fehlen folgende rohstoffe herzustellen und in unaufzumringen experten vermuten die organisierte kampagne eines kriminellen netzwerks oder eines gegnerischen geheimdienstes das ist doch alles kacke nach den tätern wird mit hochdruck gefahndet still alone wer schickt mir das immer noch allein hier ist der newsflash von the voice ihrer stimme für berlin und die westliche welt dieser roboter produktionsgebäude von kürz robotix ist ein weiterer bombenanschlag verübt worden die behörden vermuten ein dieses also dieser typ geht mir voll auf den sack das klavier ist aber echt am Arsch. Völlig verstimmt. Oh. Nicht schön. Was kann ich tun? Was kann ich tun? Was ist denn das da oben? Bücher. Super. Geh mal an meinen Hub. Cloud Hub. Kann ich nur untersuchen. Ist nichts los. Schon wieder das Ding. Geh mal Richard Nolan. Pulitzerpreis. Und jetzt entlassen. Läuft. Jess Korsowski. Behaupte, dass ich tot bin. Anarcho Club Doomsday. Mars Kolonie, das kennen wir jetzt hier schon. Entschuldigung. Nicht immer Escape drücken. Ah, ist das ein Scheiß. Kann mich auch ins Bett legen, oder? Nee, kann ich auch nicht. Sehr merkwürdig. Schau mal hier. Bügel liegen auf der Erde rum. Fluchtartig die Hütte verlassen. Wo ist denn jetzt der Typ, der uns die ganze Zeit auf den Sack gegangen ist? Wo ist er hin? Ah, steht er da doof rum. Ich schmitte dich reden, ne? Hä? Anarcho Club, wie komme ich schon dahin? Oder habe ich den gerade übersehen? Kann ich hier noch irgendwas finden? Guck mal. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Aha! Aha! Aber ich glaube, die Location, wo der wohnt, ist tatsächlich etwas preiswerter, als das, wo unser Adam wohnt. So was mag ich ja so Einzelkabinen. Geht dann keiner auf den Sack? Keiner sitzt neben dir, der dich ekelig zuatmet oder ansonsten aus Sonst wie ausdünstet. Äh. Noch ein Flyer. Die Insel in deinem Kopf, die beliebteste virtuelle Welt aller Zeiten. Kein Streaming. Hm? Nicht autorisierte Streamer werden permanent gebannt. Da ist Doomsday. Boah, Alter. Berlin Police. Bitte bleiben Sie hinter der Abstellung. Diese Maßnahme dient Ihrer Sicherheit. Okay, okay. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Jetzt komm schon, Mann. Lass uns rein. Komm, wir gehen mal zur Curry. Ah, ich hätte jetzt Bock auf eine Currywurst. Das wäre ja auch geil. Richard Nolan? Ach, das noch. All die nicht erkannt. Anonym. 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 Meiser. Genau. Brought to you by Jeff. Okay. IG. IG. Anonymizer. Brought to you. Brought to you by Jeff. Okay. Boah, ich hasse Leadspeak. Smee. Altes Haus. Sekunde. Da kommt jemand. Ey, Mann. Bist du Neverlander? Ja. Aus deinem Starterpack. Ich kann dir alles besorgen. Häuser, Titel, Flügel. Verkaufen sie auch Real-Life-Sachen? Real-Life? Na, wenn du drauf stehst. Bei mir kriegst du alles. Was brauchst du denn? Ja, irgendein Noob. Ich kling mich kurz aus. Ich überlege noch, okay? Alles klar. Dann haben wir eine Info, mit der wir wahrscheinlich später was anfangen können. Ach, sollten wir da rein? Ich weiß es nicht. Moin. ID nicht erkannt. Moment. Du nicht. Wieso nicht? Wir laden es nicht für dich. Ich komme schon zurecht. Meinst du, ja? Hast du einen Code? Oder einen Companion-Code? Dachte ich mir. Geh nach Hause zu deiner Familie. Ach so. Hat einer von euch ein Companion-Code für mich? Ach, bestimmt nicht für dich, Alter. Die Faschos stürmen heute noch. Jede Wette. Faschos. Hallo, Faye. Faye, ich habe dich kaum wiedererkannt. Da ist aber einer mutig. Ich dachte, hier verendet nur der Auswurf des Techno-Kapitalismus. Oder wie war das noch? In deiner Recherche damals. Tut mir leid, Faye. Ich habe es ein bisschen eilig. Warum stehst du draußen? Kein Companion-Code? Hab schon versucht, Mina zu erreichen. Alle Signale sind unterbrochen. Ach. Mina ist im Club? Mina ist immer im Club. Moment, ja? Der Typ ist zurück. Empfang? Sie haben Empfang? Sicher. Wie machen Sie das? Wizard. Kann ich dir besorgen. Ist aber nicht ganz legal. Schon klar. Wie viel? 900. 900? Davon kann ich einen Monat leben. Ihr sind überall Drohnen, Mann. Solche Geschäfte macht man in Netherland. Ich brauche einen Companion-Code. Schön. Gib mir deine ID und ich schicke morgen... Ich brauche ihn jetzt. Egal. Was soll's. Die Wizard kaufen wir auch mal. Abgemacht. Und hier ist dein Wizard. Und hier ist dein Wizard. Was habe ich damit jetzt gemacht? Ach, geil. Ist ja ein Ding. Wie komme ich zu der Ehre? Ist Tracy auch da? Nein. Ist was passiert? Nein. Alles in Ordnung. Wow. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir beide chatten. Hör mal, Mina. Ich will im Club ein paar Leute treffen und... Du hast keinen Companion-Code. Nöp. Ich schicke dir einen. Du triffst mich drinnen beim Eingang. Geht doch. Neue Daten von Unbekannt. Ach so. Ach so, das heißt Inventar. Wizard. Na ja, wir gehen mal hin. Wo hast du denn Tracy gelassen? Mein Companion-Code. Was wird innen her? Dann rein da. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. So, jetzt mal eine saublöde Frage. Laden. Okay, man kann die extra speichern. Ah. Okay. The wall is back. Nicht erkannt. Ah ja. Richard Nolan im Doomsday. Tracy würde dich umbringen. Du musst es ihr ja nicht erzählen. Sie meldet sich ja sowieso nie. Mina. Nein, ist okay. Ich verstehe das. Familie, Kinder. Ach. Die letzte Zeit war nicht leicht für Tracy. Ach, hör auf. Bei Jennifer ruft sie an. Arbeitet sie denn noch für Boutet? Wie geht's dir denn? Nächste Woche wieder drei Shows. Ich werde noch wahnsinnig. Tatsächlich? Für die großen Designer? Immer ganz vorne mit dabei. Nicht schlecht. Da ist Tracy bestimmt neidisch, hm? Okay, du musst eh. Du bist jetzt öfter hier, was? Naja, warum nicht? Ich hab hier alles, was ich brauche. Methylin und Schnaps? Du warst schon mal charmanter, Richard. Ich suche einen gewissen Jeff. Kosowski oder so ähnlich. Kosowski? Oh Gott. Was willst du denn von dem? Tja. Ich will ihn nur mal kennenlernen. Aha. Na, wenn du das brauchst. Frag Luisa. Hinter der Bar. Die steht auf solche Typen. Richard. Warte mal. Was denn? Nimmt Tracy noch? Du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Jetzt guck nicht so. Ich brauch halt meine kleinen Träume. Ich kann dir da wirklich nicht helfen, Mina. Dann gib mir wenigstens ein paar Credits. Ich bin total abgebrannt. Wie kann das denn sein? Tut mir leid, Mina. Nicht für Drogen. Warte! Ich werde irre ohne das Zeug. Idiot! Ach, jetzt bin ich auf einmal die Idiot. Gucken wir uns mal um hier. Wo ist die Bar? Sieht nicht so aus, als wäre sie oben. Da ist sie. Hallo Luisa. Und du? Und du? Doomsday White. Ein Doomsday Vice, bitte. Kommt sofort. Hey, du siehst aus wie Richard Nolan. Ja, das höre ich öfter. Da werde ich drauf. Verdammt ähnlich. Aber der war jünger, oder? Ja. Nolan? Oder ich? Small Dog. Nolan war doch super. Drone Gate, weißt du das nicht mehr? Das war wichtig. Das war vor zehn Jahren. Malcolm. Vielleicht können Sie mir helfen. Ich suche jemanden. Einen gewissen Jeff. Jeff? Jeder kennt... Es gibt hier keinen Jeff. Ich habe gehört, er ist öfter hier. Sag mal... Wie heißt du noch gleich? Richard Nolan. Haha. Humor hat er ja. Vielleicht trinken wir erst mal was. Ach nein. Die Tour kenne ich noch gar nicht. Der Spitzel will mir einen ausgeben. Was sagst du dazu? Ich habe einen anderen Vorschlag, Mann. Du trinkst aus und verziehst dich. Hey. Was ist mit Jeff? Wieso triffst du dich... Okay. Richard Nolan. Ich sag dir jetzt mal was. In diesem Laden stellst du besser keine dummen Fragen. Entweder du kennst die Leute oder du kennst sie nicht. Alles klar? Ich würde nicht fragen, wenn es nicht wichtig wäre. Wenn es wichtig wäre, würdest du Jeff kennen. Oh, ein Armleuchter. Ist die Musik irgendwie sehr leise. So komme ich nicht an den Rand. Und? Hast du Spaß? Du hast nicht zufällig den Kontakt von der Barfrau. Von Luisa? Was hast du denn vor? Ich will nur mit ihr reden. Ja, na klar. Ich schicke ihn dir. Gegen ein paar Credits, okay? Bearbeitungsgebühren und so. Okay. Ich bin nicht dein Dealer, Mina. Gott. Nicht dein Dealer, Mina. Kein Wunder, dass du Frauen nur rumkriegst, wenn sie heise sind. Okay, ich kriege also den Code nicht. Ich muss ihr also Geld geben. Nur ein paar Credits. Ich habe dir was überwiesen. Du bist ein Schatz. Ich schicke dir Luisas Daten. Was? 30 Credits? Ernsthaft? Idiot. Oh, ist das eine blöde Kuh. Oh, doch geht. Nicht hier. Ich bin nicht allein. Ah, überall stehen Leute. Oh, das sieht doch ganz gut aus hier, oder? Du bist ganz schön hartnäckig. Hören Sie, ich bin kein Spitze. Aber ich muss mit Jeff reden. Was ist denn so dringend? Das werde ich ihm selbst sagen. So läuft das nicht, süßer. Du musst schon... Na schön. Er erzählt, dass ich tot bin. Tot? Ja, richtig. Ich würde ihn gerne mal sprechen, das wird... Ja, das ist nicht. Bis zum Besitz. Du musst schon, musst schon. Hey. Wer sind Sie? Nicht so wichtig. Geh zur Schaltzentrale für die Leitshow. Ebene 2. Was? Ich melde mich wieder. Ebene 2. Da hinten, okay. Na gut. Dann testen wir das mal an. Ja, moin. Wir müssen die Suchdrohnen loswerden. Dann können wir reden. Wo sind sie denn? Error, okay. Wo willst du hin? Eine Drohne ist noch aktiv. Entschuldigung. Wo denn? Ich sehe keine Drohne mehr. Na, dann wechseln wir mal den Laser. Hallo? Das wird dir zu Hause niemand glauben. Komm rauf in meine Lounge. Karl lässt dich durch. Du suchst eine Familie, ja? Woher wissen sie davon? Man hört so dies und das. Ich muss mit Jeff Kusowski reden. Das wollen manche. Richard Nolan? Der bin ich. Und du bist Jeff, ja? Was zum Teufel? Du bist tot, Mann! Nein. Davon habe ich gehört. Wie hast du das überlebt? Wie hast du es geschafft, aus dem Gebäude zu kommen? Da war alles voll mit Bots und Drohnen. Ich glaube, erst mal habe ich ein paar Fragen. Das gibt's doch nicht. Wahrscheinlich ist es genau während des Uploads passiert. Das ist ein gravierender Eingriff. Dein Geist müsste da oben sein. Zumindest solltest du im Koma liegen. Wovon redest du? Ich will jetzt sofort wissen, was hier los ist. Erst muss ich mit ein paar Leuten sprechen. Ich will es jetzt wissen. Hey, hey. Kein Grund rumzuschreien, okay? Also Richard, nach unseren Informationen bist du vor einer Woche in einer Einrichtung der Kurtz Labs gewesen. Hast du dort recherchiert? Warst du freiwillig da? Ich war nicht in den Kurtz Labs. Ich hatte einen Unfall. Okay. Du weißt von gar nichts. Wir hatten vermutet, dass es irgendwie mit deiner Arbeit zusammenhängt. Erst nach dem Anschlag haben wir herausgefunden, dass du da warst. Ich verstehe kein Wort. Richard, du kennst sicher die Nachrichten. Der Anschlag auf die Kurtz Labs? Er hat genau das Laborgebäude getroffen, in dem du warst. Ich versichere dir. Wir wussten das nicht. Sonst hätten wir... Ich war in keinem Labor. Ich war in einem Cabin Car. Du warst im Gebäude. Wir haben das erst bei der Auswertung herausgefunden. Wir konnten dich tracen. Ihr habt den Anschlag ausgeführt? Warum war ich da? Wieso war ich da? Waren Tracy und James... Okay, Richard, hör zu. Die Kurtz Labs arbeiten an einem Projekt. Wir wissen erst seit kurzem davon. Sie übertragen gewaltige Datenmengen auf unbekannte Server. Jeden Tag. Seit Wochen. Wir glauben, dass sie einen Weg gefunden haben, Gehirne hochzuladen. Gehirne hochzuladen? Also, Mind Uploads? Das heißt, dieser Adam, den wir auf der anderen Seite spielen... Und wir glauben, dass sie dich hochgeladen haben. Mich? Ja. Verstehst du? Das ist doch verrückt. Ich bin hier. Mhm. Und genau das ist erstaunlich. Teile deiner Daten sind nämlich woanders. Wie? Woanders? Wo denn? Das wissen wir nicht genau. Es muss ein digitales Konstrukt sein. Wir haben versucht, Kontakt dorthin aufzunehmen. Wir haben die Leitung nachgebaut und selbst einen Mann hochgeladen. Charlie. Die Verbindung zu ihm ist sofort abgebrochen. Danach haben wir versucht, Kontakt zu dir aufzunehmen. Aber ich bin hier. Ja und nein. Oh Mann. Es gibt eine Art Kopie von dir. Vermutlich ist sie modifiziert. Eine Kopie? Einen zweiten, Richard? Einen zweiten Mann. Wir wissen nicht, wie stark er von dir abweicht und was für Lücken er hat. Im Augenblick versuchen wir ihm, Daten aus deiner Biografie hochzuladen, um die Verbindung zu stabilisieren. Die meisten deiner direkten Daten sind gelöscht. Also stützen wir uns auf Material zweiten und dritten Grades. Verwandte, Bekannte, jeder, mit dem du jemals Kontakt hattest. Wie viele Daten habt ihr? Eine Menge, Richard. Aber das ist nur ein Bruchteil von dem, was Kurt's Labs gesammelt hat. Du brauchst einen Moment, oder? Ich saß in einem Cabin-Car. Es hatte einen Unfall. Ich war im Krankenhaus. Nein, Richard. Man hat versucht, dich hochzuladen. Und meine Familie? Sie sind verschwunden. Beide. Hattet ihr Probleme? Kann man wohl sagen. Kann man wohl sagen. Vielleicht haben sie dich verlassen. Vielleicht hast du sie verlassen. Wie bist du in das Labor gekommen? War das deine Entscheidung? Hast du dem Upload zugestimmt? Aber ehrlich gesagt erinnern wir uns nicht, ne? Ich erinnere mich nicht. Vielleicht weiß dein alter Ego etwas. Er ist ein Teil von dir. Nimm Kontakt zu ihm auf. Sein Name ist Adam Newman. Ich soll... Wir haben Zugriff auf deine Datensätze. Sie sind verschlüsselt. Man kann sie nicht einsehen. Aber er kann das wahrscheinlich. Wieso? Weil er in einer virtuellen Umgebung ist. Der da... Bin ich? Nein. Der da ist ein virtuelles Konstrukt. Basierend auf deinen Erinnerungen. Vermutlich kann er sich an dein Leben aber gar nicht erinnern. Das musst du ändern. Wozu? Damit er uns glaubt. Damit er uns hilft, Charlie zu finden. Und deine Familie. Du kriegst dein Leben wieder zusammen. Und wir wissen, was Kurtz da baut. Hier. Das heißt... Breakpoint. Ich rekonstruiere mein Gedächtnis. Euer Gedächtnis. Okay. Ich schätze, das reicht erstmal, oder? Geh jetzt. Und pass auf dich auf. Wie... Wie erreiche ich dich? Gar nicht. Ich erreiche dich. Phil, gib dir noch ein paar Spielzeuge mit. Du wirst sie brauchen. Wir bleiben in Verbindung, Richard. Verlass dich drauf. Ich hab mir sowas ähnliches ja schon fast gedacht. So. Mal eben ganz kurz. Ganz kurz. Der passt mir gerade. Wartet, sehe ich. Erstmal rum. Talalala. Zack. Das ist wirklich komplett abgerätet. Aber cool. Gefällt mir gut. Mir gefällt das sehr gut. Hallo, Phil. Gömmel. Hä? Ha. You wish. Hahaha. Geil. Na? Wie war's mit Jeff? Ja, toll. Er sagt, du hast noch was für mich. Ja. Nur ein bisschen Standardausrüstung. Das Wichtigste zuerst. Eine gehackte ID. Wenn du damit auflegst, hast du einen Haufen Ärger. Verstanden? Alles klar. Gut. Und jetzt richte ich noch eine Cloud-Call-Verschlüsselung für dich ein. So, das war's schon. Damit bist du vorläufig runter vom Datenradar. Fragen? Ungefähr eine Million. Na dann, willkommen in der Illegalität. Geh zu dem Terminal. Dann zeige ich dir ein paar von unseren Tricks. Alter, was. Oh, Mann. Ich zeige dir jetzt, wie du eine Suchdrohne übernimmst. Los geht's. Du bist drin. Schau dir alles an. Entwickele ein Gefühl für das System. Mach dich erstmal mit der Steuerung vertraut. Gut. Wir suchen einen Jack. Jack irgendwas. Er arbeitet für ein VR-Unternehmen. Sieh zu, ob du ihn irgendwo findest. Er ist glatzköpfig und trägt einen Bart, wenn die Bilder noch stimmen. Bart und Glatze also. Jack irgendwer. Na, ich bin doch doof. Wart und Glatze. Der ist es nicht. Such weiter. Hm. Okay. Wieso habe ich hier kein Ziel? Und arbeitet für ein VR-Unternehmen? Ja. Okay. Da macht mir dran. Kein Ziel. So. Verstehe ich nicht. Entschuldigung. Wer hat die falsche Taste erwischt? Ah, Leute. Ich muss sehr nah dran. Okay. Kein Jack und kein VR-Mensch. Geht doch nochmal zu dem Typen da oben. Ah, den hatten wir. Den hatten wir gescannt. Ja, ja. Ach, erklär. Doof. Kein Ziel. Hast du auch kein Ziel oder was? Tatsächlich nicht. Ah. Kann denn der Hund nur Humu-Humu sein, ja? Nein. Muss ich denn selbst bis auf eine Toilette fliegen oder was? Gut. Den hatten wir schon. Okay. Er scheint nicht hier zu sein. Kaufen Sie sich jetzt einen Eierschalen-Sollbruch-Stellen-Verursacher. Kommst du auch. So war glücklich. Das ist er. Was war das gerade? Was haben Sie da gemacht? Keine Sorge, mein Freund. Du kennst doch den Spruch, je mehr du weißt, desto weniger existierst du. Was? Das verstehe ich nicht. Boom. Boom. Rats, ja. Ja. aber die tanken sind nicht so bekloppt wie bei mass effect polizei gewalt das teil gibt es wirklich mein gott Revoluzion! Oh ne! Verdammt! Komm schon! Wie er da seelendrühig am Fenster steht, ne? Oh, das war echt krass. Warum setzt er eigentlich die Kapuze nicht auf? Kurzen Prozess da, alter! Guten Abend, Sir. Waren Sie erfolgreich? Ja. Sir, Ihre ID? Schalte ich ab. Ich muss jetzt arbeiten. In Ruhe. Sir, wenn ich etwas sagen darf... Nein! Behindert oder was? Still alone, ja? Still alone, ja? In Ruhe. Auch hier ist ja das, dass sie geblieben sind. Ich stehe in Ruhe. So, ich bin dann wieder da. Pferde. Du musst daher durch die Karte bringen, dass man sich mit der Karte befindet. Aber wir müssen jetzt den Karte bringen. Aber sie werden die Karte und schlagen. Bauen Sie den Karten auf? Bauen Sie den Karten auf? Bauen Sie an! Ja, ich bin's. Wollte nur checken, ob du noch lebst. Ich schon. Aber viel... Ja, ich weiß. Armes Schwein. Aber ist okay. Das ist... okay? Wir sind im Krieg, Richard. Verluste gehören dazu. Was wollten die im Doomsday? Sie sind nervös wegen der Bombenkampagne. Hast du schon Kontakt aufgenommen? Zu Newman? Ja, ich auch. Spektual, ich auch. Nein, dann tu es. Jetzt. Ich habe die Datenbank für deinen Cloud-Hub freigeschaltet. Mir ist noch nicht ganz klar, wie... Sag, Adam, er soll nach Datenfragmenten in seiner Umgebung Ausschau halten. Wir haben bereits welche für ihn hochgeladen. Verschlüsselt. Nur er kann sie sehen. Hoffe ich jedenfalls. Er soll sie finden und an deinen Cloud-Hub schicken. Du beginnst mit einem Schlagwort. Wenn du ein Fragment findest, lädst du es hoch. Und so macht ihr dann weiter, bis... bis ihr wieder eine halbwegs intakte Erinnerung habt, die wir nutzen können. Alter! Wo soll ich denn das machen? War mein ehemaliger Arbeitsplatz? Und wenn er mir nicht glaubt? Denk dir was aus. Du kennst ihn besser als er sich selbst. Ich melde mich wieder. Wohl kaum. Aber du hörst von mir. Er verhucht es immer wieder, ne? Eine Kacke. Gut. Nein, ich sollte Q drücken. Entschuldigung. Memento-Datenbank. Na schön. Datenfragmente. Schlagwörter. Wer soll denn da durchblicken? Hivecall. Newman, Adam. Das muss er sein. Mal sehen, ob dieser Adam Newman jetzt erreichbar ist. Cloud Call Service. Willkommen. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Bitte warten Sie. Cloud Call wird geschlossen. Dieser Kontakt ist zurzeit offline. Warten. Warten. Hallo? Hallo? Wer sind Sie? Ich bin Richard Nolan. Ich melde mich aus Berlin. Von wo? Was ist das für eine Verbindung? Das ist nicht so leicht zu erklären. Die Verbindung ist improvisiert. Improvisiert heißt illegal, ja? Hören Sie zu, Adam. Es ist wichtig. Ich melde mich, weil ich glaube, dass... Ja, dass Sie, dass Du, ein Teil von mir bist. Was? Lass mich erklären. Nein, Sie erklären mir gar nichts. Bitte, Adam. Hey. Hi, Lydia. Na? Was gibt's denn? Nichts, gar nichts. Ich wollte nur mal deine Stimme hören. Okay. Jetzt hast du sie gehört. Mein blaues Auge ist weg. Störe ich oder wie? Ist Tracy da? Nein. Tracy ist nicht da. Aber ich störe dich trotzdem. Jetzt fang nicht wieder so an, okay? Was glaubst du eigentlich, wie lange ich das noch mitmache, Richard? Lydia, hör zu. Ich muss jetzt wirklich Schluss machen. Wir reden später, ja. Martin, hallo? Du wolltest schon vor Monaten mit Tracy reden. Ich muss jetzt Schluss machen, Lydia. Cloud Call wird geschlossen. Das mache ich bloß. Ich muss sofort noch mal mit Adam sprechen. Ob ihr geht's gut? Ich bin's nochmal. Das sehe ich. Ich sperre jetzt diese Frequenz. Adam, nicht auflegen. Bei dir müssen irgendwelche Daten angekommen sein. Daten? Daten, Fragmente, virtuelle Konstrukte. Ich weiß, dass es... Moment. Dieses Ding in meiner Wohnung, das gehört Ihnen? Dieses, keine Ahnung, Hologramm? Das muss es sein. Sorgen Sie dafür, dass es aus dem Zimmer meiner Frau verschwindet. Schick es mir. Wie soll das gehen? Es sind Daten. Schick sie an meine Cloud-Adresse. Ich entschlüssele sie und sende sie dir zurück. Was? Nein, wozu denn? Damit du sie dir anschauen kannst. Ihre Daten? Ich kenn sie doch gar nicht. Doch, tust du, Adam. Du kennst mich besser als... Okay. Hier liegt irgendein Missverständnis vor. Ich schicke Ihnen jetzt Ihr Zeug zurück, Sir. Und das war's. Guten Tag. Klär mich mal über das Spiel auf. Ähm. Gar nicht so einfach, wie man das zusammenfassen soll. Na gut. Sehen wir zu, dass dieses Ding aus Amys Zimmer verschwindet. Du hast zwei neue Nachrichten. Machen wir gleich. Also, wir haben zwei Protagonisten derzeit. Einmal hier den Adam. Und gestartet sind wir mit dem Richard, der gerade den Telefonanruf gestartet hat. Beide sind getrennt voneinander. Haben aber scheinbar identische Unfälle gehabt. Sagen wir mal so. Ähm. Und zwar sind beide in einem Cabin Car, also nichts weiter als ein Taxi, autonomes Fahren, verunglückt und sind wieder, ja, im Krankenhaus aufgewacht. Und auch wieder zur Familie, wollten sie. Wobei beim Richard die Familie futsch ist. Bei Adam nicht. Ähm. Der Richard kommt jetzt dahinter so langsam, dass irgendwas faul ist. Er ist von seinem Job gekündigt worden. Er gilt offiziell als tot. Und er ist jetzt dahinter gekommen, dass sein Gehirn wohl hochgeladen worden ist. Und jemand anders mit ihm, ich sag mal, diese Daten teilt. Und das ist jetzt, glaube ich, so das ganz Grobe. Kann man das so sagen, Spectre? Das Spiel selber heißt State of Mind. Und ist von Daedalic Entertainment. Ja, und es beginnt sich so langsam zu entwickeln. Wie gesagt, er kommt jetzt dahinter und versucht Kontakt aufzunehmen. Ja, und auch nee. Ja, es ist schwer zusammenzufassen, weil am Anfang ist der Handlungsstrang etwas sprunghaft, sag ich mal. Ja, sprunghaft kann man das schon nennen. Ein Bewusstseinsparadoxon, wisst ihr? Das ist es, genau. Irgendwie so in der Richtung. Ja, aber Quintessenz ist, dass der Adam jetzt von dem Richard kontaktiert wird. Und Richard hat das Chaos in seinem Leben. Und Adam lebt seins relativ normal. Bis jetzt. Hm. Das wird noch interessant. So, was habe ich? Messagebox. Richard? Adam, melde dich bitte bei mir. Ich muss mit dir reden. Dringend. Und hatte John. Adam, wie geht es dir? Am Sonntag kommt Uncle Jeremy aus dem Kryo-Schlaf. Wir sind alle bei den Wilsons. Kommst du auch? Familie ist wichtig, Adam. Okay, ich höre schon auf. Jule, Hallöchen! Wir drücken dich. Und herzlich willkommen an diesem wunderbaren Samstagabend. Augenblick, es ist Adam. Adam? Hallo Amy. Na, ausgeschlafen? Wo warst du heute Nacht? Oh ja, tut mir leid. Ich musste nochmal ins Archiv. Ich wollte dich nicht wecken. Gibt es ein Problem? Ich bin ziemlich beschäftigt. Womit? Wo bist du? Wer ist da bei dir? Miranda, aus dem Archiv. Ich bin im Archiv. Warum? Miranda. Grüß sie von mir. Auf keinen Fall. Sie ist hübsch. Ich werde eifersüchtig. Was ist los, Adam? Unfall. Wohin war ich unterwegs? Wohin war ich eigentlich unterwegs? Nach Hause will ich doch hoffen. Tut mir leid, ich habe wirklich viel zu tun. Ich habe die Unfallbilder gesehen. Wie bin ich da heil rausgekommen? Gott, Adam, darüber will ich gar nicht nachdenken. Denk nicht so viel nach. Du lebst. Alles andere ist mir egal. Ich muss wirklich weitermachen. Ich frage dich trotzdem. Nein! Ich liebe dich. Komm, wir rufen uns an. Nein, ich rufe da nicht zurück. Die Holo-Pinnwand ist sowas. Wie nennt man das bei der Polizei? Also, du siehst hier so ein Board. Du hast damals da die Informationen. die du zusammenträgst. Was ein verwirrtes Spiel. Guckst du schon länger zu, Jule? Neue Daten soll ich finden. Nur wo? Setz dich dran und mach. Erst muss ich neue Daten finden. Okay. Was hatte der gesagt? Wo ist das? In seiner Küche? Oder was war das? Nee, also in dem Zimmer seiner Frau war das. Genau. Was zur Hölle macht der? Das war das. Das Fragment. Was? Okay, das war... Na gut. Und jetzt? Senden? Von wo? Von meinem Cloud Hub? Also, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob du gerade die Erklärung mitbekommen hast. Oh, ich bin in meinem Gaming-Stuhl eingepennt. Das passiert auch mal. Und jetzt wieder wach. Also. Adam ist Protagonist 2 und der andere ist der Richard, Protagonist 1. Adam wacht auf und erinnert sich an einen Taxi-Unfall. Wacht in einer Klinik auf, wird dann durchgecheckt vermeintlich und dann wieder nach Hause geschickt. Er geht nach Hause. Sein Hausroboter sagt ihm, seine Frau und sein Kind wären bei seinen Schwiegereltern. Also sprich, bei ihren Eltern. Sie wären sonntags wieder da. Sie kommen sonntags aber nicht zurück. Daraufhin ruft er das Krankenhaus an. Die Schwiegereltern, sie waren nie da. Dann geht er zu seiner Arbeit, weil er mit einem Kollegen sprechen wollte. Blablabla. Blub. Das war auch alles weit nett. Dann ging er zum Chef. Chef sagt, du bist jetzt freier Mitarbeiter, kriegst ein Jahresvertrag. Tschüss. Wird also quasi gekündigt. Das erzählt er seinem Kollegen. Und erzählt ihm auch, dass er Probleme mit seiner Frau hat, dass sie Beziehungsprobleme haben. So. Der Roboter, den er in der James, äh, der Richard hat, der hat aufgezeichnet, dass auch eine männliche Person im Hause war. Richard ist dann mit dem Speicherchip wieder zu seinem Kollegen hin, hat den auslesen lassen, musste sich aber ein Passwort besorgen. Bei einem Dealer, da hat er auf die Fresse gekriegt, weil er vermeintlich tot sei. Mhm. So, dann wieder zurück zu dem Kollegen, das Ding hin auslesen lassen, äh, blablabla, blubsülz. Und dann sind die auf einen Menschen gestoßen, der, ja, ich will es nicht Darknet nennen, aber wir nehmen es vielleicht ein Subnet oder sowas, ähm, herumkurvt. Und ihm jetzt eine verschlüsselte ID gegeben hat, weil man ist ja in der Zukunft komplett kontrolliert, äh, durch die öffentliche, äh, Gewalt, das heißt Polizei, also irgendwie ist es wie ein Polizeistaat, Überwachungsstaat, so. Und, ähm, jetzt stellt sich halt heraus, sich herausgestellt, dass von dem Richard das Hirn wohl hochgeladen ist. Wohin, weiß keiner genau, aber sie nehmen jetzt Kontakt über sich verschüttelte Verbindungen zu dem Adam auf, der auch aufgewacht ist und sich an sich an einen Kevin-Unfall erinnert. Steve? Steve? Ähm, er weiß, dass jemand in der Wohnung war, wer ist das noch, das ist noch nicht klar. Das ist noch nicht klar. So, jetzt so langsam fängt die Geschichte an, sich zusammenzufügen. Wir wissen noch nicht, wo der Adam lebt, wann der Adam lebt. Sprich, der jetzt fast die Daten gesungen hat. Unbekannt hat neue Daten geschickt. Adam. Na endlich. Lass mal sehen. Die Daten sind 18 Jahre alt. Wie weit reicht diese Datenbank zurück? Sektor 36, Berlin. Das Doomsday vielleicht? Okay. Fragment dekodieren. Okay, jetzt geht das wieder los. Aber was soll ich dekodieren? Ah. Das ist... Okay. Flucht. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Okay. War das nicht der Hintergrund, wo wir ihn auf die Nuss gekriegt haben? Und wieder laden. Also, der Dalek ist der Hersteller? Oder der Programmierer? Unbekannt hat dir neue Daten an deinen Cloud Hub gesendet. Und die machen gute Storygames eigentlich. Der Typ hat mir tatsächlich Daten geschickt. Sowas wie Harvey. Edna bricht aus. Havis neue Augen. Sowas. Wer das nicht gespielt hat? Unbedingt. Das ist 18 Jahre jetzt zurück. Wir befinden uns eigentlich im Jahr 2048. Aus jetzt. Verzieh dich. Armleuchter. Du bist total zugedröhnt. Guck dich mal an. Das hat ein Nachspiel. Tracy. Ja, sicher. Geh nach Hause. Schlaf dich aus. Das ist die Frau von Richard gewesen. Das ist unglaublich. Hey, aufmachen. Ich hab was verloren. Macht auf, ihr Idioten. Es ist wichtig. Wichtig? Was ist wichtig? Wer ist das? Hallo? Hören Sie mich? Bestimmt haben die ihn in den Müll geworfen. Offensichtlich nicht. Was? Sie verlassen die von Sicherheitskräften kontrollierten Zone. Okay. Du bist ja immer noch hier. An deiner Stille würde ich wirklich mal abhauen. Es ist keine gute Gegend für eine Frau um diese Zeit. Vor allem nicht in deinem Zustand. Lass mich. Ich suche was. Aber nicht hier. Toll. Oh Gott, dieser Leesbik-Scheiß, ne? Automatische Entsorgungseinheit. Eher-Mali-Wat? Boah, ich hasse Leesbik. Nein. Na Süße. Ganz allein hier. Hey. Ich hab dich was gefragt. Lass mich in Ruhe. Komm mal her. Lass mich. Das ist dieser Richard. Genau. Richard, das ist der Protagonist, den wir als erstes gespielt haben. Was ist denn los, meine Schöne? Nichts. Ich... Ich hab was verloren. Das hab ich gehört. Du schreist hier alles zusammen. Was wichtig ist. Für mich schon. Ist ein Talisman. Sag mal, darf ich ein Foto von dir machen? Du hast ein tolles Gesicht. Total fertig. Aber wunderschön. Keine Angst. Keine Angst. Ich bin Scan-Fotograf für Kurtz Labs. Hier ist meine Karte. Also, wenn du mal Lust hast. Danke. Aber ich muss jetzt wirklich... Du solltest nach Hause gehen, Süße. Hier wird's ziemlich ungemütlich, wenn der Club schließt. Hallo, Richard. Du kannst es wenigstens halbwegs. Ich bin mir zu... Weil ich das unnütz finde, dass A gleich 1 ist. Ne, ist es ja eben nicht. 1 ist I. Das ist... Das ist... Entschuldigung. Was gibt's denn? Ich brauche Hilfe. Mhm. Sie haben da drin was verloren. Ich hab's gehört. Ja, ich... Ich glaube, die haben es in den Müll. Da hinten. Und der Alte ist Ihnen unheimlich. Verstehe. Sie kennen den Typen? Der läuft hier öfter rum. Sucht nach Schrott. Meistens ist er harmlos. Aha. Meistens. Meistens. Könnten Sie... Würden Sie... Ein paar Takte mit ihm reden? Na klar. Das wär toll. Kommen Sie. Wir gehen zusammen rüber. Er sieht jünger aus. Wie heißt eigentlich dieser Grafikstil? Ist das Voxel-Grafik? Oder wie nennt man die? Hey. Schluss für heute, okay? Verzieh dich, Mann. Ich hab zu tun. Das Mädchen, der sucht was. Das Mädchen soll auf seinen hübschen Hals aufpassen. Was hier liegt, gehört mir. Ich kann die Kops holen, wenn dir das lieber ist. Meinst du, ich hab Angst vor denen? Wir können's ja mal probieren. Hey. Schon gut, schon gut. Viele Ecken und Kanten in der Grafik. Ja, ja. Endlich. Ein unheimlicher Typ. Danke für Ihre Unterstützung. Schon okay. Soll ich Ihnen suchen helfen? Was genau ist das? Mein Talisman. Eine Spieluhr. Was gibt's da zu lachen? Sie tragen eine Spieluhr mit sich rum? Das find ich ja rührend. Hören Sie. Vielen Dank nochmal. Ich komm jetzt zurecht. Hey. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Nein, nein. Alles in Ordnung. Na schön. Kann ich sonst irgendwas? Nein. Ist ne wichtige Spieluhr, was? Ich brauche sie. Dann untersuchen wir mal. Verdammter Mist. Wo ist sie? Wieso trägt man so eine Schachtel mit sich rum? Dad. Was haben wir? Wann war denn das? Ich kann nicht... Hör zu, Tracy. Du bist völlig am Ende. Dieses Zeug macht dich fertig. Jetzt fang doch nicht wieder damit an. Deine Mutter und ich haben gestern lange gesprochen. Und wir sind uns einig, dass du richtig tief fallen musst. Du kommst erst zur Besinnung, wenn du ganz unten bist. Was soll das denn jetzt? Wir haben beschlossen, dass wir dir nicht mehr helfen werden, Tracy. Was? Wir melden uns nicht mehr und du bitte auch nicht. Wow. Du bekommst keine Unterstützung und kein Geld. Dad, das ist nicht dein Ernst. Unterbrich mich nicht. Mach einen Entzug. Such dir einen Job. Übernimm selbst Verantwortung. Und dann, Tracy. Dann kannst du dich wieder melden. Vorher nicht. Hast du verstanden? Seid ihr verrückt geworden? Ihr wollt mich einfach so aus eurem Leben schmeißen? Pass auf dich auf. Dad! Tja, Puppe. Drei Jahre später. Ich mag das Spiel. Mir gefällt das gut. Tracy? Hierher sehen bitte. Großartig. Danke. Und wo bin ich jetzt? Ein paar Fragen, Tracy. Nur ganz kurz. Unsere Leser lieben Sie. Na gut. Ein paar Minuten habe ich noch. Nichts Privates. Keine Politik. Ach komm. Aber nichts Privates, okay? Und keine Politik. Wie fühlt man sich als neuer Station Avatar von The Voice? Wie war der Scan? Ich fühle mich natürlich geehrt. Und es ist toll, überall sein Spiegelbild zu sehen. Aber Ihr Avatar wird nicht älter. Macht Sie das nicht neidisch? Nächste Frage bitte. Tracy. The Voice Boston hier. In unserem User-Feed haben wir ganz oft die Frage, wie halten Sie sich so fit? Was ist Ihr Geheimnis? Als Frau kommst du leichter irgendwo unter als als Mann. Dann machst du ein paar hübsche Augen, lässt dich durchbürsten und hast erstmal eine Unterkunft. Na ja. Also ein bisschen aussehen musst du noch. Äh, ich hab kein Rezept. Ich versuche einfach nicht selbst zu bleiben. Alles weitere liegt nicht in meiner Kontrolle. Und schaffen Sie das immer? Was jetzt genau? Bei sich selbst zu bleiben. Sich zu kontrollieren. Oder helfen Ihnen noch andere Mittel bei Ihrer Selbstfindung? Was meinen Sie? Zum Beispiel, sagen wir, Substanzen. Ach, sehen Sie, ich trinke Kräutertees. Das hilft mir sehr. Nächste Frage bitte. Nur Kräutertees? Sind Sie sicher? Keine Enhancer in den T's? Ich denke, ich habe die Frage beantwortet. Jemand anderes bitte? Ted Beasley. The Guardian. Miss Dawson. Sie waren letzten Herbst in Moskau. Keine politischen Fragen bitte. Frage übergehen. Sie da hinten. Es gibt Gerüchte, dass Ihre Eltern jeden... Entschuldigen Sie, Miss Dawson wünscht keine Fragen zu Ihrem Privatleben. Da bleiben wir auch komplett in unserer Linie. Was antworten Sie Leuten, die behaupten, Sie seien ein Junkie? Mit solchen Leuten rede ich nicht. Noch einmal zu Moskau, Miss Dawson. Ich habe gesagt, nichts Politisches. Schluss jetzt. Nehmen Sie Drogen, Tracy. Unsere Zeit ist um. Vielen Dank, meine Herren. Tracy, was geht's? Alles okay, meine Tasche. Ich hole nur noch meine Tasche. Vielleicht hast du sie an der Garderobe gelassen. Beeil dich. Muss eine Art VR sein. Aber was hat das alles mit mir zu tun? Sie ist bei mir im Büro. Ich gucke mich nur mal um, ob wir hier zufällig auch rumlaufen. Okay, da hinten wird's nur dunkel. Oh Gott. Ach, du Scheibenhonig. Erinnere dich. Erinnere dich. Erinnere dich. Wenn wir alles abgrasen. Na doll. Ähm, Entschuldigung. Nein. Hätte mich auch gewundert. Auch nicht. Die ist überhaupt nirgends. Ist sie wie ein Verdammter? Ja, du schludieriges Luder. Da sind wir. Ich muss meine Sachen wiederfinden. Möchten Sie was trinken? Walter, lass gut sein, ja? Dafür bist du zu alt. Ich kümmere mich um die Dame. Entschuldigen Sie. Mein Kollege übersetzt sich manchmal. Ach so. Komm, Walter. Du musst doch noch meine Korrekturen einarbeiten. Auch wahr, Spector. Kann nichts abgrasen. Wir werden noch sehen, wer sich hier überschätzt. Den sind wir los. Das war aber nicht sehr nett. Ach, das ist Walter. Der hält das aus. Aber er hat schon recht. Sie sind blass. Und sie zittern. Kann ich Ihnen helfen? Meine Tasche. Meine Tasche ist weg. Eben war sie noch da. Sie lag da vorne auf dem Tisch. Wie sieht sie denn aus? Eine Tasche eben. Schwarz mit Goldschloss. War was Wertvolles drin? Meine Tasche. Wo ist meine Tasche? Oh, die ist aber echt yay. Tracy, ich glaube, das gehört Ihnen. Ja? Oh, Gott sei Dank. Wo war die? Mein Assistent hat sie gefunden. Sie lag ausgekippt auf dem Boden. Tracy, das ist Dr. Kurtz. Direktor der Kurtz Institutes. Oh, oh. Oh, oh. Entschuldigen Sie. Aber wir waren gerade... Ich habe nicht Sie gefragt, sondern Tracy. Hey, hey. Moment mal, ja? Was ist denn das für ein Ton? Für jemanden wie Sie genau der Richtige. Ich glaube, Sie wissen nicht, wer ich bin. Doch, das weiß ich. Und ich glaube, Ihr Chef erwartet Sie. Richard, kommst du mal bitte zu mir? Das ist ein Scherz, oder? Sofort. Na gut. Also dann, Tracy, ich muss los. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Richard! Ja doch, ja. Tut mir leid, wir müssen los. Ihr Sky Whale wird warten. Ich habe das veranlasst. Was kann ich für Sie tun? Ich beobachte Sie schon lange, Tracy. Sie sind wunderschön. Perfekt. Ich würde gern mit Ihnen zusammenarbeiten. Worum geht es? Aha. Sind Sie einverstanden, wenn ich Ihren Bot kurz abschalte? Wie haben Sie das gemacht? Ich kenne die Frequenzen. Ich habe ihn konstruiert. Tracy, ich möchte Sie für ein Projekt gewinnen. Eine genetische Untersuchung. Keine Angst. Es ist absolut ungefährlich. Und Sie würden der Wissenschaft einen großen Dienst erweisen. Ist es gut bezahlt? Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Wenn Sie mich in den Kurzlabs besuchen, erkläre ich Ihnen die weiteren Einzelheiten. Ich überlege es mir. Okay? Ich ruf Sie an. Tun Sie das. Schon so spät. Wir müssen los, Tracy. Tja, ich muss dann. Bis bald. Böser Onkel. Ganz böser Onkel. Ganz, ganz böser Onkel. Okay. Okay. Was zur Hölle war das? Ja. Hallo, Adam. Gott, bin ich froh. Wir können also doch sprechen? Ja. Ich... Ich habe ein paar Fragen. Natürlich, natürlich. Diese Daten, die Sie mir da... Ja? Waren Sie das? Ja. Haben Sie... Ja, das ist richtig. Das ist ein Datensatz aus meinem Leben. Wieso kann ich den betreten? Wie haben Sie das gemacht? Ich habe Zugriff auf eine Datenbank. Aber die Daten sind verschlüsselt. Abgespielt werden können sie nur virtuell. Bei dir. Okay. Warte mal ganz kurz. Ähm... Was ist denn das Kontrollfenster zugegangen? Was soll denn das? Dann sehe ich doch nicht, ob der Stream vernünftig läuft. Tschuldigung. Ähm... Und wo rufen Sie an? Wo, sagten Sie, sind Sie? In Berlin. In der... Realität. Der physikalischen Welt. Ich kenne kein... Berlin. Äh... Ist das eine VR oder sowas? Es ist die Realität. Deine Stadt ist eine VR. Meine Stadt ist nicht real? Du bist nicht real. Ah. Okay. Das ist doch verrückt. Du bist aber auch nicht Rewe oder Nidl. Du hast Familie, oder? Genau wie ich. Ja. Und um die muss ich mich jetzt kümmern. Mein Sohn John. Es geht ihm nicht gut. Um Gottes Willen. Was hat er denn? Er muss jeden Tag in die Klinik. Ist er krank? Er ist durcheinander. Ich hatte einen Unfall mit einem Cabin Car. Und seine Mutter ist nicht da. Sie hat zu tun. Mit einem Cabin Car? Was ist passiert? Ich erinnere mich nicht. Ein Unfall eben. Du hattest keinen Unfall, Adam. Das sind Echos aus meinem Gedächtnis. Wahrscheinlich wurden sie modifiziert. Ich hatte einen Unfall. Verstehst du? Es war furchtbar. Tracy. Sie. Sie saß mit im Wagen. Tracy? Meine Frau. Erinnert dich der Name denn da gar nichts? Meine Frau heißt Amy. Aber da war eine Tracy in diesem... Tracy? Du hast Tracy gesehen? Wo? Wann? Sprich mit mir, Adam. Erzähl mir alles. Hat Tracy irgendwas gesagt? Ist dir irgendwas aufgefallen? Was soll ihm denn auffallen? Dr. Kurtz sitzt im Rollstuhl. Raymond Kurtz. Ja? Und? Was hat der mit Tracy zu tun? Tracy und Kurtz haben sich unterhalten. Er wollte sie für ein Projekt gewinnen. Eine genetische Untersuchung. Genetische Untersuchung? Sonst nichts? Nein. Sieh dich um. Irgendwo muss ein weiterer Datensatz sein. Hören Sie. Ich glaube wirklich nicht, dass wir... Schick ihn mir. Je mehr Fragmente du siehst, desto besser. Tut mir leid. Ich muss jetzt Schluss machen. Mit wem hast du gesprochen? Was? Ah, nur ein Hive-Call. Das war... Ich weiß auch nicht. Irgendein Richard. Warst du wütend auf ihn? Wütend? Nein. Äh, einfach nur ein unangenehmer Kerl. Hm. Hm. Gegenwart. Benutzen Sie Richards Pinnwand, um nach City 5 zu wechseln? Ach, du Heiliger. Sie haben neue Cloud-Messages. Äh. Hi, Richard. Ich bin's, Jenny. Ruf mich doch mal zurück. Weißt du was, Richard? Du kannst mich mal. Werd glücklich mit deinem Model. Ups. Äh. 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 Jennifer. Hey, Jenny. Danke für deine Nachricht. Da bin ich. Richard. Gut, dass du dich meldest. Ich mach mir jetzt auch Sorgen. Hast du denn irgendwas gehört inzwischen? Nichts. Steve hilft mir. Dafür bin ich sehr dankbar. Ja. Äh. Hör mal, Richard. Ich wollte mich bei dir entschuldigen. Ich war nicht besonders nett am Sonntag. Schon okay. Ich war auch nicht nett. Das ist alles ein bisschen viel für mich. Ich war ganz schön fertig. Geht's dir denn jetzt etwas besser? Ich meine gesundheitlich? Naja. Ich glaube, das dauert noch. Mein Gedächtnis, weißt du. Vieles ist wieder da, aber manches... Vielleicht geh ich doch nochmal zum Arzt. Darf ich dich was fragen, Richard? Was, äh, Persönliches? Natürlich. Liebst du Tracy? Was soll das denn jetzt? Du kennst uns, Jenny. Wir haben James. Wir sind eine Familie. Das meine ich nicht. Natürlich liebe ich's. Mach müde. Haha. Wie kannst du denn sowas? Warte mal. Hast du Kontakt zu Tracy? Hat sie dich vorgeschickt? Was? Du sollst mich aushorchen. So ist es doch. Nein. Wozu denn auch? Was weiß ich? Vielleicht will sie rausfinden, ob sie das noch lohnt mit mir. Oder sie will sich rächen? Zur Abwechslung soll's mal mir schlecht gehen? Richard. Oder warte. Wahrscheinlich sollst du hier die Trennung moderieren. Mir das Scheibchenweise beibringen. Sag mal, du spinnst wohl. Hier steckt doch unter einer Decke. Du rufst gar nicht meinetwegen an. Okay, Richard. Das wird mir jetzt echt zu dumm. Oh ja. Das versaut er sich aber. Oh ja, mir auch. Du musst wirklich zum Arzt. Kannst dich ja melden, wenn's dir besser geht. Schwissi, warum fragst du? Wann möchtest du denn ins Bett? Ach, das hatten wir doch schon. Ähm. Hi, Steve. Na, wie war's im Doomsday? Hast du dein Ableben aufgeklärt? Mehr oder weniger. Was ist mit dem Mann in Traces Apartment? Bist du mit der Datenbank vorangekommen? Ich weiß nicht, ob dir das jetzt hilft. Also, ich habe sein Bewegungsprofil nochmal in Movescan abgeglichen. Wer ist es? Das weiß ich nicht. Irgendwie spuckt diese Datenbank mehr als einen Treffer aus. Ich dachte, Bewegungsprofile sind einzigartig. Wie Fingerabdrücke. Tja. Wenn du mich fragst, diese ganze Movescan-Sache funktioniert nicht. Können wir uns sehen? Ich weiß, du hast viel zu tun. Aber ich muss wissen, ob du noch was rausgefunden hast. Zu dem Mann, der bei Tracy war. Klar. Ich bin hier bei The Voice. You're the voice trying on it. Das ist ja, da haben wir was gemeinsam. Wir haben beide keine Ahnung. Jetzt nicht. Was, jetzt nicht? Ich sollte doch mal zum Arzt gehen. Dann rufst du da an. Willst du einen Termin machen? Jetzt nicht. Mal gucken, was mit dem Fenster jetzt diesmal passiert. When it's matter. Deine Bedürfnisse zählen. Was ist mit diesen fliegenden Containern? Dass er da immer hinterher guckt. Ich würde gerne mal schlafen, so. Allgemein gesprochen. So, was gibt's hier? Polo-Pinnwand. Charakter-Auswahl. Adams-Pinnwand. Ah, alles klar. Heißt, wenn ich merke, ich komme irgendwo nicht weiter, muss ich zu Adam. Okay. Aber wir müssen ins The Voice. Auch nix. Ach, er spielt. Ich habe ihr Spinett gewartet, Richard. Ich habe es gestimmt und einige defekte Seiten ausgewechselt. Hat dir das jemand aufgetragen? Nein, Sir. Entschuldigen Sie. Das heißt, du machst einfach? Seit wann macht ihr einfach? Ich nehme an, sie möchten, dass ich aufhöre. Nö, nö. Mach mal. Meinetwegen, spiel weiter. Ähm, du bist ein bisschen beschäftigt und rennst mir nicht vor die Füße rum. Ja, dann bist du ja schon länger fit dann, also wieder, ne? Wenn du ja schon schlaff hier geholt hast. So, wir wollen zu The Voice. Das ist Wolf. Spiel du mal weiter. Das ist super. Endlich latsche ich mir nicht vor die Füße rum. Oder rennt mir laufend hinterher, dieser komische Roboter. Helfen Sie unseren Behörden, Krankheiten zu besiegen. Na, Kiosk, Randy? Randy? Randy, ja. Big Pack. Mhm. Na, wenigstens einer, der mein Geschäft am Leben hält. Wollten Sie nicht auf den Mars? Neu anfangen und so weiter? Ja, ich habe mich scannen lassen, Nolan. Schon klar, dass Sie das albern finden. Ich habe nun mal meine Prinzipien. Und ich habe nun mal Hypotheken. Also, ich wäre sofort dabei. Ich würde mich auch scannen lassen für den Mars. Oder Mond zumindest. Sir, haben Sie Kinder? Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen zu verbessern. Halle Fresse. Ja, ja, genau. Ja, ja. Roboter. Ja, ja. So. Mein ehemaliges Büro. Hier sind wir ja rausgeschmissen worden. Also, naja. Zumindest indirekt irgendwie. Ich muss mit dir reden, Steve. Musst du das? Ja. Ich... Ich habe ein paar echte Probleme, glaube ich. Das glaube ich auch. Tag, Richard. Kannst dich nicht trennen, was? Halt die Fresse. Richard, jetzt pass mal auf. Ich möchte mal mit dir reden. Okay. Aber nicht hier. Komm mit runter. Na gut. Okay. Heiko, ich komm mit, wenn du zum Mars gehst. Ja. Wie gesagt, Mond wird mir auch erstmal reichen. Irga. Das Gerieche? Ist es wegen Jennifer? Wenn du das schon weißt, warum kommst du dann nicht zu mir damit? Naja. Ich habe gedacht, das beruhigt sich schon wieder. Du schnauzt meine Frau an? Beschuldigst sie? Mit total durchgeknalltem Zeug? Und dann glaubst du, das beruhigt sich schon wieder? Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Das ist alles ein bisschen viel für mich im Moment. Du kannst dir gar nicht vorstellen, was ich... Ach, das will ich jetzt alles gar nicht wissen. Was immer mit dir los ist, es gibt keinen Grund, seine Freunde zu beleidigen. Du hast nicht viele Freunde. Wenn du dich weiter so aufführst, hast du bald noch weniger. Nee, Martin, da täuscht du dich. Sonnenseite, Mond ist sehr warm. Der Mars ist ein bisschen weiter weg, von daher... Ich würde mir da erstmal die Frage stellen, ob es da auch wirklich besser ist. Ja, darum geht es ja gar nicht. Es geht nur um die Möglichkeit, da hinzugehen. Und ob es da besser ist, weiß man nicht. Man muss das ausprobieren. Steve, es tut mir leid, okay? Sag das nicht mir. Sag es Jenny. Was ist mit den Recherchen? Nein. Hilfst du mir da noch? Steve, bitte. Du hast ja keine Ahnung, was ich... Lass mich in Ruhe damit. Du hattest einen Unfall, schön und gut. Aber du hattest doch ein Leben vor dem verdammten Unfall. Und das solltest du mal wieder auf die Reihe bringen. Aber genau das will ich doch. Pass auf. Ich helfe dir. Ja, aber ich tue das für eure Familie. Für Tracy und den Jungen, okay? Okay. Also, dann komm jetzt. Sehen wir zu, dass wir deine Familie finden. Weiß ich nicht. Ich wäre immerhin auch da, Martin. Also, von daher... Ja, wohl. Einer ist nicht viel, das stimmt. Obwohl... Guck mal, es könnten sich so Leute wie der Trump das leisten. Du willst doch wohl nicht sagen, dass der Trump nicht ein Idiot ist. Aber eine Art... Er ist ein cleverer Geschäftsmann. Aber der Rest ist doch wohl eher so peinlich. Dumm. Und so. Will ich jetzt mal so behaupten. So. Kollege. Schnürschuh. Sag an. Okay, Steve. Sind das die Move-Scan-Ergebnisse? Dafür können wir beide in den Knast kommen. Das weißt du, oder? Am besten fangen wir mit den besten Matches an. Jack Orster. 82%. Vielleicht fangen wir doch lieber mit den Bewegungsprofilen an. 84,3. Philipp Osang. 89%. Christus... Irgendwas. Langsam. 89,6. Wir sollten sein Profil nach dem anderen durchgehen. Das kann nicht stimmen. Das kann nicht stimmen. 99,6%. Gilmatz Onai. 99,6%. Könnte passen. 99,7. Curtis. Peter. Bester Treffer bislang. Langsam. Wir sollten ein Profil nach dem anderen durchgehen. Nein. Wie nein? Jetzt sagt man doch, dass die Reihenfolge nicht passt. Langsam. Wir sollten ein Profil nach dem anderen durchgehen. Das passt nicht zusammen, okay? Noch mal langsam. Storben. Das hier. Das führt weiter. Das hier. Das führt weiter. ähm. Nein, Quatsch. Langsam. Wir sollten ein Profil nach dem anderen durchgehen. Oh Gott, Leute. Immer im Lurk, alles klar. Trump ist doch süß. Immer wie ein Kind, dem man da spielt. Ich weiß nicht, Kinder, ich finde die nervig. Und quengeln. Allem. Er sieht aber ganz anders aus, als der Mann auf dem Video. Ja, merkwürdig. Ich rufe ihn trotzdem mal an. Etwas anderes noch, Steve. Hast du Material zu den Kurtzlabs im Archiv? Fängst du jetzt auch noch damit an? Ich will nur etwas nachprüfen. Ja, sicher. Das hat Walter damals auch gesagt. Das ganze Zeug liegt bei ihm. Seit Ewigkeiten. Ach so? Ich wusste gar nicht, dass er, also, was er da genau treibt, seit er allein arbeitet. Traurig genug. Ich sollte noch mal mit ihm sprechen. Martin, du weißt gar nicht, was du dir damit antust. Keine Ahnung. Hehehe. In der Stadt sind in den Nachtstunden zahlreiche Police-Bots zerstört worden. Die Einsatzkräfte haben beschrieben. Mr. Nolan, passt es jetzt? Troy Davis. Ich unterstütze seit einer Woche das Team. Hm. Ich hab schon gehört. Glückwunsch. Ich bin ein großer Fan Ihrer Kolumne. So? Ja. Danke. Geht es Ihnen denn wieder gut? Wie meinen Sie? Oh, die Kollegen sagten, dass Sie einen Unfall hatten. Ja, ich bin okay. Wie lange arbeiten Sie schon als Journalist? Oh, noch gar nicht. Das ist mein erster Job. Ich bin wahnsinnig froh, dass Frank ihn mir gegeben hat. Ich verspreche Ihnen, Ihre Arbeit ist bei mir im besten Händen. Da bin ich mir sicher. Oh, Juni. Ja, also dann. Ich muss was tun, falls wir uns nicht mehr sehen. Doch, doch. Wir sehen uns noch. Mit Ihnen? Ja, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaub, mit Ihnen gäbe es gute Gesprächsbattles. Zu wem musste ich denn jetzt? Wo ist denn das überhaupt? Und so. Post-its 8? Ach du Scheiße. Handschrift O'Neill, Walter. Hey, Walter. Darf ich... Darf ich dich kurz stören? Ja. Hi. Richard. Was machst du denn gerade? Recherchen. Aha. Und worum geht's? Würdest du eh nicht verstehen. Ich kann's hier mal versuchen. Komm, Richard, hör auf. Es ist lange her mit uns beiden. Weißt du eigentlich, wie lange du nicht mehr in diesem Büro warst? Ist eine Weile her. Ich weiß. Vier Jahre. So lange schon. Okay. Okay. Na ja, weißt du, ich hab mich nicht mehr so richtig getraut. Ich hab gedacht, du bist sauer auf mich. Ach so? Ja. Weil ich... Weil ich dich abhängen lassen. Erzähl mir kein Blödsinn, Richard. Frank hat mich aufs Absteckgleis geschoben. Und du... Du hattest Wichtigeres zu tun. Das stimmt nicht. Und das weißt du. Wie auch immer. Wofür bist du hier? Smalltalk? Können wir machen. Also, wie geht's Tracy? Was machen die Kinder? Wie läuft's im Job? Walter, bitte. Na, was denn? Machen wir Smalltalk oder nicht? Tracy und James sind verschwunden. Ich suche sie. Hm. Was dachte ich mir? Wie meinst du das? Dachte ich mir. Ach, vergiss es. Du weißt doch, dass ich verrückt bin. Oh. Jeder weiß das. Okay. Ich brauche deine Hilfe, Walter. Geh zu Frank. Der hilft dir bestimmt. Er hat mich gefeuert. Ach so. Tja, Richard. So läuft das. Jeder ist mal dran. Wem sagst du das? Walter, hör zu. Du hast zu den Kurtzlabs recherchiert, oder? Ja. Ja, das hab ich. Hast du die Unterlagen noch? Da bist du zu spät dran. Da sind Sachen im Gange, die niemand mehr aufhalten kann. Ich verstehe nicht. Was für Sachen? Weißt du, Richard, ich habe viel nachgedacht in den letzten Jahren. Früher dachte ich, es geht im Leben um Wahrheit, oder Gerechtigkeit, oder sonst was. Tut es das nicht? Nein. Es geht ums Leben. Ums Leben als solches. Man muss auf der richtigen Seite stehen. Aha. Und was ist die richtige Seite? Wir sind alle sterblich. Früher oder später beißen wir ins Gras. Wieder Gras. Und was bleibt dann? Ein Grabstein. Einen Haufen Papier. Ein paar Daten. Okay. Und? Es gibt immer ein Einerseits und ein Andererseits. Stimmt. Diesseits und Jenseits. Leben und Tod. Eins und Null. Binäres System. Verstehst du? Ehrlich gesagt, kein Wort. Das kommt noch. Du machst ja gerade den ersten Schritt. Frank hat recht. Du bist wirklich verrückt. Auf jeden Fall, Aspektor. Wenn du in den Spiegel blickst, Richard. Was siehst du dann? Walter, hör mal. Meinst du? Das bist du. Was du da siehst. Das ist nur Materie. Das bist nicht du. Das ist alles austauschbar. Und das ist gerade passiert. In der virtuellen Realität. Du musst hier mal raus, Walter. Unter Leute kommen. Da könntest du recht haben. Und weißt du was? Ich komme hier raus. Es dauert nicht mehr lange. Das ist gut. Sehr gut. Hast du noch das Haus? Draußen am See? Ich würde dich gern mal wieder besuchen. Das Haus. Ja. Aber das brauche ich da nicht mehr. Wieso nicht? Wo willst du denn hin? Du... Du willst dir doch nichts antun, Walter. Mach dir keine Gedanken. Gefällt mir nicht, was der vorhat. Walter. Wegen Tracy und James. Ich mache mir da wirklich Sorgen. Ach, bestimmt geht's ihnen gut. Die kommen zurecht. Und du auch. Hör mal. Das ist meine Familie. Du hast dich doch vorher auch nicht für sie interessiert. Familie, Freunde. Dafür hast du doch gar keine Zeit gehabt. Tracy wird schon wissen, was sie tut. Wie kannst du denn sowas sagen? Ich verstehe ja, dass du enttäuscht bist, aber... ...du stellst mich hin wie ein Monstrum. Hm. Energy-Tracks. Diese Unterlagen. Blickst du da überhaupt noch selbst durch? Sie sind nicht mehr wichtig. Naja. Aber was ist das denn alles? Das sieht einfach... ...nicht gesund aus. Anatomische Studien. Neuronale Netze. Chemische Formeln. Architekturmodelle. Was zum Teufel hat das zu bedeuten, Walter? Schreibst du hier dein Leben auf, oder was? Vielleicht. Wofür denn? Wozu soll das gut sein? Was soll es aussagen? Ich hab dir doch gesagt, es ist nicht mehr wichtig. Du kannst es haben, das ganze Zeug. Ich brauch's nicht mehr. Na gut. Das heißt, wir haben das jetzt im Inventar, oder? War das natürlich zur Tatsache? Hm. Scheiße, ehrlich. Ich komme morgen wieder rein, okay? Ja. Natürlich. Doch, wirklich. Ich komme. Äh. Ach, das war das Buffet. Ich habe die ganze Sache ins Rollen gebracht. Richard, es hat nicht immer alles nur mit dir zu tun. Tja. Er hasst mich. Wieso kann ich ihn denn immer noch anquatschen? Was ist denn hier los? Hallo? Und? Hast du diesen Stanley angerufen? Noch nicht. Ach, Stanley. Hallo? Hi. Sie sind Stanley? Mein Name ist Richard Nolan. Nolan? Von The Voice? Ja, genau der. Woher haben Sie die Nummer? Hm. Klar. Sie sind Journalist. Also, was wollen Sie? Eine Story oder einen schönen Abend? Ich würde Ihnen nur gerne ein paar Fragen stellen. Persönlich. Eine Story also. Na klar, warum nicht? Wer lebt das Geschäft? Schicken Sie mir Ihre Geolocation. Ich bin dann um zehn dort, okay? Okay, dann. Bis später, Richard Nolan. Okay. Ich bin ja die Leute, um die Möglichkeit, solche Geschichten zu weben und zu stricken. Mir fehlt ja komplett die Kreativität. Gut, jetzt kann das natürlich sein, dass es ein ganzes Autorenteam ist, aber dennoch. Sie haben jetzt also einen Bot. Was? Ich habe nach einer Weile mal wieder Ihre Kolumne gelesen. Seit wann denn so zahm? Neue Direktiven aus der Geschäftsleitung. Und was haben Sie bloß immer gegen Bots? Ich würde meine Söhne verkaufen für so ein Base Five. Die Housebots sind ja erst der Anfang. Irgendwann entwickeln die eine Super-KI. Dann sind sie auch auf dem Mars nicht mehr lange sicher. Sie sind ein verdammter Miesmacher, Nolan. Ich weiß nicht, ob ich das als Miesmacherei bezeichnen würde. Berlin. Bei einer groß angelegten Razzia in den U-Bahn-Anlagen der Stadt sind in den Nachtstunden zahlreiche Police-Bots zerstört. Also nochmal, wenn solche Spiele liegen, dem lege ich Moment of Silence ans Herz. Das war auch ein sehr gutes Spiel. Jawohl, bei so einem Robo-Chicken, der geht mir richtig einen ab. Oh Gott. Mach mal deine Kippe vernünftig aus, Kollege. Stanley? Stanley White? Hey Mann, wie geht's? Wir hatten 10 Uhr gesagt. Ich war um 10 hier. Musste nur kurz was besorgen. Ach so, verstehe. Können wir uns dann überhaupt unterhalten? Ich bin einiges gewöhnt. Also was verschafft mir die Ehre? Willst du eine Geschichte über mich machen? Dann nur ohne Namen, das sag ich dir gleich. Hast du nicht mal so eine Drogenrecherche gemacht? Und deine Frau, die hat doch... Das ist beides lange her. Nein, ich mache eine andere Recherche. Es geht um Bewegungsdaten. Also Körperbewegungsprofile. Ich hab jemanden gesucht. In einer Datenbank. Bin aber auf dein Profil gestoßen. Das finde ich merkwürdig. Und da dachte ich, vielleicht sollten wir uns mal kennenlernen. Aha. Wen hast du denn gesucht? Ein Mann aus einem Video. Mitte 40. Er sieht dir kein bisschen ähnlich. Bewegt sich aber so wie ich? Genau. Hey. Ah, vielleicht ein Fan. Weißt du, ich kenne eine Menge Leute. Das bringt meinen Job so mit sich. Vielleicht bin ich sein Vorbild oder so. So leicht lässt sich das System nicht täuschen. Ja, das Spiel ist schon geil. Wie Spector schon sagt, es spiegelt so ziemlich unsere Gesellschaft wieder. Ja, zumindest auch den allgemein weiteren Weg. Aber diese Schere zwischen Arm und Reich, diese technologische Entwicklung, dieses, so wie jetzt auch die iRobot-Zukunft. Irgendwie, jeder kriegt hier so ein Roboter-Gestell, damit das auch bloß alles irgendwie unter der kompletten KI-Kontrolle landet. Also das ist schon so. Und wir sind ja auch auf dem besten Weg dahin. Ich meine, wir haben schon teilweise das autonome Fahren und sowas. Smartphones, die immer alle irgendwie ständig, ja, online sind auf irgendeine Art und Weise. Hast du Geschwister? Einen Bruder vielleicht? Nein, ich bin Einzelkind. Ganz schwere Kindheit, verstehst du? Was genau machst du eigentlich? Mir geht es darum, den Leuten einen Trip in eine andere Welt zu ermöglichen. Das wollen sie. Eintauchen in was Neues. Was Schönes. Ja, Flucht. In eine Traumwelt. Genauso war es bei Tracy. Was hast du gegen Träume? Kannst du dir nichts Besseres vorstellen als... Diesen Mist hier? Doch, kann ich. Doch, kann ich. Aber wenn es nicht real ist, ist es... Gar nichts. Nur ein Hirngespinst. Ach komm schon, Mann. Was in deinem Kopf vorgeht, gehört genauso zu dir wie das, was du anfassen kannst. Bei jedem Cloud-Call siehst du Leute als Telepräsenz. In jeder Chat-World laufen Avatare rum. Sind die real? Gute Frage. Okay, nochmal zurück zu deinen Bewegungsdaten. Weißt du was? Vielleicht hast du gar keinen Mann gesehen in deinem Video, sondern eine Telepräsenz. Weil der hat Koffer getragen. Naja, Valerie hat mich mal gescannt für eine Skulptur. Vielleicht hat sie die Daten weiterverkauft. Valerie? Die Künstlerin Mahn. Valerie von Stahl. Perfektionen. Das musst du doch mitgekriegt haben. Ich war eins ihrer Körpermodels. Super bezahlt. Wie muss man sich das vorstellen? Sie hat einen Nanoscan von dir gemacht? So ähnlich, aber ich habe 50.000 Credits bekommen. Und ein Ticket für die Kolonien. Da willst du hin? Auf den Mars? Du hast doch deine Erlebnisse. Reicht dir das nicht? Naja, auf Dauer? Ich meine, sieh dich um. Wer will sich schon in jeder klaren Minute dieses Elend hier antun? Das wird doch alles nichts mehr. Das wissen wir beide. Man könnte versuchen, was dagegen zu machen. Genau das. Ab in die Kolonien und tschüss. Okay, ich muss los. Hoffe, ich konnte helfen. Tja, dann gute Reise. Und dir noch viel Spaß mit deiner Realität. Hm. Man kommt doch hier und da andere Blickwinkel. Martin. 15 Bits. Dankeschön. Oh, der Colonel ist nicht da. Mit dem kannst du dich jetzt nicht battlen. Der ist auf Weihnachtsfeier. Berlin. Bei einer groß angelegten Razzia in den U-Bahn-Anlagen der Stadt sind in den Nachtstunden zahlreiche Police-Bots zerstört worden. Die Einsatzkräfte hatten die stillgelegten... Hey, Jeff. Schon Fortschritte gemacht? Ich habe Adam erreicht. Er hat die Daten gesehen. Offenbar hat Tracy damals... Was ist mit Charlie? Hat Adam schon Kontakt aufgenommen? Charlie? Wer? Dein Kollege? Äh... Wir arbeiten dran. Arbeitet härter. Wir brauchen seine Daten. Was genau macht euer Mann eigentlich da oben? Er ortet die Server der virtuellen Stadt. Diese VR muss zerstört werden, Richard. Verstehe. Hm. Was verspricht sich Kurtz von all dem? Macht. Kontrolle. Rettung der Menschheit. Hm. Interessiert mich nicht. Ich kenne Kurtz. Der denkt nicht im kleinen Maßstab. Ich glaube, er will uns alle hochladen, Richard. Selbst jemanden wie dich, wie es aussieht. Wir müssen ihn aufhalten. Das ist alles, was zählt. Oder... Unsere Gehirne sind bald alle in einem virtuellen Limbus gefangen, während unsere Körper langsam verrotten. Jule. Das waren ja nur Bots. Das war ja... Nichts Schlimmes. Okay. Woher wisst ihr, dass dieser Charlie überhaupt noch lebt? Wir erhalten sein Signal. Aber der Kontakt ist abgebrochen. Er ist da oben gestrandet. Du hast mal für Kurtz gearbeitet, richtig? Woher weißt du das? Ich bin Journalist. Verheimlichst du mir etwas, Jeff? Ich habe dir doch gesagt, wir wissen nicht, was das für ein Konstrukt ist. Wir wissen auch nicht, wo deine Frau ist. Vielleicht sollte ich dann lieber mit Kurtz reden. Klar, schick ihm eine Ansichtskarte. Bin ich tot, bin in Berlin. Bitte holt mich ab. Also dann, wir sprechen später. Okay, klitzekleiner Fehler. Ähm. Ihr erinnert euch, wir wollten da auch mal hin. Mit dem Auto. Und der hat uns nicht gelassen. Weil überall Barrieren. Und er fährt mit dem Auto vor, geht einfach nach Hause rein. Ich sollte... Was hat er denn hier? Was gibt's? Sie wirken betrübt, Sir. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Was? Nichts, Sir. Gar nichts. Geh mal kurz den Charakter wechseln. Viol? Er sollte ja irgendwo noch Daten haben, wenn ich das richtig verstanden hab, in seiner Wohnung. Und die würde ich gerne mal eben einsammeln. Ne, Rohlewand-Einträge. Datenfragment. Wer ist dieser Richard? Was will er von mir? Kennen wir. Und das kennen wir auch schon. Ah, ich weiß nicht. Escape drücken. Ich komm schon. Wer rechnet denn mit der Tür, Klingel? Ganz halt so still in der Hütte. Ping-Bong. Wow. Die Hütte hat auch den gleichen Grundriss wie die andere, ne? Ja, nervlich. Und das scheint ja eine virtuelle Welt zu sein. Nur weiß jeder, der da drin lebt, nicht, dass es eine virtuelle Welt ist. Adam, dein Arbeitstag bei The Present beginnt in Kürze. Hat er doch noch irgendwo... Sollte doch noch so ein Fragment sein, oder nicht? Ah. Ist denn meine Frau, wenn die mich gerade gerufen hat, ob ich aufmache? Also, seine Frau. Ne, also. Ah, ja gut, komm. Dann gehen wir arbeiten. Vielleicht kommt es ja dann erst. Ich weiß es nicht. Die Julie weiß gar nicht, was sie jetzt sagen soll, Martin. Jetzt hast du einen vom Koffer getreten, da. Einen schönen Tag, Mr. Newman. Ihnen auch, Miss Patrick. Ihnen auch. Einen schönen Tag. Irgendwie finde ich dieses Untersuchen bei weiblichen Charaktere ein bisschen... Ihr Leben ist unser Beruf. Nicht jetzt. Ich muss zur Arbeit. Ja, dann geh doch. Geht's denn zur Arbeit? Wo ist eigentlich der Kiosk hin? Der Kiosk. Wurde er abgerissen? Hier waren ihn, Kiosk. Natürlich, er stand genau hier. Also, nicht, dass ich wüsste. Doch, ich bin ganz sicher. Tut mir leid. Da kann ich Ihnen nicht helfen. Ach, hier. Guck mal. Ja, das ist super. Man wohnt direkt neben der Arbeit. Ich weiß ja nicht. Ich muss das nicht haben. Gut, du musst nicht pendeln, aber... Du bist doch jederzeit irgendwie verfügbar. Ist ja auch karke. Ja, ja. Richtig, Swissy. Das hast du gut kombiniert. Das ist so. Ja, das ist keine Theorie. Das ist ja tatsächlich... Ist es ja so. Das wurde ja schon bestätigt von den Leuten, die uns diese Daten gegeben haben. Ha! Der Blitzmerker. Na gut, du hast das Spiel auch nicht von Anfang an mitgekriegt, ne? Adam! Adam! Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Danke, Carrie. Cindy. Cindy. Natürlich. Peinlich. Uhu, peinlich. Ich trage aber immer interessante Klamotten. Ich sehe alle nur mit kurzen Röcken. Nix... Oder kurzen Kleidchen. Nichts langes. Oh, er ist vielleicht doch gar nicht so schlecht. Was macht der Bot auf meinem Platz? Der bottet. Hau ihm in die Schnauze! Martha und Stuart. Martha. Guten Tag, Adam. Schön, dass du wieder hier bist. Du sitzt auf meinem Platz. Das ist nicht dein Platz, Adam. Ach ja? Seit wann? Das kann ich nicht sagen. Kannst du nicht sagen? Du solltest mit dem Chef sprechen. Na, wird der auch gefeuert? Worüber? Das kann ich nicht sagen. Ne. Kann sie nicht sagen. Kann sie nicht sagen, ne? Adam! Stuart, auf meinem Arbeitsplatz sitzt ein Bot. Oh. Hat noch niemand mit dir geredet? Nein. Ah, okay. Am besten sprichst du mit Fred. Jetzt gleich. Und danach drücken wir uns. Was ist mit seiner Pupille los? Hast du das gesehen? Pupille beim Augenlid? Schon ein bisschen aus, oder? Auch die Aufteilung hier ist die gleiche. Willkommen zurück, Adam. Ach so. Ja, ich habe keine Ahnung. Das müsste ja der Martin mal ein bisschen erläutern. Außer, ja, nett und nett. Von daher könnten wir alle Geschwister sein. Irgendwie. Außer, 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 äh. Außer, äh. Außer, äh, Spectre. Der sagt ja immer, er ist nicht nett. Und noch ein Award. Ganymede Award. Aha. Gut. Äh, Kollege Arschloch. Adam, wir haben dich vermisst. Ja. Du setzt deshalb ein Roboter auf meinem Platz? Ja, das, äh. Sieh mal, Adam. Daniel, herzlich willkommen zurück. Das Projekt Independence läuft auf Hochtouren. Deswegen ja. Und am Sonntag, wenn es in Betrieb geht, wird sich einiges ändern. Für uns alle. Und deine Abwesenheit hat deutlich gemacht, dass deine Arbeit genauso gut... Ach, ich bin miserabel in sowas. Komm mal bitte kurz mit. Einmal kurz Escape gedrückt. Ich mach mal folgendes. Ähm, wir spielen gerade State of Mind. Und ich werd das mal eben ganz kurz hier... Äh. Ach nee, der... Blödsinn, was mach ich denn da? Das ist ja Quatsch. Herr Roggenrohr, was ist Quatsch? Da. Müsste der Spieletitel zumindest drinstehen? Ich hab ja nur so AFK-Mods hier. Also du warst ja mit dir jetzt nicht gemeint. Du warst ja offiziell abgemeldet. So, weiter geht's. Ich rede mit Fred und danach betrinken wir uns. Ja, das ist schon geil. Ähm. Das sieht mir irgendwie nach Applaus aus. Ich werd befördert, oder was? Ein Hoch auf Adam Newman, den neuen Leiter des Textressorts. Auf Adam! Ich hasse euch. Hier. Dein neuer Arbeitsplatz, Adam. Das läuft jetzt spiegelverkehrt zu Richard. Das sind schwere Anschuldigungen, Sir. Ich hoffe, Sie haben Beweise. Danke, Leute. Vielen Dank. Ich... Ich bin... Wow. Geh's langsam an. Wir haben alles unter Kontrolle. Liegt was Dringendes an? Ähm, nein. Gib mir ein paar Augmented Texte. Das ist immer ein guter Einstieg. Einstieg? Fred, ich arbeite seit 15 Jahren für dich. Na und? Du hattest einen Unfall. Überlass die Schwerstarbeit den anderen. Nimm dir ein Beispiel an mir. Ich könnte auch eine Beförderung gebrauchen. Was denn? Ich kann den Herkules geben oder eine Rolle, wo man alles kurz und klein schlagen muss. Kein Shakespeare mehr, Stuart. Knauze. So. Bist ja auch eingeschlafen, Swizzy. So. Cloud Hub. Gehen wir mal gucken. Okay. Okay. Achso, ich brauche das gar nicht selber zusammenfrickeln. Das macht er selber. Die nachstehenden Objekte brauchen Beschreibung für die Augmented Version. Keine Sorge. Es halt nicht. Ganze. Auswählen. Ganze. Machen wir das mal hilfreich. Lalalala. Mittlerweile alle Wunder. Form und verdankt genetischer Chirurgie. Skulptur. Aufwärts. Künstlerin. Nimm mal unterhaltsam. Kunstwerke werfen. Sie ausdrucken. Und dann alles aussehen lassen, als wäre es handgemeißelt. Sonderbare Nostalgie. Philosophisch. Bemerkenswert ist nicht das Pferd, sondern der Block, aus dem es sich befreit. Das ist cool. What is it? Hilfreich. Du musst warten, vergiss die Zeit und lass deine Gedanken wandern. Falls du nicht weißt, was dieses Werk bedeuten soll, keine Sorge. Das weiß der Künstler auch nicht. Wohin gehst du, wenn die Welt kein Anfang und die Zeit keine Richtung? Ach komm, wir machen das. Ich finde das lieb. Künstler weiß es auch. Philosophisch. Hilfreich. Wir haben alles drei drin. Und das machen wir einfach so. Arschlecken. Ja, du kannst ja schon mal reingucken. Genau. Das hatten wir schon mal. Ob das mit dem Hochladen zu tun hat? Nicht schon wieder. Oder mit dem Eindringen der Truppe da? Was zum... Okay. Die virtuelle Realität kriegt Risse. Die wird instabil. Ja. Fragments für sie. Sehr gut. Okay, Leute. Der Spaß ist vorbei. Noch so eins. Was zum... Siehst du das? Ist das wieder eine Fangfrage, Adam? Kann ich damit... Ah, jetzt kann ich es nehmen. Alles okay, Adam? Was? Ja, ja. Alles gut. Bin ich der Einzige, der das Zeug sieht? Was will dieser Typ bloß von mir? Ich würde das noch lauter sagen. Läuft dein Hub ordentlich? Ich hatte hier gerade Daten-Chaos. Dein System läuft stabil. Ja, jetzt, aber... Es läuft einwandfrei. Wir benutzen alle dieses System. Das ist sein Brain. Ich muss nach Hause. Da ist... Ähm... Da war... An meinem Platz, da... Nein, alles gut. Adam, wenn du dich lieber noch ein paar Tage ausruhen möchtest... Es geht mir gut. Mein Hub spinnt. So ein Mist. Diese Erdbeben bringen uns alles durcheinander. Sonntag ist damit hoffentlich Schluss. Glaubst du daran? An das Projekt? Dass wir bald aus der Stadt dürfen? Ja, sicher. Natürlich. Independence wird Erfolg haben. Es muss. Die Frage ist nur, was soll man da draußen? Ich für meinen Teil bleibe lieber in der Hauptstadt. Nirgendwo ist es besser als hier. Ich sollte mich wohl bedanken. Du hast es dir verdient, Adam. Geh ruhig nach Hause, Adam. Mach mal langsam. Das ist ein netter Chef. Geh ruhig nach Hause, Adam. Okay. Mach mal langsam. Naja, ist ja gut. Tja, und in der realen Welt hat unser Richard seinen Job verloren. Das ist quasi Konterkarriere. Hier steht. Achso. Alles gut. Wo ist denn hier? Hallo, Schatzi. Da ist sie ja wieder. Guck. Guck. Da darf ich wohl noch nicht rein, hä? Utritt, Knuffel, Mitglieder der Regierungsbehörde. Und hier ist normalerweise... Der ist in Launschitz und da war die Kantine in der realen Welt. Wer bist du denn da? Alles in Ordnung? Stuart? Wie könnt ihr alle so ruhig bleiben? Na klar. Wir glauben der von uns selbst verbreiteten Propaganda, dass alles gut wird? Adam! Was ist los? Deine Hände zittern. Das ist komisch. Ich erinnere mich an die Erdbeben, aber... Ich erinnere mich nicht, dass ich mich erinnere, falls das Sinn ergibt. Nein. Im Ernst. Du solltest zur Klinik gehen. Du machst einen ganz sonderbaren Eindruck. Weißt du, was das hier ist? Hat jemand vor meiner Haustür fallen lassen? Ach du. Was? Was ist... Psch! Steck das weg, Adam. Was ich dir jetzt sage, muss unter uns bleiben. Das da. Dieses Ding. Nur ein kleiner Kreis von Auserwählten weiß davon. Sie sind schon seit Jahren hier. Sie kommen vom Planeten Alpha Zen. Und sie sind Fied. Ach. Komm schon, Adam. Das ist ein stinknormaler Tracer. Damit untersuchen die Techniker die Geohazards. Hey, warum so gestresst? Und warum ist der Mann vor mir weggerannt? Seine ID war ungültig. Und kurz danach kam der Geohazard. Okay, Adam. Für Verschwörungstheorien ist Lehman zuständig. Schon gut, vergiss es. Was mache ich jetzt damit? Das Gerät gehört den City Five Services. Gib es mir. Ich kenne da jemanden. Der kann es zurückgeben. Nein, schon gut. Ich kümmere mich lieber selbst darum. Klar. Warum sich das Leben einfach machen? Hör mal, Stuart. Ähm, hast du jemanden angestiftet, mich anzurufen? Entschuldigung, was? Ein Mann, irgendein Richard. Hat sich heute Morgen bei mir gemeldet. Redet lauter verrücktes Zeug. Wie meinst du? Er erpresst dich? Nein, das nicht. Bedroht er dich? Nein, er... Ach. Nicht so wichtig. Nein, sag. Was wollte er? Ach, ich glaube, er sucht eine Testperson. Für irgendeine neue App. Vielleicht testet er mich auch schon. Was meinst du? Vielleicht sind wir alle Teil eines Tests. Und wissen es nur nicht. Starke Idee. Du siehst ein bisschen blass aus, Adam. Warst du noch mal beim Arzt? Mein Hub spuckt unsinniges Zeug aus. Zeig mal. Nein, jetzt geht er wieder. Na dann bestens. Einfach nicht drüber nachdenken. So mache ich das auch. Ja, nur nicht denken. Nur nicht denken. Denken, hallo. Ich habe die gar nicht gesucht, Martin. Erzähl doch mal. Jule ist doch zu uns gekommen hier. Jule hat quasi uns wieder gefunden. Kommen Sie ins Liquid Sky. Jurene, dem musst du jetzt auch nicht folgen können, weil der Martin hat schon wieder interessante Familienbindungsgeschichten am Laufen hier. Haben Sie am Wochenende schon etwas vor? Das Liquid Sky enthüllt ein neues Kunstwerk. Jule, sag auch mal was. Das hat Amy erzählt. Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich. Geben Sie mir einen. Ui. Ui. Ach, ist das schön. Und noch eine. Noch eine Lichtkugel, bitte. Jawohl. Das machen wir jetzt die nächste halbe Stunde. Da gibt es ja einen Erfolg für. Ich weiß es nicht. Manchmal ist das ja so. Oh, ist es vorbei. Dreimal Ende. Schweine. Ich bin ver... Ja. Ja. Ach ja, und er will mit mir auf dem Mars, hat er gesagt. Darüber lacht man nicht, John. Wieso nicht? Weil es sich nicht gehört. Wenn dein Vater kommt... John? Wir sind hier. Was ist denn hier los? Nichts. Tracy. Passt noch, die sieht aus wie Tracy. Mr. Newman. Ich freue mich. Die sieht doch aus wie Tracy. Der leckt mich doch. City Five Robotics bittet um Entschuldigung. Ich sollte schon heute Morgen geliefert werden. Die Kalibrierung hat etwas länger gedauert. Ist alles in Ordnung, Sir? Ja. Entschuldigung, ich war nur... Sie dachten, ich wäre ein Mensch. Ja. Oder hätten Sie lieber ein anderes Modell? Gefällt Ihnen mein Erscheinungsbild nicht? Ja. Was meinst du, John? Sollen wir sie austauschen? Nein. Ich mag Sally. Du magst sie. Na dann. Willkommen in der Familie. Okay, Sally. Dann werde ich dich jetzt einweisen. Also. John geht in der Regel so gegen... Ungefähr um... Um 10 Uhr. Richtig. Um 10 geht er ins Bett. Und um... Um halb 8 steht er auf. Hat John dich schon... Die Daten sind über das Botnetwork verfügbar. Ach so. Das heißt, du bist voll informiert. Je mehr ich über John weiß, desto besser. Finden Sie nicht? Ich würde da nur gern ein Wörtchen mitreden. Möchten Sie die Einträge über Familie Newman sperren lassen? Das ist kein Problem. Allerdings sind meine empathischen Fähigkeiten dann eingeschränkt. Nein, das haben wir nicht. Nein, dann lass es lieber. Wir wollen dich nicht beschädigen. Sallys Aufgaben. Also, du weißt, was du zu tun hast. Ich helfe John. Möchten Sie persönliche Einstellungen vornehmen, um meine Lern- und Leistungsfähigkeit zu verbessern? Jetzt? Eigentlich habe ich noch was zu erledigen. Es eilt nicht. Also gut. Dann mach es dir bequem. Vielen Dank, Mr. Newman. Ach, sind die alle nett zueinander. Ich habe Hunger. Nicht drängeln, John. Welche Suppe? Irgendwelche Sonderwünsche. Nudelsuppe. Was ist... Bist du denn für... Junge, ich will Nudelsuppe. Ich will Nudelsuppe. Rote... Deine Lieblingssuppe. Genau wie du sie magst. Und, wie ist es mit Dr. Sykes? Ist er nett? Ich weiß nicht. Er schließt mich an seine Geräte an und dann muss ich schlafen. Aber heute war Governor Kane da. Der war nett. Wozu lässt Dr. Sykes dich schlafen? Er sagt, im Schlaf lernen wir ganz viele Dinge. Noch mehr Suppe, John? Nein, danke. Und? Hilft es dir? Das wäre so geil. Das wäre so geil. Aber Suppe drucken. Ich meine... Hä? Und was hat Governor Kane gesagt? Nicht viel. Dass ich zu klug bin für mein Alter. Und dass er gut auf mich aufpassen will. Aha. Zu klug. Wie meint er denn das? Jetzt lass mich doch mal essen. Okay. Okay. Und du? Ist du gar nichts? Später vielleicht. Ich muss noch ein bisschen arbeiten. So? Spät noch? Ja. Leider. Ich muss mich erst wieder einfinden. Ja. Lebe ist kein Bonnyhof. Was willst du heute lernen, John? Das Tennisball-Experiment. Interessant. Stanford 2024. Einer Gruppe von lernfähigen Robotern wurde die Aufgabe gegeben, einen einzelnen Tennisball in ihren Besitz zu bringen. Scan abgeschlossen. Objekt-ID erkannt. Objekt erfolgreich gesendet. Das wechselt er dann automatisch. Gut. Das Fragment brauchten wir auch. Okay. Diese Daten verweisen auf West Plaza Tower 633. Das ist meine Wohnung. Vor 13 Jahren. Ich hoffe, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich einfach irgendwann immer noch die gleiche an meiner Seite habe. Das wäre viel praktischer. Was sagt er? Das sieht besser aus. Das ist es. Verflucht. Das ist es doch. Okay. Sieht gerade irgendwie so unpassend aus. Das ist es noch nicht. Was ist das? Das ist irgendwie so schwer zu sehen, finde ich. Verflucht. Das ist es noch nicht. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Na dann. Okay. Und Gespräche können Wunder wirken. Du hast neue Daten von Unbekannt. Das ist völlig verrückt, aber... Mal sehen. Wenn die Neugierde siegt, ne? Ja. 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 2035, der letzte Zwischenstopp war 2033, also zwei Jahre später als bei der letzten Rückblende. 25. März 2035, das wäre dann... Da wäre ich 60 Jahre alt. Leben alle nicht im Süßwasser? Ich bin auf dem Meer und da sind alle im Wasser. Zumindest glaube ich, dass es alle sind. Tobi und ich sind auf diesem Schiff. Langsam. Tobi, dein Assistent? Ja. Du spielst Neverland mit Tobi? Halt den Mund. Du spielst Neverland mit deinem Roboter? Tobi ist anpassungsfähig. Ja. Er ist bestimmt ein toller Peter Pan. Halt den Mund. Geht, shut the fuck up. Ein Sandwich? Ja. Ein Sandwich ist gut. Wie Sie wünschen, Madame. Serials. Und in deutscher Werbung heißt es Cerealien. Alle vertragen sowohl Salz als auch Süßwasser. Ich habe keine Ahnung, ob die Dureen momentan überhaupt da ist. Ich dachte zwar Hallo, aber... Heute Abend ruf ich mal deine Eltern an, okay? Oder er muss wieder telefonieren. Kann auch sein. Das muss sein, Tracy. Ich helfe dir das ins Reine zu bringen. Und außerdem wollte ich mich mal vorstellen. Du meinst es richtig ernst, oder? Natürlich meine ich es ernst. Na klar. Mensch, du. Voilà, Madame. Frühstück ist fertig. Komm. Das ist wirklich süß von dir. Sieht ja auch cool aus, die Wohnung, ne? Moment, Moment. Da fehlt noch was. Musik. Oha, das wird aber feierlich. Ja, genau. Warte. Ich suche was Schönes aus. Dann suchen wir mal was Schönes aus. Vorladung. Acht. Warte mal, das gucken wir uns erst an. Nicht, dass das gleich nicht mehr auswählbar ist. Kann ja sein. Warte mal, das ist ein bisschen mehr auswählbar ist. Ja. Ich suche was Schönes aus. Ich suche was Schönes aus. Ich suche was Schönes aus. Und nein, ich brauche dein Bild nicht. Okay. Ich sorge für dich, klar? Ah ja? Ja. Du bist so altmodisch. Ne, das macht sie nicht. Wenn es nicht öffentlich. So, warte. Smart Loft System benutzen. Ah. Chiptunes. Oh, geil. Hast du es erraten? Ich bin jetzt aber fertig. Ich hab's. Das ist jetzt genau das Richtige. Das sehe ich auch so. Oh, ja. Das habe ich lange nicht gehört. Woher kennst du meinen Musikgeschmack? Warst du auf meiner MyLife-Seite? Nein. Scheint so, als hätten wir denselben Geschmack. Lügner. Na hör mal. Ich würde dich nie anlügen. Und was ist das? Gehört das auch zum Frühstück? Ich kann's ja mal aufmachen. Soll ich? Okay. Hast du deine Medizin genommen? Ja. Nein, noch nicht. Ich will ja nicht nerven, aber... Du bist noch nicht über den Berg, Tracy. Kommst du überhaupt zum Arbeiten? Ich hab ja Walter. Der hält mir den Rücken frei. Ist er nicht sauer, wenn er alles für dich machen muss? Ja. Ich glaube, er ist ganz froh, wenn ich mal nicht da bin. Oh. Nein, nein. Alles gut mit Walter. Er weiß ja, dass es mir wichtig ist. Ich meine... Das hier. Das mit dir. Die Systeminformationen für diesen Gegenstand wurden vorübergehend gesperrt. Von Nolan Richard. Ja, damit sie nicht sieht, was da los ist. Richard. Der ist wunderschön. Willst du meine Frau werden, Tracy? Das war ja ein Herz-Zurreis-Antrag. So. 2040. Acht Jahre bevor. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten... Liebes. Wir haben schon alles. Hör auf, dich verrückt zu machen. Ich mach mich nicht verrückt. Ich freu mich. Ich freu mich auch. Aber du sollst dich ausruhen. Und wieder ein HW im Bett. Guck mal. Wenn du so weitermachst... Dann was? Dann geht's los. Endlich. Ich könnte gut noch eine Nacht durchschlafen. Damit ist es jetzt vorbei. Jetzt brauche ich Schokolade. Schon unterwegs. Das sind übrigens so Spiele, Schatzi. Mit denen könntest du gut den Einstieg in das PC-Wesen, Spielwesen üben. Es ist nicht so viel. Es ist langsam. Es ist ruhig. Es ist überschaubar von den Tasten. Ist, glaube ich, ganz gut, um dann reinzukommen. So Schokolade. Du hast einen Voranschlag für was? Was man hier alles findet. Hm. 899. Was auch immer. Es gibt keine Währung. Naja. Volksessen Repair Service. Akurts Group Company. Volksessen. Deutsches Unternehmen. Volk. Wie? Volkswagen. Und Volksrepublik China. Ah, nee. Das war was anderes. Schokolade. Hm. Leckere Schokolade. Die wehen. Schnell Schokolade reinstopfen. Das kommt mir alles so bekannt vor. Siehst du? Ich hab dir doch gleich gesagt. Oh Gott. Es geht los. Da. Die Fruchtblase? Ruf ein Cabin Car. Okay. Okay. Ganz ruhig. Das ist alles ganz normal. Hörst du? Ich bin ruhig. Ruf jetzt das Cabin Car. Ja. Richtig. Sofort. Schön, dass er so ruhig ist. Alles okay? Verdammt. Geht das nicht schneller? Was ist denn da los? Anhalten. Ihr Cabin Car wurde angehalten. Die Temperatur wird angepasst. Was zur Hölle? Bitte öffnen Sie die Tür. Erst wenn es Fahrzeug steht. Computer, halt sofort an. So kann man jetzt aufsteigen. Ist das dein Ernst? Wir werden schneller. Cabin Car. Die Korporation. Die Richtung. Ein langer Weg auf. Kalt anziehen. Richard? Computer. Auf manuell umstellen. Richard! Was soll ich machen? Richard! Und nehmen Sie die Tür. Erst wenn das Fahrzeug steht. Halt dich fest. Oh Gott. Auch das erinnert mich auf eine Art und Weise an iRobot. Aufprall, schrei! Laut Untertitel. Aufprall, schrei! Aufprall, schrei! Ja, es ist dieses Daten-Dings, was der Adam auch gesehen hat in seinem Traum. Wo ist der Mann? Wo sind wir? Also Richard. Und sie ist tot. Genau das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, dass die tot sind. Und er auch irgendwie... Ach, da ist nicht er doch. Also meine Theorie war vorhin, dass sie eigentlich... Dass Richard auch schon eine implantierte Erinnerung hat. An Kind und Frau. Und auch, dass diese Flucht von der Frau und dem Kind, also mit diesem Typen, auch irgendwie alles fingiert ist. Das ist die Spieluhr. Das war das. Okay, ist wie sie, dann schlaf gut. Ich hoffe, du musst morgen nicht irgendwelche Sonderschichten machen oder so. Warst du die ganze Zeit hier? Brauchst du irgendwas? Nein. Na dann zurück ins Bett. Ich kann nicht schlafen. Ähm, Augenblick. Ich komme gleich. Ach, Urlaub hat er. Ich habe dir neue Daten hochgeladen. Hast du sie gefunden? Das ist kein guter Zeitpunkt. Ich bin gerade nicht allein. Du glaubst mir immer noch nicht, oder? Guten Nachts, Willi. Und schöne Grüße zu Hause. Danke, dass du da warst. Ich weiß auch nicht. Ich hatte Zweifel, aber... Dein Leben da unten mit Tracy... Das ist... Etwas Gutes, etwas Wertvolles. Du hast mehr von Tracy gesehen? Du hast sie gerettet. Es fühlte sich echt an, verstehst du? Wow. Ja. Das verstehe ich. Ich muss darüber nachdenken. Er muss darüber nachdenken. Datenfragment. Wie hat Richards so den Unfall überlebt? Unfall? Richards Unfall und mein Unfall nahezu identisch. Aha. Ich weiß nicht, ob der Sohn wirklich überlebt hat. Ob das nicht auch... ...alles da oben drin ist. Nein, schon wieder die Escape-Taste. Rücktuch kaputt. Ach, darüber haben wir doch vorhin geschrieben. Oder das Olle Pony. Kommst du am Sonntag mit zur großen Enthüllung? Wenn deine Eltern es erlauben. Sally, bei meinem Unfall... ...war da jemand mit mir im Auto? Sie waren allein im Auto, Mr. Newman. Nein, ich... Smithy, ich würde am Montag noch mal streamen. So steht es immer nicht. Also vielleicht sieht man sich am Montag noch mal ansonsten. Dir das Gleiche, mein guter Rutsch und Feier schön und so. Und schöne Weihnachten. Übrigens, Sally. Du kannst mich ruhig Adam nennen. Du gehörst ja jetzt zur Familie. Danke. Das ist sehr freundlich, Adam. Gespeichert. Errungenschaft Roboter-Familie. Weißt du, was der Governor in der Klinik wollte? Es tut mir leid. Arztbesuche sind vertraulich. Was sagen wir unserem Kind? Kindlömer, gute Nacht. Was ist das hier? Eine Notiz? Notiz von Amy für John, privat. Was hast du gemacht? Du warst so lange in deinem Zimmer. Nichts. Ich habe gearbeitet. Gute Nacht, John. Aber ich bin nicht müde. Keine Sorge. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Oder was? Gut. Du weißt doch alles. Hast du irgendeine Idee, wie ich John zum Schlafen kriege? Er mag das Gefühl, unter Wasser zu sein. Unter Wasser? Ah. Das hat er mir nie erzählt. Okay, dann weiß ich doch schon mal, was wir hier zu tun haben. Ambiente ist unter Wasser. Unter Wasser. Unter Wasser. Zurück. Rammel. Rammel. Wische anschalten. Zurück. Sieg. So, mein Sohn. Kann Sally bleiben? Wenn du das möchtest, dann kann sie bleiben. Ich mag sie. Na schön. Müde? Nein. Es gibt keinen Zusammenhang. Wo? In mir. Hat Dr. Sykes das gesagt? Ich sage das. Versprich mir, dass du niemals stirbst. Oh. So was kann man nicht versprechen, John. Wenigstens lügst du nicht. Sieh mal. So ein Unfall geschieht nur ganz, ganz selten. Nein, er geschieht niemals. Nicht einfach so. Nicht in City Five. Nicht in City Five. Na gut. Und jetzt schlaf. Ich habe schon in der Klinik den ganzen Tag geschlafen. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Was meinst du? Warst du auf der anderen Seite? Nach dem Unfall? Warst du tot? John. Verdammt. Wer ruft da an? Niemand, den du kennst. Willst du nicht rangehen? Ich rufe gleich zurück. Entschuldige. Was hattest du gefragt? Nichts. Gut. Dann schlaf jetzt. Morgen früh geht es wieder zu Dr. Sykes. Adam. Was geschieht mit mir, wenn ich alle Probleme gelöst habe? Wieso sagt er Adam? Die Gefahr besteht so schnell nicht, John. John? Er schläft. Richtig. Genau. Bissi. Hä? Wow, ist das verstrickt. Alter. Gucken wir mal schnell das Fenster an. Da kommt nix komischerweise. Hallo, Richard. Was war los? Ich konnte dich nicht erreichen. Nix wie sie weiß ich nicht. Der Unfall, von dem du... Von dem sie erzählt haben... Ich... Ich... Ich glaube... Ich habe ihn erlebt. Ja? Ich hatte so ein Gefühl, als ob... Du erinnerst dich an etwas? Das wäre ja großartig. Aber dein Sohn, Richard... Wie hat er das überstanden? Was meinst du? Tracy, es sah nicht so aus, als hätte das Kind überlebt. Bist du verrückt? Natürlich hat James überlebt. Okay. Es sah nur so aus, als ob... Mein Sohn lebt, Adam! Ich glaube, ich bin da tatsächlich mit meiner Vermutung auf der richtigen Spur. Wenn meine Welt nicht real ist, woher weißt du so viel darüber? Das ist jetzt nicht wichtig. Ich will es wissen. Na schön. Ich habe Kontakt zu einigen Hackern. Hacker. Aha. Und was wollen die? Ihr Anführer, Jeff, hat einen seiner Leute zu dir hochgeladen. Ein Mann namens Charlie. Sie wollen, dass du ihn findest. Diesen Charlie. Sie haben den Kontakt zu ihm verloren. Charlie. Und das ist alles? Nein, nicht ganz. Sie wollen die Server finden, auf denen deine Stadt gespeichert ist. Sie starten eine Bombenkampagne. Gegen deine Welt. Gegen City Five. Das ist quasi die Spiegeltheorie zu mir, ja. Okay, Richard. Und ich denke ja, dass Tracy tot ist. Aber da oben, das Hirn lebt ja ein bisschen länger. Dass sie das schon vorher ausgelesen haben. Irgendwie, was haben die da gemacht? Der Unfall scheint ja sowieso fingiert zu sein. Irgendwie. Also, auf jeden Fall ist meine Theorie, dass Tracy da lebt. Und aber den Richard dahin holen will. Also, ich glaube, Tracy hat in der realen Welt den Unfall nicht überlebt. Und auch das Kind nicht. Und das sind eingepflanzte Erinnerungen bei Richard. Das ist so meine Theorie. Okay, jetzt Bett. Aber ich mag sowas an solchen Spielen, wenn du da so Möglichkeiten hast, dir was auszudenken. Ich habe aber ein Glas zerbrochen. Das kommt vor. Nein, tut es nicht. Sollte es nicht. Kann es nicht. Scherben bringen Glück. Henry? Sally? Ach, Henry. Henry ist ja diese olle Qualle da. Ja, ja. Ach, das war das ja. Ich weiß, dass ich das kann. Das scheint wohl ein zarter Hinweis darauf zu sein, dass ich das langsam tun soll. Das werden wir auch gleich machen. Alles gut, Sally? Etwas stimmt nicht mit mir. Keine Sorge. Druck einfach ein neues Glas. Wo ist so ne Mann? Wer liegt da noch? Schläft. Schläft noch. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das Spiel mega, mega interessant. Gut geschrieben. Wirklich tolles Storytelling, finde ich. Es lässt platt zu Interpretationen. Und andersrum hat es auch immer noch die Möglichkeit, deine Gedankengänge voll an die Wand zu fahren. Okay, das brauchen wir nicht. Alles gut. Ja, ich weiß gar nicht, wer das ist. Also, das Spiel derzeit auf Steam. 7,49 Euro. Das Angebot endet am 2. Januar. Nur, dass du Bescheid weißt. 7,49 Euro bei Steam. Der Soundtrack dazu kostet nochmal 1,49 Euro. Und wenn man so ein Artbook haben will, auch nochmal 1,49 Euro. Die DLC ist also knappe 3 Euro. 11,50 Euro für alles zusammen ist, glaube ich, ein guter Kurs. Das ist das Spiel. Also, mehr als das ist das Spiel eigentlich wert. Es ist schon cool. Schon echt cool. Hätte ich nicht gedacht. Ich habe da mal reingeguckt. Und irgendwie die Zeit nicht dafür gehabt. Aber ich bin froh, dass ich das jetzt hier mit euch zusammen spielen kann. Mir macht das richtig Laune. Geh mal da rum. Okay. Ich glaube, hier gibt es jetzt so weiter nichts. Wir wechseln den Charakter. Entschuldigung. Was ist denn jetzt mit der Kamerasteuerung los? Wieso? Komisch. Was ist denn jetzt diese fucking Pinnwand? Das war ja das Zimmer meiner Frau. Die ist ja irgendwie überhaupt nicht zugegen. Ist euch das mal aufgefallen? Die ist angeblich immer arbeiten. Aber jetzt ist Sally da. Und das Argument von ihr. Von wegen, ich bin viel arbeiten, du bist oft nicht da. Irgendwie ist das gar nicht so der Fall. Weil wir immer irgendwie in dieser Wohnung sind. Es sei denn, wir suchen irgendwo rum. Ja. Also mir macht das riesig Spaß. Der Rest ist, glaube ich, auch schon eingeschlafen. So. Wir gehen ins Cloud Hub. Cloudsuche von Valerie Stahl. Oder Stahl. Valerie Stahl. Ist ja deutsch. Wir sind in Berlin. Valerie von Stahl. Da haben wir sie. Valerie von Stahl. Perfektionen. Der Mensch der Zukunft. Atembarobte Holo-Präsentation. The Pyramid Columbus Avenue, New York. Da ist sie vielleicht doch. Valerie von Stahl. Ich aber auch, Jule. Von Stahl und Kurtz. Immer wieder Kurtz. Ihre nächste holographische Ausstellung erhält die deutsche Künstlerin Valerie von Stahl. Okay. Prominente Unterstützung. Dr. Von Stahl lässt sich einfrieren. Siebter Dezember. Das war vor einem Monat. Das bringt mich alles nicht weiter. Ich brauche mehr Daten von Adam. Ihre Agentur gestern verlauten ließ, hat sich die Künstlerin Valerie von Stahl Perfektionen in Kreostase begeben. Die Prozedur fand letzten Freitag unter Aufsicht ihres langjährigen Verbrauchten Dr. Raymond Kurz in Montauk statt. Oder Montauk? Ich weiß es nicht. Als Grund für die Entscheidung wurden gesundheitliche Probleme genannt. Seit Jahren wählen mehr und mehr Reiche und Prominente die kostspielige Stickstoffkonservierung in der Hoffnung auf medizinische Fortschritte in der Zukunft. Hm, Specter zockt auch gut. Da ist der Simon schon wieder. Was? Nichts, Sir. Gar nichts. Schalt dich ab, ey. Der spioniert mich doch aus. Ihr könnt mir doch erzählen, was ihr wollt. Der folgt mir auf Schritt und Tritt. Der hat doch nicht mehr alle Sicherungen am Kabel hängen. Valerie von Stahl. Hat sich vor einem Monat ein Kryostofes. Keine Kontaktmöglichkeit. Naja. Warum ist die Hütte denn so dunkel? Unterlagen. Da wollen wir doch mal gucken. Das sieht interessant aus, Sir. Darf ich fragen, wer diese Aufzeichnungen angefertigt hat? Walter, mein Ex-Partner. Wieso fragst du? Das sind sehr komplexe Strukturen. Er ist klug. Er war es. Ist er gestorben? Darüber habe ich keine aktuellen Informationen. Es tut mir leid, Sir. Nein. Er ist nicht gestorben. Dieses Zeug hier hat ihn verrückt gemacht. Möchten Sie, dass ich Ihnen dabei helfe, es zu analysieren? Ich mache das allein. Ganz wie Sie meinen, Sir. Ich dachte nur, es würde vielleicht schneller gehen. Ich mache das allein. Walter war mein Freund. Ich verstehe, Sir. Ich würde die Unterlagen nicht so liegen lassen. Sieh dir das an. Was denn, Sir? Du doch nicht. Aber er ist sonst niemand. Das weiß ich. Das sagt man nur so. Sie sprechen mit sich selbst. Ja? Sowas tun Menschen. Sowas tun einsame Menschen. Gute Nacht. Ja, und im Moment ist er ja einsam. Da geht ja... Da baust du meist kein Pfoten ab, nicht? Walter ist einsam, nicht wahr? Wie kommst du darauf? Weil ich gesagt habe, dass er verrückt ist? Ich erkenne es an seinen Aufzeichnungen. Sie sind ein großes Selbstgespräch. Wieso liest ihr das? Er braucht einen Freund. Er braucht einen Arzt. Das ist mehr Suspekt. Das finde ich nicht gut, dass der Roboter irgendwie da so am Start ist. Körts Geheimlabor. Hm. Kein Hinweis auf den Standort. Wenn Sie glauben, dass er verrückt ist, warum lesen Sie dann seine Unterlagen? Ich kann es mir nicht leisten, sie zu ignorieren. Ich muss jede Spur nutzen. Erzähl dem nicht so viel. Das ist nicht logisch. Walter war nicht immer so. Er war ein guter Mann. Einer der Besten. Wenn Walter eine Geschichte hatte, dann war da immer etwas dran. Ich verstehe. Dann haben Sie ihn verraten, Sir. Sagt man das so? Wie meinst du das? Sie haben gesagt, er war Ihr Freund. Das war er. Sie haben ihn allein gelassen. Er ist einsam und verrückt geworden. Das ist logisch. Nein. Es war umgekehrt. Er hat sich immer weiter verbissen in diesen... diesen... Irrsinn. Und jetzt? Jetzt suchen Sie darin nach Dingen, die Sie gebrauchen können. Tja. Sag mal, was willst du mir hier eigentlich erzählen? Verzeihen Sie, Sir. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Ich versuche nur, Ihr Verhalten zu verstehen. Aha. Und? Hast du es jetzt verstanden? Allerdings, Sir. Das habe ich. Ich glaube, wir müssen den auch noch besuchen, ne? Den Walter. Was sagt denn meine Telefonierliste hier so? Äh... Das ist ja Spock, das fehlt mir, ey. Ich bin's wieder. Wo genau hast du Tracy gesehen? Keine Ahnung. Da war ein Großraumbüro. Sie wurde interviewt. Schien ihr nicht besonders gut zu gehen. Was genau haben Tracy und Kurt besprochen? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas über einen Körperscan, dass sie perfekt sei. Ein Interview. Sie wurde seit Jahren nicht interviewt. Wir brauchen mehr Daten. Jüngere Daten. Und du erinnerst dich an gar nichts. Ich erinnere mich an vieles. Berlin, Tracy, die Hochzeit in Charlottenburg. Amy und ich haben im Laternenviertel geheiratet. Bester Tag meines Lebens. Jetzt nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Food Assembler dürfte doch immer noch nicht funktionieren. Es fehlt folgende... Für Assemblierung dieses Produkts fehlen folgende Rohstoffe. Bienenhonig, Weizen, Palmöl. Also der kann nicht... Ich meine, ja, die Wohnung ist gut eingerichtet. Wie wir das vielleicht... Aber vielleicht hat er auch wirklich keine Kohlen mehr. Also so richtig. Oder er läuft knapper. Das Budget ist einfach knapper. Sagen wir mal so. Ich meine, hallo, diese Zutaten mal eben zu besorgen. Sollte nicht so schwer sein. Okay, das hatten wir. Wir wollen mal zurück zu The Voice. Auch er wohnt ziemlich nah an seinem Arbeitgeber ran. Finde ich interessant. Geben Sie mir noch eine. Horten Sie die? Aha. Wenn es stimmt, dass es bald kein Wasser mehr gibt. Witzen Ihnen Zigaretten auch nichts mehr? Hä? Das sagen Sie. Aber auf der Erde scheint es in der Realität wirklich ziemlich trostlos zu sein. Kein Wunder, dass sie auf den Mars wollen. Ich finde es auch heute schon, diese Diskussion interessant, ob man den Mars besiedeln kann oder nicht. Finde ich ja interessant. Aber, ey, die kennen sich nicht mal 100% auf der Erde aus. Ich meine, es gibt hier noch so viel, was unerforscht ist auf diesem Planeten. Ich finde, da müsste man andere Prioritäten setzen. Oh, wie aufgeräumt das hier ist. Walter. Ich denke nur ein bisschen nach. Du klingst nicht gut, Walter. Du auch nicht. Willst du mich nicht mal fragen, ob ich Tracy und James gefunden habe? Doch, sicher. Kann ich machen. Alter. Also, wie läuft es denn mit Tracy und dem Jungen? Hast du sie gefunden? Dem ist alles scheißegal irgendwie, oder? Ist dir das wirklich egal? Wir sind doch Freunde. Wir waren Partner. Und Freunde. Die Besten. Das ist vorbei, Richard. Komm schon. Wir haben uns eben ein bisschen aus den Augen verloren. So was passiert. Aber das kriegen wir doch wieder hin. Nein. Das kriegen wir nicht wieder hin. Du kommst ja nicht zu mir, weil ich allein bin. Du kommst, weil du allein bist. Hast du aufgeräumt? Hier sieht es irgendwie anders aus heute. Ich habe dir doch gesagt, ich brauche das ganze Zeug nicht mehr. Ich habe es in den Schredder getan. Was? Da waren doch wichtige Sachen dabei. Deine Awards. Unsere Recherche. Willkommen zurück, Freddy. Wichtig für wen? Na, für dich. Für dein Leben. Ist das nicht das, was du mir gesagt hast? Dass du etwas brauchst, das bleibt. Du hast mich nicht verstanden. Weißt du, was Tracy immer über dich gesagt hat, Walter? Dass du einen gebrochenen Eindruck machst. Ich habe dich immer verteidigt. Aber jetzt? Ich habe meinen Weg fast hinter mir. Du hast deinen noch vor dir. Ich wünsche dir alles Gute. Ist das ein Rausschmiss? Walter? Gut. Dann gehe ich jetzt. Meldest du dich denn mal, wenn du... Wenn du dein neues Leben anfängst? Na schön. Geheim eingestufte Rechnerarchitekturen zu treffen. Eigentlich darf ich doch hier immer den Arbeitsplatz nutzen. Na Frank, du kleiner Arsch. Ich glaube, ich kann den nur kurz angucken. Steve ist nicht online. Warum ist der nicht... Dieser Kontakt ist zur Zeit offline. Warum? Warum ist der auch nicht in seinem Büro? Habe sich das Spiel als... Zitat... Warum... Gefällt mir nicht. Doch nicht. Halt die Fresse. Helfen Sie unseren Behörden, das Leben künftiger Generationen zu verbessern. Und der Westen schaut zu. Nicht Ihr Problem, hm? Jetzt gerade nicht. Aktuell finden Grundlagenforschungen statt vor Australien, um überhaupt festzustellen, wie man den Meeresgrund erforschen kann. Allerdings gibt es dafür immer noch sehr, sehr viele... Ja, eben. Das ist es ja. Das ist es ja. Das ist ja genau das, was ich meine. Aber ich habe da noch... Dreiecke sind ausgefüllt. Das heißt, es muss irgendwas noch zu tun sein, da. Oder sehe ich da was? Äh, Entschuldigung. Ich habe in den Blumentopf gerannt. Was ist noch da? Ich verstehe ja nicht. Westowang, Westowang. Aber hier ist doch nichts mehr. Aber ich muss schon wieder den Charakter wechseln. Er hat nichts zu erzählen. Hier gibt es auch keine Dreiecke. Alles essig. Es sind, glaube ich, aber auch genau zwei verschiedene Dinge. Das ist bestimmt mega interessant, aber es ist nicht lukativ, weil Leute interessiert einfach mehr das Weltall. Also immer alles, was weit weg ist, was so scheinbar nicht erreichbar ist. So nach dem Motto, ja, mehr haben wir ja. Da können wir auch später gucken. Hey Mann, Obdachloser. Ich darf dich auch nur untersuchen. Aber ich bin kein Arzt, das lasse ich mal. Zu den Ersten gehören. Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei mir. Typisch Menschheit. Absolut richtig gut. Äh, Simon? Bodo-Pinnwand, neue Einträge. Bodo-Pinnwand, neue Einträge. Nicht Escape drücken. Mann. Ich glaube... Ich glaube... Bodo-Pinnwand, neue Einträge. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube... Bodo-Pinnwand, neue Einträge. Zuletzt gestimmt am 14.01.2040. Das Schachspiel... Warum kann ich das auch schon wieder angucken? Interagieren. Aber ich würde einfach mal behaupten, ein Tiefseetauchboot ist billiger als eine... Space Shuttle oder der Betrieb der ISS, ich glaube... Er fragt sogar nach seinem Memory-Modul. Also... Das ist ihm nicht mal egal. Aber da sagt er mir... Geh raus! Verstehe ich es nicht. Ich wechsle mal den Charakter. Komm, wir machen das einfach mal. Gucken, ob sich auf der anderen Seite was tut. Ich habe mir schon gedacht, dass es irgendwann mal so... Unbeschwört, dass man ewig hin und her springen muss. Find ich ein wenig... Naja... Weißt du... Muss nicht. Was ist denn hier neu? Ich sollte noch mal in die Klinik, okay? Nein! Ich bin es noch mal. Adam. Okay. Oh, toll. Hm. Danke fürs Gespräch. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Die Schule versteht mich. Sie werden verbunden. Das mag sein. Aber ich würde sagen, das Weltall braucht länger. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Sie werden verbunden. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Ein Mitarbeiter von World Union Lawyers steht Ihnen in wenigen Augenblicken zur Verfügung. Ihr geht mir ganz schön gegen den Strich. Sie werden verbunden. Egal wann ich anrufe. Ah, Adam. Ich war gerade dabei, dir zu schreiben. Hast du kurz Zeit? Ich muss mit dir reden. Nein, ich habe überhaupt keine Zeit. Das wollte ich dir schreiben. Hier ist die Hölle los. Ich fürchte, ich schaff's heute nicht nach Hause. Nicht böse sein, okay? Ja, ja, das Projekt, ich weiß. Das große Projekt. Was ist denn mit dir los? Ich weiß auch nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Warte. Warum treffen wir uns nicht im Liquid Sky? Die Kunsthalle, weißt du noch? Im Laternenviertel. Lun eröffnet einen neuen Raum. Ich bin sicher, sie lässt uns schon mal rein. Klingt gut. Perfekt. Dann bis später. Drück John von mir. Noch nichts anderes. Ich weiß nicht, ob er das wirklich einsehen kann. Keine Ahnung. Ja. Komm, wir sprechen mal mit unserer Roboter-Dame, die nicht mit uns robotertechnisch unterwegs sein will. Der Junge schläft noch. Ich verpiss mich. Mal gucken, wo es hingeht. Naja, das ist ja nicht wirklich Forschung. Naja, das ist ja nicht wirklich Forschung. Hast du keine Proben? Keine... Du hast ja nichts. Du brauchst dann auch noch Satelliten. Dann brauchst du auch noch Sonden, die da runtergehen. Und, und, und. Das ist ja die Erforschen, mein... Das ist ja Nachgucken. Ja? Gucken wir mal, was da los ist. Kann mir auf die Bank setzen. Toll. Aber ja. Lässt du jetzt die Bots für dich schuften? Wie schnell einem doch so eine Beförderung zu Kopf steigt. Schon klar, du denkst nach. Ich störe dich nicht. Ich muss dir jetzt die banalste aller Fragen geben, Adam. Ich störe dich nicht. Glaubst du, unsere Existenz hat irgendeinen Sinn? Einen Sinn hat die, ja. Das hoffe ich jedenfalls. Ja, nicht wahr? Ich glaube fest daran. Wir befinden uns auf einem Weg. Punkt X auf einer Geraden. Und es geht weiter. Wohin? Das ist die Frage. Das hier ist noch nicht die Endstation. So viel ist sicher. Wir haben einen langen Weg vor uns. Immer das... Was? Ich habe ein resonabel gutes Gehör für Musik. Spiel mir ein Lied auf der Maultrommel. Du kennst mich zu gut, Liebste. Okay, was hat denn unser Chef? Nichts los. Aber Chefe. Fred. Geh ruhig nach Hause, Adam. Mach mal langsam. Ihr wollt mich doch natzen, oder? Leute. Okay. Dann blieb noch die Option Klinik. Da kommen wir nicht rein. Dann gucken wir mal, was die Klinik sagt. War doch bei ihm, oder? Halten Sie Abstand zu den Wänden. Das kann ja Hologramm nicht ausgefahren werden. Da könntest du dich sehen tun. Ne. Hi, Amy. Adam, was ist? Kommst du mit der Bahn? Ich mache gleich Kaffeepause. Ja. Dann machen wir das. Wir fahren mit der Bahn, mit der Bahn. Wir fahren mit der Bahn. Um Liquid Sky. Aber zu Klinik könnte ich auch, siehste. Einmal wieder Frauchen sehen. Falls das überhaupt unsere Frau ist. Hey. Hey. Da ist schon wieder der Typ. Aber das hatten wir von der anderen Seite. Hey. In der realen Welt. Ich habe ihr Tracer-Ding aufgelesen. Oder? Ne, doch. Das war hier. Okay. Der mit dem Tracer. Könnte das einer sein, der hochgeladen worden ist? Weil die ja da rumsuchen nach bestimmten Leuten. Bedienung. Adam, hier drüben. Ja, du mich auch. Wo ist er hin? Sir? Der Mann. Der Techniker. City Five Services. Ich habe keinen Techniker gesehen. Er muss hier durchgekommen sein. Oder... Sie sind verwirrt, Mr. Newman. Das ist milder ausgedrückt. Vielleicht eine Folge ihres Unfalls. Mentale Ausfälle sind eine Gefahrenquelle. Amy, ja. Das ist seine Frau. Gespräch beenden. Später. Ein schöner Tag, Sir. Hi, Adam. Du siehst gestresst aus. Ähm. Auf geht's. Hast du hier eben einen Techniker gesehen? Nein, wieso? Ist was kaputt? Na, schon gut. Du kennst doch Loon. Sie hat den Saal gestaltet. Naja, nicht allein. Ja, ja, ja. Und nichts lief wie geplant. Wie geht das? Was müssen wir machen? Den Kopf ausschalten. Perfekt. Genau, was wir brauchen. Du weißt nicht so recht, was du hier sollst, hm? Geht mir im Grunde genauso. Und darum machst du das hier. Wir müssen uns die Stadt zu eigen machen, oder nicht? Adam, wo bleibst du? Jetzt drückst du auf die Tube, du verrückte. Wie geht's, John? Er vermisst seine Mutter. Er vermisst seine Mutter. Oh. Und ich lasse euch beide einfach alleine. Ja, richtig. Sonntag. Sonntag sind wir wieder eine richtige Familie. Sonntag sollte auch Tracy wieder zu Hause sein. Und sie kam nicht. Nur mal zur Erinnerung. Sonnenaufgang. Warst du nochmal bei Dr. Sykes? Nein, noch nicht. Solltest du aber machen. Ja. Ja, ja. Ich mach's. Heute noch. Toll. Wie aufregend. Blaue Nacht, da ist die Illuminierung halt noch anders. Also, was ist los? Illumination. Warum wolltest du mich sehen? Du warst so angespannt vorhin. Ist alles okay? Ich weiß auch nicht. Vielleicht. Ja. Na schön. Was würdest du sagen, wenn... Das ist verrückt. Das ist verrückt. Willst du es um den Unfall? Nein. Nicht nur. Du bist überfordert. Nein. Was ist es dann? Ich hab manchmal so ein Gefühl... Ich weiß nicht, wie ich's beschreiben soll. Wie ein Déjà-vu? Genau. Wie ein Déjà-vu. Kommst du nicht mit? Die Sache beschäftigt dich wirklich? Klar beschäftigt die mich. Ist ich mich wohl nicht ernst, oder was? Lol. Drohne? Hä? Ich glaube, ich kenne das Gefühl. Du kennst das? Natürlich. Manchmal glaube ich, ich bin geisteskrank. Oder tot. Ich meine, schau, wo wir sind. Wir beide in diesem Raum. In dieser Stadt. Ja, komm. Wir sind ja, wir sind ja neugierig. Ach toll, kann ich auch mit in der Gegend... Oh, was ein Quatsch. Langweilig. Hier kann ich fliegen. Ich selber? Oder... Was hier? Ist das auch noch in irgendeiner Art? Jetzt wurde ich mal von meinen Brüdern in eine Truhe gesperrt. Sie wollten sehen, wie lange ich da drin überlebe. Ich hatte Angst. Alles stockfinster. Und die ganze Zeit dieses Gefühl, dass mir irgendwas den Nacken hochkriecht. Aber dann ist da dieser kleine Spalt Licht. Und wenn ich die Hand in das Licht tauche, beginnt sie zu leuchten. Als wäre sie gar nicht mehr meine Hand. Wie eine Geisterhand. Ja, genau. Und ich weiß noch, wie ich denke, wenn ich mich jetzt in dem Licht auflösen könnte, wenn ich ganz Licht werden könnte, dann könnte ich durch diesen Spalt entkommen. Alles sehr komisch. Einsteigen und die Ausstellung verlassen. Na los. Na gut. Ich sage dir, was ich machen würde, Adam. Ich würde John auf meinen Schoß setzen. Und diesem jemand würde ich sagen, wenn das nicht real ist, dann zur Hölle damit. Die Realität will uns alle umbringen. Qualvoll und sinnlos. Und wir haben endlich unser Nadelöhr gefunden, durch das wir entkommen sind. Sowas in der Art würde ich sagen. Stell dir ein Lied vor. Ein Lied aus wenigen Tönen. Schleifen und Fluktuationen. Brechung von Licht. Irisierender Wechsel. Ein gesteigerter Zustand. Beständig. Von Dauer. In Ruhe. Ich habe so langsam das Gefühl, ich verliere den Faden. Willkommen in der Stadt der Zukunft. Deiner Stadt. Sieh dich um. Lass dich treiben. Alles ist möglich. Alles ist erlaubt. Erlebe die Vielfalt. Die Abwechslung. Den Zauber. Sei Teil eines Ganzen. Und bleibe doch du selbst. Oder sei wer du willst. Und was du willst. Denn Grenzen sind nur Illusionen. Ja, das würde ich mir auch so. Willkommen in der Hauptstadt. Musst du nicht zurück zur Arbeit? Ja. Ich sollte wohl zurück zum Dome. Der Governor wartet. Hey. Ich könnte dich doch dort mal besuchen. Ähm. Naja. Du bräuchtest erstmal eine Sicherheitsfreigabe. Vielleicht wenn Projekt Independence durch ist. Okay? Wenn ihr das wichtig wäre, dass wir da sind, dann würde sie sich direkt darum kümmern. Oder sehe ich das falsch? Sie könnte ja zumindest sagen, ich frage mal nach. Ob sie das tut, ist doch was anderes. Aber. Ich weiß nicht. Das sollten wir häufiger machen. Mach's gut, Adam. Und geh nochmal zu Dr. Sykes. Ja. Ein Tschüss, kein Küsschen, nix. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Oh. 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 Also jetzt mal übertragen auf uns hier vor Ort, jetzt wie wir hier existieren, würde ich mich schon ziemlich verarscht vorkommen. Mich verarscht vorkommen? Mir verarscht vorkommen? Da ist er schon wieder. Ritzel. Und weg ist er. Na, sollte ich recht behalten? Dann kommt da eine neue Information. Ja. Was zur Hölle ist hier los? Das stimmt, Jule. Ja, ja, ja. Du mich auch. Das ist so bizarr. Ich schicke es besser an Richard. Je eher ich mit dieser Sache durch bin, desto besser. Woher weißt du von meinem Unfall? Aus dem Bot-Network. Alle biografierelevanten Daten werden im Netzwerk abgelegt. Biografierelevant? Was passiert mit diesen Daten? Nichts, was sie beunruhigen müsste. Wir verwenden ausschließlich Informationen, die uns helfen, ihnen zu helfen. Angenommen, sie hätten bei ihrem Unfall eine lebensbedrohliche Menge an Blut verloren. Dann hätten die Emergency Bots umgehend ihre Blutgruppe ermittelt und einen Bluttransfer eingeleitet. Ohne Zeitverlust. Wussten sie, dass sich die Anzahl lebensbedrohlicher Unfälle seit der Einführung des Networks auf nahezu null reduziert hat? Nein, war mir nicht bewusst. Ich bin froh, dass ich helfen konnte, Sir. Jetzt mal ehrlich, das ist doch tatsächlich irgendwie alles in dieser Welt oder in diesem Spiel auch eine Kritik insgesamt an der globalen Vernetzung den Facebooks, den Twitters, den Whatsapps, den Instagrams dieser Welt, oder? Diese Techniker mit ihren Geräten. Was genau untersuchen die da eigentlich? Die Ursachen der Geohazards. An Computersteckdosen. Erdbeben setzen elektromagnetische Wellen frei. Die Computerschnittstellen sind über die Cloud mit der Ionosphäre verbunden. Aha. Komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge sind oft schwer nachzuvollziehen. Das stimmt. Ein schönen Tag, Sir. Das hier, jetzt hau ab. Damme mich nicht voll. Einen schönen Tag, Sir. Soll ich doch. Aus hier. Wir wollen zum Arzt. Er bringt mein Arzt gegen. Ach, wir sind hier mit dem Auto hin. Ach so. Ist ja auch was, wenn ich mich hinsetze. Keine Ahnung. Ich nehme nur noch hin. Wer hätte das gedacht. Und Sie? Wie geht es Ihnen? Ich habe auch Gedanken. Ich meine, ich habe diese Aussetzer. Plötzlich falle ich in ein Loch und nichts erscheint mir mehr sicher. Das ist doch ein Segen. Sie können neu anfangen. Das klingt vielleicht verrückt, aber glauben Sie auch manchmal, dass das hier alles nicht real ist? Hm? Was meinen Sie? Was meinen Sie? Nein, vergessen Sie es. Ich bin gerade... Sie haben verstörende Ideen, mein Freund. Mr. De Palma? Es ist Zeit für Ihre Lösung. Ich muss wieder rein. Viel Glück. Ich habe einen Screenshot gemacht. Huch. Leck. Guten Tag. Willkommen im Kurtz Recreation Center. Danke. Mr. Newman, können wir etwas für Sie tun? Ja, bitte. Ich würde gerne Dr. Sykes sprechen. Der Doktor befindet sich in einer Untersuchung. Ich habe wirklich nur ein paar Fragen. Irgendwas stimmt nicht. Seit dem Unfall... Ich kann leider nichts für Sie tun, Mr. Newman. Versuchen Sie es einfach morgen wieder. Adam. Schön, Sie wieder auf den Bannen zu sehen. Governor. Wie fühlen Sie sich? Ich denke, der Governor ist bei Ihr. Es geht immer besser. So gefallen Sie mir. Gibt es hier ein Problem? Nein. Nein, ich wollte zu Dr. Sykes, aber er hat keine Zeit. Dann muss er sich Zeit nehmen. Dieser Unfall hätte niemals passieren dürfen. Nicht in meiner Stadt. Ich nehme das sehr persönlich. Sagen Sie, Sykes, dieser Mann wird behandelt. Sofort. Ich muss weiter. Erholen Sie sich, Adam. Vielen Dank, Sir. Entschuldigen Sie, Mr. Newman. Dr. Sykes erwartet Sie jetzt in Cognition Unit 2. Durchgang A01. Bin ich... Ich denke, seine Frau arbeitet mit dem Governor zusammen. Oder ist das jetzt... Da wird das falsch verstanden, dass sie im Auftrag von dem Governor arbeitet. Nein, sie hat doch gesagt, er ist da, oder nicht? Immer noch Probleme, Newman? Kommen Sie. Dann jagen wir Sie mal durch den Scanner. So, da wären wir. Bitte hinlegen und entspannen. Na, ich... Entspannt? Überhaupt nicht. Spielt keine Rolle. Der Scan läuft. Ich lasse Sie jetzt für ein paar Minuten allein. Immer schön liegen bleiben. Jetzt deckt mal unsere Technik, wenn du in die Röhre musst. Toc, 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 toc. Was ist das? Sind das meine Erinnerungen? In der Brotschneidemaschine, das muss ich mir mal erläutern. Und das? Das habe ich noch nie gesehen. Und noch ein Fragment. Wie geil! Worauf habe ich mich da eingelassen? Gut, Newman. Sie können aufstehen. Waren Sie hier an den Geräten? Nö. Nein? Hm. Dann schauen wir uns das mal an. Mhm. Wieso sollte ich an den Geräten sein, ne? Irgendwas nicht in Ordnung? Hm. Hm. Was? Sehen oder hören Sie manchmal Dinge, die nicht da sein sollten? Das werde ich ihm nicht verraten. Ne? Sollen wir ihm nicht verraten, oder? Wie seht ihr das? Dann korrigieren die uns vielleicht. Oder sowas in der Art. Nicht verraten. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Sicher? Ja, sicher. Mhm. Es war richtig, dass Sie gekommen sind, Newman. Im Grunde sieht alles gut aus. Nur Ihr Neuroscan hat ein paar Unschönheiten. Doppelbilder, wenn Sie so wollen. Hä? Was? Wie Schizophrenie? Für eine solche Diagnose ist es noch zu früh. Für den Augenblick kann ich Ihnen nur den Rat geben, gehen Sie nach Hause und bleiben Sie da. Ich schreibe Sie erst mal krank. Wir melden uns, sobald wir das überprüft haben. Und machen Sie sich keine... Keine Gedanken, ich weiß schon, danke. Darf ich Ihnen noch eine private Frage stellen? Es geht um John. Was ist mit ihm? Es geht mich nichts an, aber... Bekommt er zu Hause die Aufmerksamkeit, die er verdient? Es ist nicht leicht. Naja, seine Mutter ist kaum da. Ich hatte einen Unfall. Warum, fragen Sie? Der Junge ist sehr verschlossen. Wäre vorteilhaft, wenn er sich etwas öffnet. Vorteilhaft? Ich sollte mich wirklich nicht einmischen. Ich bin sicher, Sie beide sind die perfekten Eltern. Kommen Sie gut nach Hause, Newman. Aber sollte es doch mal Probleme geben mit John, welcher Art auch immer. Sie können jederzeit mit uns reden. Warum sollte es Probleme geben? Ganz ruhig, Newman. Ich will nur helfen. Kommen Sie gut nach Hause. Alle Organe da sind, glaube ich, Teil des Systems. Wie du sagst, Freddy. Krankenhäuser. Teilweise die Arbeit wahrscheinlich. Also alles um uns rum. ist Teil des Systems. Ich muss Richard diese Daten schicken. Ja, ich fahre ja jetzt auch nach Hause. Was willst du denn? Rängel doch nicht so. Ähm. Alles umfassender Leben. Ich sterne einen. Gut, das wird jetzt in der virtuellen Realität wahrscheinlich nicht viel bringen. Und der andere ist ja auf der Suche nach seiner Identität sozusagen. Schwierig. So, wir müssen erst mal Polo-Pin-Band. Das war ein wirklich schöner Tag. Ich bin froh, dass wir reden konnten. So. Datenfragment, Fragezeichen. Fragezeichen. Das wird sich dann, denke ich mal, in Kürze erledigen. Objekt-ID erkannt. Objekt erfolgreich gesendet. Januar 44, Sektor 56, Manhattan, Soho. Also vor vier Jahren in New York. Oh, alter Schwede. Okay. Für Flucht. Blub, blub. Das ist es nun nicht. Ich hab's. Das muss ich sofort hochladen. Lad mal hoch. Ich würd's... Hallo? Du musst Richard sein. John? Aber was... Junge, was machst du denn hier im Cloud-Call? Weiß Adam davon? Nein. Hör mal, das darfst du sicher nicht. Du wirst Ärger bekommen. Ich will nur mit dir sprechen. Aber klar, natürlich. Ich habe... Ich habe selbst einen Sohn. Er heißt James. Kann ich ihm Hallo sagen? Tja, weißt du, James und seine Mutter, sie sind gerade nicht da. Sind sie zusammen unterwegs? Ja. Ich glaube schon. Dann geht es James sicher gut. Bestimmt. Bestimmt. Wohin sind sie gegangen? Ich weiß es nicht genau. Vermisst du sie? Oh ja. Und wie? Ich vermisse meine Mom. Ja, ich habe schon gehört. Sie hat viel zu tun. John? Was machst du denn da? Ich wollte nur mit Richard sprechen. Sag mal, das gibt's doch nicht. Und der macht das auch noch mit? Hey, hey, ganz ruhig. Er hat doch nur... Sie halten sich da raus. In dein Zimmer. Wir sprechen noch darüber. Upsi! Unbekannt hat dir Daten geschickt. Nein, nein, nein! Schluss jetzt damit! Geh in dein Zimmer! Verdammt! Vier Jahre vor der aktuellen Zeit. Sie haben neue Cloud-Messages. Oh nein. Deine Eltern? Irgendwann musst du dich bei ihnen melden. Irgendwann. Ich muss jetzt meine Semesterarbeit fertig machen. Was? Nein, was? Was ist das? Das bin ich nicht. Das bin ich. Ich. Ist sie wach? Halbwach. Aber sie sollte uns nicht sehen. Was ist los? Hat sie Angst? Wovor soll sie Angst haben? Herzschlag ist gut. Blutzirkulation. Wir pumpen Nanoliquide in ihr Gehirn und sie fürchtet sich. Verstehe ich gar nicht. Ich erhöhe die Sulprid-Dosis. Muss sowas wie Todesangst sein. Alles okay, Jeff? Ich muss hier diesen Kreis. Wenn jetzt was schiebe, wer von den beiden bekommt den Grabstein? Boah, das ist gar nicht so einfach. Das Original oder die Kopie? Die mit den 40% des Gehirns oder die mit den 60% des Gehirns? Ich hoffe, Dr. Kurtz weiß, was er tut. Denn wenn nicht... Ich kann euch hören. Herr Gott, Ray. Tut mir leid. Wie läuft die Sitzung? Miserabel. Die Investoren wollen Ergebnisse. Oder sie knipsen uns bis Ende des Quartals die Lichter aus. Wie bitte? Ah, ich hasse diese Leute. Ich biete Unsterblichkeit und sie fragen nach dem Preis. 55%. Wer ist die Spenderin? Eine Studentin, Lydia Craig. Sie ist abgehauen. Obdachlos, kein Kontakt zur Familie, keine Freunde. Alter. Ihr Gehirn wird mit Fremddaten überschrieben und sie hat Angst. Rätselhaft. Hast du eine Frage, Jeff? Dieselbe wie gestern. Was passiert in Sektion 1? Jeff. Arbeiten wir an einer Super-KI? Ich kann dir nicht alles erzählen. Es ist zu wichtig. Du musst dich gedulden. Sicher. Wie lange höre ich mir das schon an? Wir werden die Menschheit verändern. Wir werden sie erlösen. Erlösen? Wie denn? Ich sehe nur, dass wir Zombies produzieren. Und scheiß Roboter. Das ist doch krank, was wir hier machen. Die Menschheit ist krank, Jeff. Korsowski, das ist doch der, den wir getroffen haben, ne? In der Bar. Oh, unser Disco-Club. Ein ewiger Rohstoffkrieg. Das sind keine Warnsignale. Das sind Symptome. Diese Welt ist schon längst unrettbar. Aber wir sind die einzigen, die das anerkennen. Wir bauen ein Rettungsboot. Ein Rettungsboot? Glauben Sie, dieser Arm war eine Rettung für mich? Als hätte ich Bleimuskeln. Eine chronische Sehnscheidenentzündung. Wir scheitern an einer verdammten Prothese. Und jetzt machen wir Hirntransfers? Der Arm ist deine Schlamperei, nicht meine. Hey! Jetzt ist sie hellwach. Erhöhe Sulpret auf 90. Oh, Alter. Wie soll man das denn? Hallo? Oh. Also, das hier mit der Maus zu steuern, ist echt übel. Lass es einfach zu, Kleine. Wie denn? Ihr lasst mich doch nicht. Der Aerotrain nach New York steht bereit. Das Boarding beginnt in Kürze. Habe ich nicht geschafft, oder? Sie haben neue Cloud-Messages. Guten Tag, Miss Crake. Hier ist Herr Minsky vom Furthing & Sons Funeral Home. Nochmal wegen der Kosten für die Einäscherung ihrer Eltern. Als letzte Hinterbliebene sind sie die, wie Sie bereits wissen, zahlungspflichtig. Wir gewähren Ihnen jetzt noch eine letzte Frist bis zum 12. Dezember. Danach müssten wir den Fall leider an unsere Anwaltskanzlei übergeben. Ähm, ja. Unseren Kontakt haben Sie und mein Beileid bei mir. Keine neuen Cloud-Messages. Die Türen werden geschlossen. Halten Sie Abstand. Das letzte habe ich nicht geschafft. Das hat er abgebrochen, oder? Oder war das jetzt? Ich weiß es nicht. Und? Sie atmet. Sie hat's überstanden, Ray. Blutzirkulation, Herzfrequenz. Alle neuronalen Muster wurden übernommen. Zellstruktur. Hm. Was? Was ist los? Ihre Zellen stoßen die Implantate ab. Heißt? Sie bildet Knoten. Im ganzen Körper. Glückwunsch, Doktor. Ihr Rettungsboot ist ein Tumor mit einer Lebenserwartung von dreieinhalb Jahren. Die Investoren werden begeistert sein. Jeff, seit wann so fantasielos? Das ist der Durchbruch. Die nächste Phase wird alle Probleme beseitigen. Die nächste Phase? Ganz ruhig, Liebes. Keine Angst, okay? Wir machen nur noch ein paar Tests. Stellt sicher, dass sie sich nicht an uns erinnert. Und dann setzt sie in der Stadt aus. Äh, Jeff? Ist das krass. Kann ich kurz mit dir reden? Alter, das ist so krass. Jule, ich habe genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Und ich suche danach. Ich suche nach dem Film gerade innerlich. Was ist das? Kenne ich das? Hi, Ransi. Ich habe Hunger. Kann ich vielleicht... Was? Du hast kein Geld? Oder wie? Nein. Dann zieh Leine. Ich sagte, zieh Leine. Also es gab mal den Film, Lese doch. Alles gut. Okay. Entschuldigen Sie. Hallo. Können Sie bitte kurz aufmachen? Verschwinde oder ich rufe die Bullen. Du alter Knirz. Hey, hast du ein paar Credits für mich? Sorry, ich habe selbst nichts. Hast du wenigstens eine Zigarette? Auch nicht. Solche wie dich sollte man totschlagen. Solche wie mich? Du weißt genau, was ich meine. Sieht irgendwie unheimlich aus. Also ich lasse mich in dem Ding nicht scannen. Okay, kommen wir nicht mehr durch. Ein Ticket für die Kolonien? So schlecht ist das nicht? Was soll ich auf dem Mars? Hallo? Kann mir denn niemand helfen? Ist ja gut, ist ja gut. Ich komme ja schon. Du brauchst nicht so zu schreien, okay? Halt! Stehen bleiben! Oh nein. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sie besucht mich, Officer. Ach so? Ihre ID bitte. Davis, Angela. ID 245 432. Sektor 57. Queens West. Sie wohnen hier? Ja doch. Komm rein, Süße. Kann ich gehen? Na schön. Idioten. Was ist passiert? Was wollten die? Ich kann nicht mehr. Ich kann einfach nicht mehr. Soll ich jemanden anrufen? Willst du... Ich kann nicht mehr. Okay, okay. Komm erst mal rein. Du siehst schlimm aus. Wie heißt du? Lydia. Okay, Lydia. Ich bin Angela. Also, was ist los? Was machst du hier? Ich muss mich ausrollen. Kannst du nicht nach Hause? Nein. Du lebst auf der Straße? Mhm. Komm. Ich mache dir erst mal einen Drink. Ich hole jemanden von der Straße rein und lasse ich meine ganze Bude durch. Ja gut, okay. Ist ja wahrscheinlich noch mal. Okay. Schön habt ihr es hier. Ihr? Ich dachte nur, wegen der Jacke da... Er ist ausgezogen. Ach so. Die gehört Jason. Er ist ausgezogen. Im Sommer. Verdammt, wieso weiß ich das alles? Die Jacke habe ich nur aufgehoben, weil... Ach, eigentlich weiß ich gar nicht warum. Entschuldige, ich wollte dich nicht... Ist schon okay. Ich bin froh, dass er weg ist. Das klingt aber gar nicht gut. Schon okay. Tut mir ein bisschen weh. Sag mal, hast du vielleicht eine Schmerztablette für mich? Ja, irgendwo im Bad sind noch welche. Ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Das ist... Ich meine, der Menschheit ist das ja auch alles zuzutrauen, ne? Was ist los, Süße? Mit dem Husten musst du zum Arzt. Quatsch. Mir fehlt nichts. Hey, dann würde ich das ja permanent machen, wenn ja zum Beispiel Wackelkontakt drin wäre oder so. Ist das Jason? Ja. Er sieht nett aus. Du kannst ihn haben. Ich brauche ihn auch nicht. Ach so. Du hast schon jemanden? Na ja... Du bist verliebt. So ähnlich. Na hör mal, das ist doch toll. Er weiß es nicht. Und er ist verheiratet mit Kind. Vielleicht kennst du ihn. Ich kenne ihn? Na, jetzt bin ich aber neugierig. Ich habe gesehen, dass du hier ein Bild von ihm liegen hast. Mach keine Witze. Warte, ich zeige dir das Bild. Gucken wir erstmal noch. Das sind Mom und Dad. Ganz schön spießig, oder? Ich finde es süß. Ich habe kein einziges Bild mehr von meinen Eltern. Ich habe alles gelöscht. Hm. Dann bist du wohl ziemlich wütend auf sie. Das war ich. Und jetzt bereust du es. Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Na? Kriegst du einen Schreck? Meine Berufskleidung. Aha. Es ist nur Cybersex, Süße. Ich dachte, das machen jetzt nur noch Avatare oder Pogs. Es gibt immer noch Typen, die ein echtes Mädchen sehen wollen. Du studierst? Mhm. Journalistik. Ich auch. Hä? Queens ist ne Müllhalde geworden. Mir gefällt's. Ich wäre froh, wenn ich hier wohnen könnte. Darf ich mich noch ein bisschen umsehen? Ja, sicher. Ich denke... Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Ah, jetzt das Magazin. Okay. Okay, das Bild meinte sie. Mhm. Hier. Das ist er. Der? Das ist er? Das ist ein Schwarm? Du kennst ihn? Das ist Richard Nolan. In den hast du dich verguckt? Gefällt er dir nicht? Bisschen zu alt für dich, oder? Quatsch, wieso das denn? Und er hat eine Frau. Er ist ein Promi. Du bist obdachlos. Seine Frau ist ein Supermodel. Und ich mein, er kennt dich ja nicht mal. Oder hast du dich mal bei ihm gemeldet? Natürlich nicht. Was sollte ich ihm denn sagen? Na, dass du auf ihn stehst? Hm. Ich kann doch nicht einfach... Wieso nicht? Soll ich es für dich machen? Oh, untersteh dich, ja? Drei Jahre vor den aktuellen Geschehnissen. Ich bin... Sie haben neue Cloud-Messages. Hey, Süße. Ich bin's. Du, es wird ein bisschen später mit unserem Cloud-Call. Ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ich küss dich. Hey! Ich stehe gerade vor der Apotheke. Was brauchst du? Diesen Tee, den du mir schon mal mitgebracht hast. Na gut. Aber wehe, du gehst nicht diese Woche zum Arzt. Ja, ha. Aber nicht heute. Hab noch einen Kunden. Wer ist es denn? Dieser Creep aus Portland? Na, bloß auf. Ich hoffe nicht. Lass dir nichts gefallen, ja? Pass auf dich auf. Ja, Mama. Okay, bis später, Süße. Warte mal. Wie viel Miete hast du noch zu kriegen? 375 Credits. Guck nicht so. So viel ist es nun mal. Mach's gut. Küsschen. Guter. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Was die jetzt natürlich ja auch da gemacht haben, ne? Diese Leute da. Diese virtuelle Realität erschaffen haben. Es sind ja Gedanken. Und die werden... programmiert und umgesetzt. Womit wir da etwas erschaffen. Willkommen bei Secret. Crystal 249. Ein Kunde wartet bereits auf dich. Hi. Hallo 249. Darf ich dir was Gutes tun, Süßer? Warte. Ich... Ich bin mir nicht sicher. Ich mach das hier zum ersten Mal. Mhm. Was magst du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Ich möchte einfach nur mit dir reden. Ohne dieses Ganze... Du weißt schon. Wie geht es dir? Ich weiß nicht. Mein Mitbewohner hat sich heute aus dem Fenster gestürzt. Das... Schon okay. Ich kannte ihn kaum. Schätze, die Arbeit hat ihn fertig gemacht. Ich will ihm nicht den Namen sagen. Und deswegen war ich da ganz schnell bei und... Hast du niemanden sonst, mit dem du reden kannst? Na, dich? Ich habe einen Freund. Wir reden selten. Er lebt in Seattle. Wir arbeiten beide viel. Danke, Andrea, dass du mir zugehört hast. Ich muss weitermachen. Warte. Auf ihr Konto wurde soeben Geld überwiesen. Betrag 100 Credits. 100? Wirklich? Verflucht. Scheiße. Ein bisschen wenig. Hey, Darling. Wie geht's? Hey, Crystal. Was machst du hier den ganzen Tag? Auf dich warten. Ich weiß. Magst du mir den Gefallen tun und deinen Usernamen in Puppe ändern? Und was hast du jetzt mit mir vor? Hm. Wenn du ganz leise bist, erzähle ich dir, was mir in den Kopf kam, als ich an dich dachte. Okay. Nein, nein. Sch-sch-sch-sch. Nein, nein. Nicht sagen. Leg dich auf den Rücken. Nein, das... Das ist so nicht richtig. Ich schicke dir ein Skin zu. Nimm es an. Können wir den Skin annehmen? Wir brauchen 375 Dollar. Genau. Vielleicht. Leg die Arme an. So? Shut up. Eine Puppe redet nicht. Eine Puppe redet nicht. Redet nicht. Wie du darlegst. Fast so... So künstlich. Ich hab mal was gesehen über Klone. Wenn sie eine wie dich... Ihr habt die Wahl. Ich hab schweige genommen, weil Puppen ja nicht reden. Ich hab schweige genommen, weil Puppen ja nicht reden. Und jetzt drehst du dich auf den Bauch. Nein. Das ist falsch. Ich sag's nochmal, damit du es auch wirklich verstehst. Leg dich auf den Bauch, dreh den Kopf nach links und hör endlich auf zu atmen. Puppen! Atme nicht! Wofür bezahle ich dich eigentlich, wenn du nicht mal das kapierst? Was will ich auch von einer Puppe erwarten? Eine einfache Anweisung. Dreh den Kopf. Aber dazu taugst du nicht. Mein Geld bist du eigentlich auch nicht wert. Reicht für eine schlechte Bewertung. Es geht grad mein Telefon. Was ist hier los? Achso. Hallo. Ja, richtig. Ihr Konto wurde soeben Geld überwiesen. Betrag 400 Credits. Miete haben wir zusammen. Eine Monatsmiete. Immerhin. Was mache ich hier bloß? Ja. Was genau war das? Überleben war das. Ja. Wollen wir den Idioten blockieren? Oder einfach Feierabend machen? Und sollen wir nochmal warten, ob da was kommt? Da können wir ja immer noch auflegen. Wir blockieren auf jeden, sagt Freddy. Wir sagen Körnel und Jule. Okay. Körnel sagt Blockier. Alles klar. Such dir eine andere, du Frick. Eierabend machen. Hi, Richard. Na? Geht's dir gut? Ach, naja. Du siehst nicht gut aus. Ist es wegen... wegen deiner Arbeit? Nein, ich bin nur müde. Wegen deiner Arbeit? Es ist Cybersex, Richard. Du kannst es ruhig aussprechen. Ich bin keine Nutte. Die Leute können mich nicht mal anfassen. Nicht physisch, vielleicht. Und was? Virtuell oder real macht für Richard Nolan plötzlich keinen Unterschied mehr? Ich will nicht streiten, Richard, aber deine Doppelmoral ist manchmal verwirrend. Ich kann dir jederzeit Geld geben. Das weißt du. Ja, denn dann fühle ich mich erst recht nicht wie eine Nutte. Lydia. Ich will dein Geld nicht, Richard. Ich komme schon klar. Ich brauche nur... Keine Ahnung. Eine kleine Pause. Von allem. Ich könnte vorbeikommen, wenn du willst. Das ist ja das, was sie will. Das machen wir auch. Wirklich? Das würdest du tun? Das... Das wäre... Aber was ist mit deiner Frau? Weißt du, Lydia... Unser Verhältnis ist sowieso nicht mehr das Beste. Tracy ist... Verbittert. Schon seit Ewigkeiten. Oh. Ja, ich meine... Hier. Sieh sie dir mal an. Verstehst du, was ich meine? Die Narbe? Das war alles furchtbar, ja. Aber seit sie die Narbe hat, hat sie sich auch innerlich total verändert. Sie ist bitter geworden. Hart. Seit Jahren ist das schon so. Ah. Können wir darauf eifersüchtig reagieren oder verständnisvoll? Weil eigentlich... Ist seine Frau ja eine Konkurrentin für sie. Wobei die Eifersucht natürlich... Gegründet wäre. Aber als Frau kann man sich da wahrscheinlich auch... Reinversetzen. Die war ja ein Supermodel. Bis zu der Narbe wahrscheinlich. Ah, Jule und Körnel. Verständnisvoll. Jetzt kommt Körnel noch. Ich wäre ja auch für verständnisvoll. Hm. Äh, ich wäre... Entschuldigung. Für eifersüchtig. Nicht verständnisvoll. Aber gut. Ihr habt schon zwei. Körnel ist schon wieder irgendwo anders. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir vorstellen. Und inzwischen, weißt du... Ich fühle mich nicht schuldig, wenn ich auch mal eine Frau ohne Narbe treffe. Das klingt furchtbar, oder? Ja. Ja, tut es. Ich weiß. Aber... Verstehst du, wie ich es meine? Ich denke schon. Ja. Ich frage mich immer, was Frauen dazu bewegt, eine Affäre zu sein. Ja. Also... Nein, das ist falsch ausgedrückt. Dass es Frauen gibt, die... Damit klarkommende Affäre zu sein. So. Oh nein. Oh nein. Dieses verdammte Smart Home. Ausgerechnet jetzt. Ich bin jetzt gleich da. Perfekt. Jamaika Avenue war richtig, oder? Äh... Ja. Nummer 23. Okay. Dann bis gleich. Ich freue mich. Ah, verflucht. Wo ist dieses fucking Smart Home? Was ist denn hier los? Oh Gott. Oh Gott. Richard? Augenblick noch. Das hängt ja gut an. Wo ist denn dieses scheiß Smart Home? Wir haben jetzt noch ein Buch. Ja. Wünsche uns hier eine passende Beleuchtung. Ja. Hallo, bewegt dich. Geht doch. hallo also manchmal hallo jetzt wir haben einen wäschelkopf wollen sie den waschvorgang vorzeitig abbrechen ja bitte falsch Hallo. Oh, ich kriege hier einen Anfall. Was soll denn der Scheiß jetzt? Ah, okay. Na also. Oh, komm. An Richard komme ich nicht ran. Toll. Das ist auch keine romantische Musik. Alter. Hilfe. Was? Verdammte. Aus. Musik aus. Verdammt. Aus. Spiel Tanzmusik. Doch nicht. Spiel romantischen Song. Oh, leck mich doch. Spiel Entspannungsmusik. Hilfe. Nein. Spiel Entspannungsmusik. Spiel Entspannungsmusik. Spiel Entspannungsmusik. Spiel Entspannungsmusik. Spiel eine Abtempo Nummer. Spiel romantischen Song. Kann tun, was ich will. Was, was, was? Das ist der Roboter. Was meinst du mit? Das ist der Roboter. Was soll ich denn tun? Es geht nichts. Hallo. Spiel romantischen Song. Alter, das geht mir auf den Sack. Verdammt. Wieso kriege ich die Scheiße nicht aus? Ich kann hier nichts tun. Oder? Das ist der Roboter. Namaste, Lydia. Lass uns meditieren. Na endlich. Tut mir leid. Ich musste noch. Ich lasse dich jetzt rein. Dammit. Hey. Da bin ich. Fast pünktlich. Richard. Komm doch rein. Richard. Ganz überrascht. So. Ja. Ähm. Da bist du. Ich freue mich. Ich freue mich auch. Ich hatte mir die Begrüßung ein bisschen euphorischer vorgestellt. So mit Küssen und Umarmen. Mach du doch. Ja. Entschuldige. Ich bin ein bisschen nervös. Ich auch. Naja. Wir fangen ja gerade erst an. Fangt nicht an. Okay, Nass. Ich werde mal eben kurz Escape drücken. Ich muss mal eben den Stream ganz kurz beenden. Ähm. Ich muss meinen Router schon wieder resetten. Hier habe ich schon wieder verworfene Frames ohne Ende. Äh. Seid dich böse. Ich bin sofort wieder da. Kleinen Moment. Aber es war ein bisschen. Herr Walsher in der Zukunft.